Hallöchen, ihr zuckersüßen Dinos und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich bin Zari und wir spielen heute endlich den Supermarket Simulator. Die ganze Welt spricht davon, die ganze Welt liebt ihn, Zuschauer lieben ihn, Streamer lieben ihn, Moderatoren lieben ihn, alle lieben ihn. Und jetzt ist er auch bei uns. Die neue Zweigstelle, das haben wir nicht. Jetzt auch als Supermarkt erhältlich. Ich habe nebenbei noch versucht, im Starting Soon die ganzen Knubbis mit einzubauen, die jetzt noch mit dazu gekommen sind. Es hat nicht ganz so gut funktioniert. Wir müssen uns demnächst mal Zeit nehmen und alles aufräumen und neu machen. Und es muss sogar noch einer mit rein. Und zwar, der ist noch nach dem Zeichen-Stream entstanden. Weil das war so ein Ding von wegen, ich habe eigentlich nicht vor, heute nochmal ein Knubbi zu machen, weil ich echt müde und fertig bin. Und dann, und da kickt Inspiration und du bist so, oh mein Gott, warte, kann ich das? Warte, das muss ich ausprobieren. Nur eben ganz kurz. Nur eh, wirklich, wirklich ganz, ganz kurz. Und, 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 und auf einmal, zack, hast du noch ein Knubbi gemacht. Moment, hier. Da ist er. Und. Moment, Moment, wir suchen, wir suchen, wir suchen. Hier. Der Knorkob, Knorknob, angelehnt an Captain Knorke, der kommt natürlich auch noch mit dazu. Der darf sich hier so zu Chago und Co. gesellen. Der muss jetzt aber halt heute ein bisschen klein sein. Weil ihr seht, so langsam aber sicher, müssen die Knubbis ordentlich schrumpfen, damit sie noch hier reinpassen. Leute, ich, ich schwöre euch, ich räume demnächst mal auf. Wirklich, ganz fest versprochen, demnächst wird aufgeräumt. Na, erstmal Hallöchen Junui, Hallöchen Daiske, Hallöchen Sacki, Hallöchen Janni, Hallöchen oder die fleißigen Locusten Locominos da draußen. Es freut mich, dass ihr da seid. Jetzt fliegt doch nicht weg, Junge. Oh, warte mal, da ist ein anderer. Nee, ist das derselbe? Crystal Dragon. Nur untenrum? Hat er mich gerade? Alter! Wähle das Clip deiner, der hat mich gerade beschissen! Der hat mich einfach angekackt, wie so eine Taube. Die sind übrigens friedlich, keine Sorge. Genau von dem her, Daiske. Oh mein Gott, er hat auch Lightyear Frontier gespielt. Wie cool. Leute, reinfollowen. Lightyear Frontier ist ein geiles Game. Spielen wir demnächst auch mal wieder weiter. Ich hätte eine Challenge haben können, bei dem wir die Woche über viel Lightyear Frontier spielen und Herausforderungen bestehen. Und ich habe nicht die Zeit gefunden, die anzunehmen. I'm sorry. Ich habe zu viel, was ich machen will. Ich habe zu wenig Streepzeit für all die geilen Projekte. Aber nächste Woche schaffen wir es hoffentlich. Also, nicht, dass die Spiele nicht geil wären, aber so von der Zeit her schaffen wir es voraussichtlich, Wilkins Folly und Lil Guardsman nächste Woche abzuschließen. Und das bedeutet, dass wir endlich wieder zwei neue Slots für neue Spiele haben. Dadurch, dass wir mittlerweile die SEG gucken und den Supermarkt-Simulator spielen und einen Tag Indi-Roulette machen und einen Tag Coworking machen. Und ich mache gefühlt alles andere außer Gaming. Erstmal wirst du Kunden mit überteuerten Preisen abziehen. Genau, das ist der Plan, Saki. An seiner Stelle würde ich mich echt angeschissen fühlen. Saki, mach doch nicht den. Mach doch nicht welchen. Ach so, den von Zeichen her, von Inspiration kickt her. Da, 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 da. So, meine Hübschis. Ähm. Mir fällt heute nicht besonders viel ein. Oh, mir fällt gerade... Alter, ich... Kennt ihr das? ADHS-Hörn-Wiederfalle gerade am Start, ne? Mein Hirn ist gerade irgendwo anders hingedriftet und war so... Warte, ich wollte jemanden noch was fragen. Das muss ich aber über Discord machen. Das könnte ich ja jetzt geschwind machen. So, als ob ich jetzt nicht im Stream wäre und mich auf den Stream konzentrieren möchte. Nein, das ist so ein... Oh, mach das jetzt. Da vergisst du sonst wieder. Ich hatte gerade mit dem Gedanken gespielt, mit Bubble Tea zu holen. Und da kommst du einfach online. Katja Pfötli. Ich halte dich davon ab, ungesundes Zuckerwasser in dich reinzuschütten. Aber kein Problem, wenn du jetzt gehst, schaffst du es, bis ich es geschafft habe, mich auszuquatschen und mich zu sortieren, wieder zurück. Und dann kannst du trotzdem noch den ganzen Supermarkt-Simulator mitnehmen. Das Rätsel-Game ist auch ein harter Brocken gewesen. Das ist wirklich eine 8 von 10. Die Länge macht es nicht zu einem 10 von 10. Das ist einfach zu lang. Ist so. Wenn Billkins Folly nur die ersten zwei Inseln gehabt hätte, wäre das ein... Oder sagen wir, zweieinhalb Inseln von der Länge her, wäre ein richtig, richtig geiles Game gewesen. Wäre eine absolute 10 von 10 gewesen. Aber so langsam aber sicher werden die Rätsel echt heftig. Und du willst dich natürlich als Entwickler, je weiter du ins Spiel reingehst, desto weiter willst du dich steigern. Und deswegen werden die Rätsel halt immer und immer knackiger. Ich hätte das Spiel mehr gefeiert, wenn es kürzer gewesen wäre. Ich bin doch für den Ausquassel-Part hier. Ja, dann musst du halt gehen, soweit der Supermarkt-Simulator angefangen hat. Und bis dahin hängst du hier sowieso schon fest. Weil bis dahin kommt dann Fee online und hängst du bei Fee an. Äh, bei Fee rum. So, hallo Gnomi, amudeschön wunderschön. Ich sitze hier schon seit anderthalb Stunden mit Hummeln im Arsch und will irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Und dann hast du dich dazu entschieden, hey, wir gehen jetzt einfach, äh, hier, äh, Bubble Tea. Warum morgen kein Coworking? Ich hab... Ich hab noch reingeschrieben, dass es entweder oder gibt. Also entweder es gibt keinen Stream oder es gibt Coworking. Ähm, ich mach Coworking im Moment noch... Dadurch, dass das neu für mich ist, mach ich das sehr stimmungsabhängig. Wenn ich das Gefühl hab, ich muss jetzt einfach mal so richtig reinhusteln und so richtig reinbuttern und alles so schnell in meinem Tempo, wie ich möchte, erledigen, dann mach ich das ohne Stream. Und wenn ich das Gefühl hab, ich kann das auch gechillt in Ruhe machen oder, hey, jetzt könnte ich eigentlich auch den Stream nebenbei anschmeißen, dann mach ich das. Aber bei Coworking möchte ich mir gerne noch die Option offen halten, ob ich das machen will oder nicht, weil das für mich wirklich sehr stimmungsabhängig ist. Die Carlos Rätsel hätten so harte Brocken im Game gelangt. Ja, die Carlos Rätsel als so wirklich tricky, aber optionale Dinger, das hätte mir wirklich gereicht. Wir haben immer noch nicht alle Carlos Rätsel gelöst und das ist sehr schade. Ich würde die gerne alle lösen, aber ich schnall's halt leider einfach nicht. Wenn morgen ein Stream kommt, wäre das perfekt, weil ich da Unterlagen suche ganz für den Arzt. Das kannst du auch, wenn ich nicht streame, Diceke. Ich weiß, ich weiß, Coworking macht mehr Spaß. Aber du schaffst das morgen auch so, wenn ich mich dagegen entscheide. Ganz richtig entschieden. Achso, so richtig entschieden war es noch nicht. Die Idee war halt gerade da. Ja, und dann bin ich reingegrätscht direkt so, nope, kein Bubble Tea für Katze. Nein. So. Und meine Süßes, meine Knobby Family wird so groß. Ich liebe das, ne? Habe ich das schon erwähnt? Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich das liebe, dass wir jetzt verschiedene große Knobbys haben, die einfach hier alles, alles voll machen. Das klingt, als ob die alles vollkacken würden. Ich meine damit, dass das einfach so komplett voll ist. Überleg mal, als wir angefangen haben, damit gab es nur Knobby und den Gworak-Knobb. Dann kam irgendwann der... Ne, erst kam der Mimikubb dazu. Erst waren es nur Knobby und Mimiknobb. Dann kam Gworak relativ schnell dazu. Und dann kommen so nach und nach alle anderen. Und willkommen im Gefolge der Dino-Queen. So, Cat Guy, hallöchen da, wunderschön, wunderschön. Willkommen im Dino-Gefolge. Wir starten auch gleich das Spiel, fest versprochen, fest versprochen. Ich überlege gerade, ich möchte, ich überlege, ob ich für den Hintergrund erstmal was anderes machen würde. Ob ich da erstmal für unseren, anstelle unserer süßen Dancing Dragon, ob ich da erstmal unsere süße PNG-Zarim machen möchte. Ich glaube, die möchte ich da ranhaben, weil im Moment fehlt mir noch so der Punkt, wo ich sagen kann, hier benutze ich jetzt PNG-Zarim. Vielleicht mache ich das morgen mal beim Coworking oder so, wenn ich mich dafür entscheide. Aber ich werde die halt ständig präsentiert, weil sie so unfassbar süß geworden ist. Warte mal, warte mal. Oh ja, ihr habt es vielleicht schon dem Stream-Plan entnommen. Aber tragt euch nächste Woche Mittwoch im Kalender ein. Denn nächste Woche Mittwoch gibt es den nächsten 1000 Sasa-Stream. Mit Gworak und Fee und Chaco und mir. Also Hallöchen, Flamie und Äthi, hatte ich nur ein Wunderschön, Wunderschön euch. Wird dich dann nächsten Monat nochmal mitärgern? Ich bin nochmal ein Knubi. Ja klar, damit du ein neues machst. Das ist ja noch ein Cousin-Knubi. Ich will das ein Tiramisu-Knubi. Wie soll ich denn ein Tiramisu zeichnen? Saki! Einfach so mehrere Schichten übereinander gestapelt. Ach du Heilige. Also darfst du natürlich gerne machen, ne? Lass dich nicht davon abbringen. Von niemandem. Aber holy, holy. Hast du gut gemacht, Zari. Brav, Zari. Jetzt hast du dir den Supermarkt-Simulator geholt. Und Chet hat darauf bestanden. Und Chetlock wollte ihn mir kaufen. Und hat dann gesagt, ey, ich darf übrigens Early Access-Spiele nicht an andere Leute verschenken. Das ist ja voll kacke. Also hier gehe ich auf Kofi und überweise dir das Geld. Jetzt kaufe ich dir gefälligst selber. Ach ja, und außerdem hier hast du 20 Steam-Spiele für deinen Pile of Shame. So. Ernsthaft? Ernsthaft. Er wollte nicht mehr leben. Er wollte nicht mehr hier leben. Deswegen ist er gesprungen. Schade, bis gerade eben hat es noch gepasst. Es hat gerade ein bisschen zu perfekt gepasst. Ich sage ja, das wird dich ärgern. Stell dich der Herausforderung eines Tiramisu. Das werde ich tun. Das werde ich tun. So. Ich habe es immer noch nicht gefunden, Chet. Wo? Wo habe ich jetzt meinen hübschen Drachen hingepackt? Wo habe ich meinen hübschen... Da ist Tufi. So, kann ich dich jetzt einfach umändern in ein GIF. Streaming. Machen wir vielleicht einfach auch klein. Heute gehen wir noch mit Tufi. Und nächstes Mal sehen wir da dann eine kleine Zari. So, einfach drei Knubbis übereinander stapeln. Jeder Knubbi ist eine Schicht. Ne, ich will das tatsächlich so machen. Oh mein Gott. Das ist wieder dieser Inspiration-Kick-Teil. Ich will, dass das Tiramisu nicht oben drüber ist. Ich will, dass Knubbi selbst das Tiramisu ist. Das heißt, in Knubbi drin siehst du dann die Schicht mit den Löffelbiskuits. Und dann die Schicht Sahne. Dann muss ich googeln, wie ein Tiramisu funktioniert. Und dann oben die Schicht mit dem Kaffeepulver. So will ich das machen. Ich will Knubbi als Soko-Tiramisu. Außer natürlich, Saki sagt explizit, er soll genauso aussehen wie vorher. Nur ersetzen wir das Croissant. Das Cro-Sang. So, meine Süßis. Ich stehe jetzt hier seit 20 Minuten. Ich würde sagen, das reicht uns. Ich fahre meinen Tisch wieder runter. Und dann starten wir mal den Supermarkt-Simulator. Habt ihr Bock? Wir können ja trotzdem nebenbei weiter quatschen. Aber habt ihr Bock, ein paar Leuten beim Einkaufen zuzugucken? Das überlasse ich dann alles dir. Ich bin hier nur der Geldgeber. Du sollst dich da schon auch drüber freuen. Wenn das hinterher nicht so aussieht, wie du willst, ist das Kacke. Dann hast du dein Geld ja vergeudet. So. Okay. Wir starten mal im Main-Game. Wo spiel? Wo Zari? Da Zari. Wo spiel? Da spiel. Ton auch da? Moment. Ton wieder weg. Ton ist auch da. Ton könnte ein bisschen laut sein. Mach mal nochmal ein bisschen leiser. Kann ich nicht. Wo Toneinstellungen? Okay. Dann mach ich's für euch im OBS-Leiser. Leute, beim Einkaufen zuschauen geht doch gar nicht. Es ist Sonntag. Wir haben sonntags geöffnet. Unser Supermarkt ist der einzige, der sonntags geöffnet hat. So, meine Hübsis. Ich hab gar keine Ahnung, was mich erwartet. Ihr seht, ich kann nicht auf Hochfahren klicken. Ich hab's noch nie gestartet. Ich hab's extra für euch aufgehoben. Ich kenne nur Clips. Wir gehen da rein. Neues Spiel. Willkommen beim Supermarket Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Das sind wir jetzt schon. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst und schille sie in die Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzusetzen, um einen Bankrott zu vermeiden. Viel Spaß. Okay. Ui. Zari, wo Chet, wo Frogos? Ihr wollt wieder Chet haben? Moment. Dann spielen wir gleich Supermarkt Simulator. Dann starten wir vorher noch unseren niedlichen Chet. Eine Sekunde. Buhu. Achtung, Flashbang. Startet. Nicht gleich rein Spam. Ich muss erst mit Twitch verbinden. So, da haben wir Chat. Chat geht's im Moment absolut hervorragend. Könnt gar nicht besser gehen. Twitch. Verbinden. Ist verbunden. Und ab auf den Desktop. So, dann klappen wir dich mal ein. Packen dich irgendwo hier oben in die Ecke, wo du hoffentlich nicht im Weg stehst. Und jetzt können wir den Supermarkt Simulator spielen und genießen. So, wir haben hier unsere Kasse. Okay, okay, okay. Okay, okay. PC. Markt. Okay, Chat. Was wollen wir den Leuten denn verkaufen? Wir zahlen bereits 35 für so eine Packung Müsli. Saldo ist wahrscheinlich das, was wir so in etwa rauskriegen. Das heißt, wir könnten leicht starten mit so etwas wie Nudeln, Brot und Mehl. Wie viel haben wir denn zu Beginn? Wir haben 50. Wir haben 50. Ja, guck mal. Drei Viertel von unserem Geld ist schon weg, wenn wir Müsli kaufen. Müsli muss warten. Leute, wir kaufen geschnitten Brot. Ah ja, da rechts oben haben wir einen Warenkorb. Wir kaufen Nudeln. Wir kaufen Mehl. Wir kaufen Puderzucker. Und jetzt reicht es weder für Müsli noch für Öl. Das heißt, wir behalten die restlichen 11 Dollar. Oder wir investieren die ebenfalls in, sagen wir mal, noch mehr Nudeln. Noch mehr Mehl. Wir nehmen Mehl. So. Zack. Übrig. Minus 24 Cent. Geht nicht. Kann ich nicht rechnen? Ich kann nicht rechnen. Wir haben 6,08 Dollar übrig. Hä? Oh! Weil ich das Porto nicht mit eingerechnet habe. Okay. Okay. Äh, zurück. Escape. Okay, wir haben hier unsere Regale. Die können wir befüllen. Oh, wir laufen zu schnell. Anklicken. Öffnen. Okay, Leute. Zucker. Äh. platzieren. Ach, da unten packe ich das jetzt hin. Okay. So. Packung leer. Packung in den Müll. Oh, schicker Wagen. Ferrari! Komm einkaufen! Hat auch schon mal mehr gegrüßt. Dann hätte ich da gerne Mehl. Ferrari! Hey, hast du da jetzt gewinnt, um nochmal mehr vorbeizufahren? Was ist denn falsch mit dir? Ich weiß, Chad, ich weiß Preise. Nicht die Preise vergessen. Ja, nicht die Preise vergessen. Zack. So, bei Zahri funktioniert der noch? Dass er eher kleine Indie spielt? Was? Ich kann mir vorstellen, bei Story Games ist der eher störend. Ach, äh, Frogos? Ja. So. Brauchst alles, sonst meckern die. Die müssen meckern, ich kann mir nicht alles leisten. Haben sie Pech gehabt. So, jetzt müssen wir noch Preise festlegen. Okay. Kannst du das Etikett nicht entfernen? Wollte ich gar nicht. Okay, Durchschnittskosten im Einkauf sind 1,15. Der Marktpreis liegt bei 4,83. Alter, 4,83 für eine Packung Zucker. Ich meine, okay, wir haben jetzt auch 1,15 Euro in den Einkauf gekauft. Ich weiß nicht, in welchem Land das stattfindet. Aber, aber hier in Deutschland, 5 Euro für eine Packung Zucker, das ist doch, das ist doch Wucher. Sie vergisst bestimmt die Preise. Nee, 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 nee. Okay. Wenn 4,83 Euro der Preis sind. Ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen an uns denken. Wir machen glatte Beträge, wir machen 4,90. So. Wer hat Mehl? Alter. Weißt du, 80 Cent im Einkauf ist für Mehl schon so... Ja. Ja. Und jetzt machen wir 3,70 Euro daraus. Wir machen 3,80 Euro draus. Wir sind frech, wir machen 3,80. So. Wobei, ich habe mal gelernt, dass es psychosomatisch wirkt, dass wenn Leute so, so 79, sieht für die viel weniger aus als 3,80. Auf meinem Ko-Fi-Account habe ich übrigens gesagt, ich mache das nicht. Ich mache Rundebeträge, weil das irgendwie schöner ist. Aber hier, hier machen wir natürlich schön immer die Neuen mit dran. So. 3,99 Euro für Brot. Komm her. 3,99 Euro für ein Stück Brot. Und dann machen wir 3 Euro... Äh... Wir machen eine Schnapszahl. 3,33 Euro für Nudeln. Komm. Ja, das schaut doch gut aus. Alles klar. Öffnen. Oha, oha. Wo sind Sie denn heute noch unterwegs? Das Mehl. Nein, den Zucker vergessen. Man kennt es. Und das Brot. Man kennt es, man kennt es. So, guten Tag, der feine Herr. Das ist mein erster Tag. Bitte, bitte geben Sie mir etwas Zeit. Wie nehme ich das und packe das hier rüber? Oh Gott. Nein, halt, stopp. Das wollte ich nicht. Bitte packen Sie nochmal aus. Dankeschön. Ah. Äh, Dankeschön. Sie bekommen noch 12 Cent raus. Wie bestätige ich hier? Bestätigen Leertaste. Okay. Guten Tag, das ist mein erster Tag hier. Oh, Kartenzahlung. Kennen wir so noch gar nicht. 3,33. 3,33. Bitteschön. Jawohl. Das war easy. Das kriegen wir hin. So, wir kommen im Hammer nicht. Wir haben nichts. Dankeschön. Oh, gar kein Rückgeld. Ja, Dankeschön. Papiertüten gehen aufs Haus. Das ist Service. Bitte bringen Sie Ihre eigene Papiertüte mit. Mehl. Kostet 3,79. Bitte schön. Guten Tag, die Dame. Oh, wir können jetzt schon den nächsten Kram bestellen, oder? Können wir das nebenbei? Kann ich jetzt schon sagen, hier, ich hätte gerne noch eine Packung Müsli. Nee, die kosten noch viel zu viel. 53 bräuchten wir. Okay, okay. Guten Tag, die Dame bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Musst du noch kurz was im Lager nachgucken. 88 Cent zurück. 50. 80. 88 Cent zurück. Hier, bitteschön. Guten Tag, der Feini hier. Jawohl, Nudeln und Mehl brauche ich auch ständig. Zwei. Sie können mir doch nicht für das und Fuffi in die Hand drücken. Also kommen Sie schon. Hier. Schmani. Dann da nochmal. Und dann, guck mal, das haben wir eben gerade geübt mit den 88 Cent. Das kriege ich jetzt nochmal hin. Bitteschön. Oh, nur Roten Topf will aber auch zeigen, was sie hat. Darf sie ja auch. Darf sie auch. Sie darf ja stolz sein auf das, was sie hat. So, Dankeschön. Und jetzt, Wanni. Hier, einmal einen und dann den und dann den und den und die zwei. Jawohl, bitteschön. Bitte währen Sie uns bald wieder. Willkommen im Hammer nicht. Wir haben alles außer Service. Guten Tag. Was darf ich Ihnen zurückgeben? Nimm einen Cent. Hier, bitteschön. Jawohl. Eine Packung Zucker. Ja, ich mach dann vier. Äh, Moment. Ich kann mich nicht auf so viele Zahlen gleichzeitig konzentrieren, aber passt schon. Dankeschön. Uh. Haben wir gut gemacht. Oh, wir haben 61. Wir können unser Kram bestellen. Hast du dir das gemerkt? Ja, du bist ein Feini. Kaufen. So. Guten Tag. Oh, guten Tag. Könnten Sie bitte kein Öl kaufen? Ich räume das gerade erst ein. Ja, bitte warten Sie einen ganz kurzen Moment. Ich muss hier kurz den, den Müll loswerden. So. Ich muss das hier nur kurz einrichten. 4,50. Da gehen wir auf 4,75 hoch. Passt. Ja. Dankeschön für Ihre Geduld. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Dankeschön. Und Sie bekommen noch raus. 2,50, 60, 68. Dankeschön. So. Zack, zack. Einmal Kreditkarte. Das mag ich immer sehr gerne. 8,22 Euro. Wie nett von der Kasse, dass die mir das zusammenrechnet. So. Und während Sie beiden... Sie können noch ganz kurz warten. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss nur einmal kurz das Müsli einräumen. Das ist unser neuer Dauerbrenner hier. Ganz frisch reingekommen. Das gute Choco-Pick. Äh, fallen lassen. Wow. So. Eine wunderschöne... 5,99 ist der Marktpreis. 5,99 finde ich gut. So. Dankeschön, dass Sie gewartet haben. Sehr freundlich. Eine Packung Mehl mit der Karte. So. Reihe 79. Bitteschön. Brot und Zucker ist auch so ein bisschen Dauerbrenner bei uns. 1,12 zurück. Dankeschön. Noch eine Packung Zucker. Muss man sogar gleich nachbestellen. Ist heute sehr beliebt. 4,98. Bitteschön. Bitte beähren Sie uns bald wieder. So. Unser Mehl ist quasi alle. Und die Nudeln auch. Mehl. So. Nudeln. Rein. Kaufen. Ey, diese Instant-Lieferungen, ne? Die sind so praktisch. Oh nein. Jetzt habe ich das in das andere Regal gestellt. Sekunde. Äh. Okay. Er hat sich den Preis trotzdem gemerkt. Okay, okay, okay. So, Entschuldigung. Bin sofort bei Ihnen. Ist voll. Dann mach mir hier. Oh. Ja, genau so wurde ich das. Genau so. Bin sofort bei Ihnen. Eine Sekunde. Zack. So, jetzt aber. Jetzt aber. Entschuldigung. Ist ein kleiner Laden. Und ich mach Ihnen auch alles von Hand. Sie sehen aus, als hätte ich Sie schon mal gesehen. Haben Sie zufällig mal in, ähm, in GTA mitgespielt. Oh, das gute Frühstück. Oh, das ist was Feines. So, Sie hätten gerne 11, 89, äh 98. Entschuldigung, mein Fehler. So, 7, 58. Und, oh, da hat aber noch jemand was vor. 17, 17, 76. Dankeschön. Bitte beenden Sie uns auch morgen wieder. So, Öl hat gar keiner gekauft. Brot ist ganz gut. Das haben wir noch fast fertig. Zucker bräuchten wir noch mal neuen. Äh, Bruderzucker. Sekunde, wenn gleich bei Ihnen. Jawohl. Oh, wird schon langsam dunkel. Eine Sekunde. Ich mach hier mal eben kurz. Ich hab's hier einen Lichtschalter. Hier. Entschuldigung. Da bin ich wieder. Äh, Dankeschön. Sie bekommen kein Wechselgeld. Dankeschön. Danke, dass Sie vorher sich das zurückgelegt haben. So, 8, 22. Jawohl. Und noch eine Packung Zucker zu spät auf den Abend. Ich kenn das. Wenn ein Spätnachts die Zuckersucht erreicht. Nicht. So. Hätte ich auch jetzt gleich noch einen Karton mit rausnehmen können. Erst beim dunklen Einkaufen. Das ist ein Feature, okay? Das ist kein Bug. Das ist ein Feature. So, und jetzt würde ich das eigentlich gerne da reinstellen. Geht aber nicht. Dann packe ich's halt da unten rein. Jawohl. Ich bin sofort bei Ihnen. Sekunde. Ich hörte mal kurz den Karton los. So. Dankeschön für Ihre Geduld. Oh. Da hat aber noch jemand was vor. So spät auf den Abend. 35. Moment. Zack. 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 Und dann. So. Bitteschön. Jawohl. Noch eine Packung Nudeln. Eben geschwind mit Katerzahlen. 3. 3. 3. Tschüss. Bitte beehren Sie uns. Hinter dir ist ehrlich zu Hause. Dankeschön. Andere Maus hat sie zu wieder einpacken. Oh cool. Kein Rückgeld. Dankeschön. Sekunde. Zum Glück haben wir ja noch einen Karton. Zack. Zack. Jawohl. Komm mal, wir behalten uns einfach so einen Karton. Der ist wichtig. Und der andere kann weg. Ach, ich brauche. Das war einfach nur zufällig genau der Mailkarton. Ich habe gedacht, ich kann jeden dafür benutzen. So. Brot ist bald alle. Nudeln sind bald alle. Könnten wir jetzt schon mal nachbestellen. Äh, Nudeln und Brot. Hat schon geschlossen. Machen wir morgen. Okay. Haben wir hier ein Zeitlimit, bis wann wir geschlossen haben müssen? Drücke Enter, um den Tag zu beenden. Ah, okay. Genau jetzt. Genau wie beim Rückgeld. Eine Maustaste ist rausgeben, die andere Maustaste ist zurücklegen. Ja, das dachte ich mir schon, weil du kannst ja nicht einfach dich feststacken, wenn du dich einmal verklickt hast. Da die Sachen unterschiedlich größer haben. Okay. Es stand auch vorne dran auf dem Bildschirm, also auf dem Startbildschirm, dass daran gearbeitet wird, dass man Sachen auch einfach so in die Hand nehmen kann. Okay, insgesamt der Profit 50 Dollar. Nächsten Tag starten. Ah, du erhältst heute täglich Rechnungen. Stell sicher, dass du die Rechnung über deinen Computer bezahlst, vor dem Verfallstadium. Ansonsten werden die automatisch bezahlt. Okay. Habe ich schon Rechnung? Rechnung? Wir wollten erstmal das machen. Verwaltung. Produktenlizenz, Supermarkt Level 3. Okay. Rechnung. Alle Rechnungen sind bezahlt. Das höre ich am liebsten. Ich muss so nicht wundern, ich habe gerade Probleme, damit die Escape-Taste zu drücken, weil mein Kater da drauf liegt. Ich war jetzt Katzen-Ausrede für alles. So. Sehr schön, sehr schön. Preise wurden auch übernommen. Und dann machen wir da unten noch mehr Nudeln. Voll. So. Perfekt. Ja, jetzt geht es da, dann kannst du ja auch den Num-Block nehmen. Oh, das ist nice, weil das würde das Ganze sehr viel schneller machen, aber ich habe da, äh, warte, wir machen schon mal auf. Äh, aber ich habe da auch viele Makros drauf. Oh ja, ich kann jetzt nicht dich nehmen. Box passt nicht. Okay. Dann war das wirklich einfach nur zufällig exakt die Mehl-Packung. Guten Tag, wir haben jetzt auch Chocobie. Komm ich hier rein, könnt ihr einkaufen. Brot, Nudeln, Öl, Puderzucker haben wir auch ganz frisch aufgestockt. Meine Dame, sie sehen aus, als könnten sie Zucker vertragen. Aber so fällst du die Leute an, an Kacken. Äh, kein Rücke, Dankeschön. Eh, Escape ist nicht meine Stärke. So, ich bringe den Karton jetzt weg. Wehe, zum Karton wieder zumachen. Hui. So, die Herrschaften, kaufen sie in Ruhe ein. Wir haben den ganzen Tag geöffnet. Jawohl, ein Chocopeak. Sehr, sehr köstlich. 90, ach du Kacke. Größer hätten sie es mir nicht geben können, oder? Äh, warte, es war zu viel. Ähm. Ich hätte gern. Hä? Ich, ich klicke rechts. Aber ich darf es nicht mehr entfernen. Auch wenn ich hier drauf drücke. Weil ich ihm keinen Fünfer gegeben habe. Okay. 90 und dann 50, 60, 68. Alles klar. 90 Euro ins Händstück. Zu ist, Zari. Oh Gott. Okay, der nächste, der so krass bezahlt. Der nächste, der so ein Mini-Ding mit so einem übel hohen Geldbetrag macht. Der, der bekommt das, okay? Die volle Cent-Ladung. Wichtig. Wenn du einen Karton schließt und es ist noch Ware. Darauf ist noch Ware da reden. Bei einigen sieht man das nicht. Und dann schmeißt du gefüllte Kisten weg. Okay. 11, 98. Dankeschön. Eine Packung Nudeln. Tja, Leute. Die wollen leider alle mit Karte zahlen. Keine Cent-Beträge für euch. Jawohl. Hast du mir einen Hunni gegeben? Nee. Bitteschön. Oh, die Men in Black? Ich weiß natürlich nicht, wer sie sind. Keine Sorge. So, guten Tag, der feine Herr. Kartenzahlung 10, 88. Und tschüss. Kaufe eine Produktlizenz am Computer. Verwaltung. Lizenzen. 200 haben wir nicht. Yay. Unser Pet hat Jelly Stars bekommen. Tja. Hallo. Ist irgendwas ausgegangen? Nee. Doch, das Choco-Pick ist alle. Sekunde, bin gleich bei Ihnen. Muss eben das Müsli nachbestellen. Ich weiß, ihr könnt auch einfach zwei kaufen oder so. Aber hey. Entschuldigung, ich bediene den Computer nicht täglich, okay? Ich bin sofort bei Ihnen. So. Den Karton räume ich später weg. Keine Sorge, ich bin schon bei Ihnen. Guten Tag. Ein Choco-Pick. Haben wir gerade nachbestellt bekommen? Sie haben also leider nicht das Letzte. Könnte Müsli nicht finden. Ja, Entschuldigung, es ist schon nachbestellt. Jawohl. Einmal Kartenzahlung. 13,29. Wusstet ihr übrigens, dass ich die Zahl gar nicht als 29 wahrnehme? Oh, zwei Cent Wechselgeld. Oh, das sind nämlich umfassend. Sehr schön. Dankeschön. 12 Cent. Bitteschön. Bitteschön. Muss auch mal ein paar Zehntstückchen hier loswerden. Äh, 3,33. Das geht, weil das ist 3,3. Also ich lese es quasi wirklich so, wie man es mathematisch macht. 3,33. Äh. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich hoffe, du hast den ganzen Tag Zeit. Oh, ich kann nicht gedrückt halten. Ich kann nicht gedrückt halten. Oh, ich hoffe, sie haben viel Zeit, ja? Wir haben derzeit so Probleme mit den 1 Cent Münzen. Wir haben so eine Pandemie aus Cent Münzen. Ich hoffe, sie hatten heute nichts anderes mehr vor, ja? Oh, Leute, ich stehe hier morgen noch. Ach, du Heilige. Wie hoch kann man Cent Münzen stapeln? Sie hatten heute nichts mehr vor, ja? Moment. Nein, machen wir nicht, Chat, machen wir nicht. Nein, jetzt habe ich die 88 verpasst. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Okay, Chat. Entschuldigung, der Herr. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wirklich. So. Okay. Jetzt machen wir es so. Tut mir leid, schade. Ich bin schwach. So. Ja, hier wird es schön. Viel Spaß. Nächstes Mal überlegen sie sich, ob sie ihre Geldbeträge so bezahlen möchten. Meine arme Maus. Ja, Sekunde, ich mache Ihnen auch gleich das Licht an. Und der nächste. Na, warte. Das wird dir jetzt eine Lektion sein, Junge. Die Maus rutscht immer weg. Nimm das. Das wird dir eine Lehre sein. 95 Dollar Wechselgeld, ja? Ja? Du hattest heute ja nichts mehr vor und schließt gerne im Dunkeln rum, ja? Hast du gedacht, du kannst mit unseren Armenverkäufern und Servicekräften tun und lassen, was dir beliebt, ja? So, zum Glück für sie habe ich heute noch anderes zu tun. Bitte schön. Bitte nicht nochmal. Ach, Gott sei Dank. Er hatte ja jetzt genug Zeit, sein Kleingeld zu zählen. Ich mache Ihnen mal kurz das Licht an, ja? Moment. So. Dankeschön. Jawohl. Komm mal, wie die auf einmal alle passend zahlen, weil sie einfach drei Stunden Zeit hatten. Bis auf er hier. Er dachte sich nicht mein Problem. Dankeschön. Jawohl. Guck mal, so viele neue Leute. Jetzt aber bloß nichts Peinliches machen. Wir machen nie peinliche Sachen. Na, li, hallöchi, da wurde ich den Wunderschönen. Hallöchi. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, einen fantastischen, fantastischen... Wir beenden hier sofort den Tag. Wird der eigentlich irgendwann automatisch beendet? Und willkommen im Gefolge der Dino-Queen. Nach 9 Uhr geht's scheinbar nicht mehr weiter. Jetzt haben wir Zeit. Sehr gut. Einen wundervollen, wundervollen... Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Stream. Und einen wundervollen Sonntag. Ich mache euch eben ganz kurz einen Shoutout fertig. Miau. Und willkommen im Gefolge der Dino-Queen. Und danke schön für die Follows. Chi. Und Huba. Der Clip braucht heute ein bisschen. Habe ich mich vertippt? Ich habe mich vertippt. Ich habe da ein C reingemacht. Oh Gott. Jetzt aber bloß nichts Peinliches machen. Da haben wir's. Wieso bin ich jetzt gerade wieder so müde? Ich glaube, ich brauche ein Energy oder so. Chi, kannst du mir da was empfehlen? Ich weiß nicht. Vielleicht hast du ja per Zufall was von Clasmo da. Oh ja, von denen habe ich schon mal gehört. Ich meinte... Herzhaft. Das ist übel schlecht. Also ich meinte sogar, du hättest da mal was bestellt vor kurzem. Überleg mal. Hast du nicht was da per Zufall? Ach, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, ich erinnere dich doch gerne dran. Kein Problem. Ich bin schlecht. Ich hoffe, beim Bestellen hast du auch den Code CHI20 benutzt, weil du dann 20% auf die erste Bestellung sparst. Na aber sicher doch, dieses Schnäppchen könnte ich mir nicht entgehen lassen. Ach, siehst du, jetzt erinnerst du dich auch wieder. Und tatsächlich, wenn du wieder bestellst, benutze auch auf jeden Fall den Code CHI, weil du sparst immer noch 10% jedes Mal, wenn du bestellst. Alles fein, Chi. Alles fein. Also Leute, wer demnächst bei Klassmo was bestellen möchte, ich hoffe, das ist noch aktuell, sonst wird es jetzt richtig peinlich. Wenn ihr das erste Mal bestellt, könnt ihr 20% sparen, danach einfach 10. Ist sogar noch aktuell, gucke mal. Hallöchen, ihr Süßen und ihr Verrückten, was gab es heute Schönes? Bei mir steht nur, ihr habt zuletzt Just Chatting gemacht. Ich hoffe, ihr hattet einen mehr als fantastischen Tag. Chat hat einstimmig beschlossen, dass wir ab sofort den Supermarket Simulator spielen. Und deswegen tun wir das heute. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich wollte jetzt eigentlich mir die neueste Lizenz kaufen. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Latarius, danke schön für den, äh, für den Follower, wollte ich gerade sagen. Dankeschön für den zweiten Monat. Dankeschön. Supermarket Simulator ist cool. Chat hat mich dazu überredet, weil ich will ihn die ganze Zeit über schon spielen. Und ich wusste aber, wenn ich anfange, den zu spielen, werde ich komplett drin versumpfen. Deswegen geht das nicht. Und dann hat Chat ihn mir gekauft. Und jetzt muss ich ihn spielen. Erstmal harte Eigenwerbung machen. Wow, Tee, Applaus, Applaus. Das war doch der Clip. Da kann ich hier gar nichts für. Humus getestet mit Jan und dann Coworking Emotes zeichnen. Uh, ich hoffe, Humus hat geil geschmeckt. Und Coworking Emotes zeichnen. Super cool. Ich habe letztens auch eigene Emotes gezeichnet. Ich bin immer noch super stolz darauf. Und, äh, danke schön fürs Vorbeischauen. An all jene, die noch ein bisschen bleiben wollen und sich nicht ganz so doll für den Supermarket Simulator interessieren. Wir sind im Moment ausgewählt, diesen wunderschönen Fratz hier auszuprobieren. Das hier, der kleine Fratz hier, das ist Chat. Und Chat ist ein virtuelles Desktop-Tamagotchi. Und wie ihr gerade schon seht, mit Ausrufezeichen EatMe dürft ihr euch selbst auf meinem Desktop verewigen. Verewigen haben wir etwas klein geschrieben. Ihr dürft als Frosch durch die Gegend tüppeln und unserem kleinen Chat als Nahrung dienen. Wir müssen uns ab und zu um den kümmern, müssen ihn füttern, Häufchen wegmachen. Ihr dürft ihm Sachen sagen lassen. Wir sind im Moment in der Closed Beta und dürfen den kleinen Fratz hier schon mal testen. Und übrigens, euch zu essen, macht ihn glücklich. Ihr habt keinerlei Nährstoffe, ihr habt keine Kalorien. Ihr bringt absolut nichts. Aber ihr macht glücklich. So, wir machen schon mal für morgen den Einkaufswagen fertig. Also, wir brauchen Mehl, das ist komplett alle. Wir brauchen Nudeln, die sind komplett alle. Und das Öl ist fast leer. Nudeln, Öl und Mehl. Nudeln, Öl und Mehl. Nudeln, Öl und Mehl. Nudeln, Öl und Mehl. Öl, Nudeln, Mehl. dann nehmen wir die anderen zwei sachen auch einmal mit dann haben wir die einmal schon da und dann haben wir leider nicht mehr das geld um uns die lizenz zu kaufen doch die hatte 200 gekostet wir haben jetzt 90 80 ausgegeben das heißt wir können noch die lizenz kaufen so warte mal komme ich hier wieder raus ja verwaltung lizenz 200 so wasserflaschen was wasserflaschenkäse warte 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 ich habe dafür eine lizenz gekauft wasserflaschenkäse aber dafür brauche ich auch im kühlschrank kaffee eier müssen auch in kühlschrank mich muss in kühlschrank und t ok kaffee und tee können wir uns jetzt eh nicht mehr leisten das ist okay das ist gut aber jetzt wollen die leute das weiß gekauft haben das war ein fehler nach 21 uhr keine lieferung mehr falsche lizenz hey ich dachte nur die die leute 3 er lizenz haben das nicht bestellt ja ja alles gut mir ging es nur darum den den wahrenkorb zu füllen so ihr seid basically schokolade jetzt die kleinen die kleinen frokos hier ist halt basically schokolade ihr habt keinerlei nährwerte aber ihr macht glücklich und wir haben hier ein häufchen und das heißt wir müssen hier mal ganz kurz uns ein schäufelchen spawnen und das häufchen weg machen das häufchen ist noch ein bisschen buggy weil das so ein bisschen im 3d raum spawnen so und ich schmeiße dich einfach mal in die ecke so liegt jetzt irgendwo hinter mir liegt irgendwo hinter mir sehr gut dahinter mir kann es bleiben dann spawnen wir uns noch ein stück seife das verstecken wir auch einfach hinter mir sehr gut unser chat ist nämlich auch regelmäßig ein bisschen stinky ohja ihr seht das auch hier oben chat möchte kurz baden mal her chat wir waschen nicht kurz dann starten wir den neuen tag hallo jiri auch die ein wunderschön wunderschön bin ich verdeckt oder direkt gefressen worden bei mir springst du gerade nicht rum ich würde sagen wahrscheinlich wurdest du direkt weg gemumpft was wie kein kaffee ich kann ihn mir halt nicht leisten was soll ich denn machen so als allererstes oh wir bekommen am anfang des tages rechts oben sogar angesagt was heute besonders wichtig ist habe ich das gerade richtig gesehen so genau wir wollten alles einmal bestellen wenn wir die sachen nicht nachbestellen so wie das müsli dann hätten wir vielleicht das geld nee wir haben trotzdem kein geld für kaffee wenn wir bruderzocker nach hause nehmen okay leute kaffee oder tee kaffee oder tee was ist wichtiger das sind 20 packungen p oder acht packungen kaffee wir können aber den kaffee dreimal so teuer verkaufen wir nehmen den kaffee also können sich täglich ändern ja das stand hier gerade rechts oben ich habe aber nicht aufgepasst wir nehmen kaffee so damit ist unser geld futsch das heißt jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen was einnehmen und wir brauchen eh einen kühlschrank was kostet ein kühlschrank kühlschrank möbel kühlschrank 200 oder 375 ok auf den sparen wir jetzt gut erstmal einräumen der kaffee ist neu der kommt hier gleich der kommt ganz hier nach hinten damit die leute die kaffee wollen erst alles andere sich angucken müssen bevor sie an den kaffee rankommen so da müssen wir auch den preis noch einstellen ist ja neu nimm lieber gleich den großen ok dann sparen wir jetzt auch den großen kühlschrank 10 48 ist der marktpreis dann machen wir darauf mal 10 79 draus ach ja ich habe mir bisher noch gar nichts angeguckt ob die leute mit den preisen einverstanden sind aber bisher haben die alles gekauft oder haben bisher noch keine beschwerden gelesen ich soll immer einmal wieder zu machen und wenn dann kein symbol drauf ist dann habe ich den karton auch leer gemacht so die nudeln habe ich hier unten positioniert ok einer haben wir noch über die darf hier warte august zack und dann haben wir hier noch eine packung öl jawohl dann haben wir dann noch drei stück über die legen wir hier mal eben hin wunderbar dann können wir ja aufmachen 10 dollar für kaffee ne warte mal kurz wir müssen fünf stück verkaufen um den wieder drin zu haben weil wir haben 55 wir haben 56 gezahlt 56 das heißt wir müssten ja wir müssten sechs stück verkaufen damit wir es wieder drin haben bei fünf sind wir noch genau drunter so macht das mit den 9 cent in dem spiel sind ich hasse das schon im weh life aber hier macht es leider sind also ich sag mal aus psychologischer sicht ist es für viele so dass 3,79 für sie wesentlich billiger aussieht als wenn ich da 3,80 rein schreibe da ich aber selber diese 9 cent beträge so furchtbar ekelhaft finde habe ich zum beispiel bei mir im kofe shop immer runde beträge ich halte mich hier nur an an vorgaben ja gut das hat kurz geruckelt guten tag die dame sie bekommen 11 cent wieder bitteschön und zweimal zucker sogar 40 dollar moment und ich muss set beträge klicken klick ok wir ärgern die leute immer wenn sie uns zu viel zu großes geld geben dann ärgern wir die kurz und machen denen mal kurz angst denn die wir so tun als ob wir denen jetzt das gesamte geld in cent beträgen zurückzahlen nur um dann zu sagen ja ok ne so nächstes mal überlegen sie sich zweimal ja jetzt nehmen sie ihre cent münzen dankeschön 4 euro 3 das ist noch voll ok bitteschön es ruckert schon wieder chat chat hör mal auf zu schmollen ist deine froggos ich kann nichts erkennen chat chat no talk chat he angi chat jetzt isst deine froggis äh was wie 94 ach mädchen das muss doch nicht sein 94 dollar und 1 cent grösser der stapel größer ne ich kann das meiner maus auf dauer nicht antun ich will nicht dass die kaputt geht so bitteschön und ich muss ja an dem tag noch mehr kunden verdienen ich muss ja irgendwann geld verdienen wir müssen uns mal gleich um chat kümmern ich weiß nicht was chat hat er schmollt gerade mit uns äh 18 vier geht aus dem weg ich muss ihr touchpad bedienen die chat die chat übernehmen den laden er wird uns auch nicht essen ne irgendwie irgendwie er schmollt gerade oh das erste kaffee jawoll so möchten wir das haben die chat die chat sie bekommen raus 73 cent und 28 das sind zack zack eins zwei drei und tschüss dank schön 18 18 82 dankeschön da geht nichts zurück genau passend dankeschön wieder passend oh zwei kaffee verkauft dafür gebe ich ihnen auch gerne die 18 dollar und 42 cent wieder raus das wie geht es überhaupt zu mir geht sehr gut sweet hi ein büderchen wunderschön nein ich habe mich verklickt ja ich hätte ihn auch wieder einfach wieder rein nehmen können aber nein so funktioniert das nicht dies ist not how it works wenn ich es nicht genau treffe muss ich aber das spiel kommt nicht ganz damit klar dass ich auf und zu die poros anklicke so gut bitteschön guten tag ein schönes brot ein cent zurück dankeschön ein kaffee mit karte 10 78 79 für sie und zack sie bekommen raus kann ich ihnen nicht einfach drei dollar geben ok hier 75 85 90 92 zack dankeschön zack 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 da ist noch mehr kaffee verkauft aber ich mache gleich Licht an bleiben sie ruhig wird ja langsam auch ein dunkelbier man muss ja auch so ein bisschen an die kundenbindung denken so 15 54 und nochmal 9,50 Euro und zack 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 da ist noch mehr kaffee verkauft 23 23 50 60 67 so 1,01 Euro 1 tschüss wir haben einen laden komplett leer gekauft hä ist morgen die Apokalypse habe ich was verpasst guten tag der Herr wir haben leider nur noch Kaffee im Angebot möchten sie einen ja da haben sie ja Glück ist unser letztes Exemplar hey die haben wir den kompletten Laden mehr gekauft konnte Kaffee nicht finden Entschuldigung nee wir haben geschlossen wir haben nichts mehr Entschuldigung es tut mir ja leid okay Jade wir brauchen einmal alles wir waren fast beim Kühlschrank aber wir brauchen einmal alles so das kommt in den Kühlschrank das kommt in den Kühlschrank Kaffee der Rest muss in den Kühlschrank so was kostet uns das 200 ach du heilige bestellen wir morgen hattest du die Preise kontrolliert ich habe die Preise kontrolliert ja keine Sorge so wir beenden eben den Tag und bevor wir den nächsten kümmern den nächsten starten kümmern wir uns mal kurz um Chat warum warum bist du so sauer warum bist du so schmullig hm was stört dich du hast Hunger okay möchtest du ein Äpfelchen möchtest du ein Orangchen guck mal Chat 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 willst du Orangie warte ich glaube Chat ist hart Buggy Chat willst du einen Orangenschnitz Chat jetzt hör doch mal auf zu schmollen Chat 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 ja Orangie Bananer Och Chat jetzt schmoll doch nicht so jetzt sei doch nicht Buggy komm her da iss die Orangie iss die Orangie Kind los Chat iss die Orangie und danach ist die Froschflage weg ich schmoll wenn ich will no talk Chat hier Engie iss iss mein Kleider iss du musst noch Chat dazwischen schreiben Engie was ist denn gerade los Chat wartet mal wir gehen mal zurück zur Insel so ach jetzt geht's dir wieder gut Chat jetzt kann man wieder rumlaufen jetzt auch Orangie hui hui okay Chat wir gehen nochmal auf den Desktop ja ich will Supermarket Simulator spielen machst du jetzt wieder mit oder schmollst du jetzt wieder ist wieder gut gehen eigentlich Emotes leider nicht aber nice für den Try nice Try so Chat Chat läuft wieder rum Chat versucht wieder euch zu essen sehr gut dann können wir jetzt den neuen Tag starten und unsere Regale wieder einräumen Chat 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 geh mal wieder aus der Mitte raus ich muss hier ich muss hier auf mein Spiel lenken so Rippgeld bin ich zickig nein 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 Chat du hast meine Kartons umgeschmissen ich hoffe du schämst dich ein bisschen ja ja ich seh dich da auf dem Mailkarton ich seh dich da auf dem Mailkarton so wir hatten doch noch Sachen im Karton über ne hab ich alles schon wieder vergessen was war hier noch drin Nudeln Nani nein Nudeln nicht Nani Nudeln Hallo Quoranger wunderschön wunderschön auch wir sind jetzt unter die wunderschönen Supermarkteinkäufe gegangen nein keine FSK18 Einkäufe für dich Chat du zählst als Baby den Godzilla bis Kartons zerstören so benimmst du dich ja auch gerade wie so ein Rowdy wir machen den Zucker hier rein wir machen den Zucker hier rein Sali hat dich gerade groß und haarlich genannt und ein Bison nach dir benannt hat wie Sali wie gut hast du dich ganz unrecht ich bin groß und ich bin haarlich hey wir passen einfach das wollte ich gerade petzen haha wie gut sollt ihr nicht petzen gehen ok ich weiß von nichts ich weiß von nichts ihr Lieben oh Nani fies wir dürfen nix sagen Ferrari macht euch keine Sorgen ich sag Sali nix dass ich's weiß ich sag Sali nicht dass ich's weiß hahaha ich hab das bisher nie erfahren ich bin auch ja Bison so ein Buki Bison Typ ja das passt halt auch zu ja ja was für ein passender Clip einfach ja hier waren noch nichts drin ok ich finde es übrigens schön dass morgens beim Einräumen die Zeit nicht vergeht das ist so wie im echten Leben morgens wenn du deine ersten Arbeitsschritte machst vergeht die Zeit einfach so gar nicht so und jetzt könnte man hier daneben noch den Tee packen Möchte die was sexy bärtige Lady Dams Quora knuddeln ist da keine Lady so wir brauchen noch den Preis für Tee der Marktpreis liegt bei 7 7 nein ich kann nicht lesen können wir zahlen lesen der Marktpreis liegt bei 5,78 das heißt wir machen da 5,99 draus so ganz billiger Tee damit haben wir alles glaube ich zumindest einmal bestellt ne was wir gerade bestellen können dann eröffnen wir jetzt den Laden und erwarten ich erwarte eigentlich dass die uns jetzt leer kaufen wenn die uns jetzt leer kaufen haben wir immer noch nicht genug Geld für den Kühlschrank oder wenn wir es haben haben wir dann aber keine Produkte mehr das heißt wir legen schon mal ne wir legen nicht schon mal Sachen in den Warenkorb wir legen Sachen in den Warenkorb wenn sie fast aus sind so das heißt wir öffnen und gucken erstmal was die heute so kaufen ich hätte natürlich auch in den Markt gucken können was heute besonders gut läuft guck mal der Käse ist heute besonders teuer und die Wasserflaschen und der Zucker ja guck mal dann kaufen wir doch nochmal Zucker kauf mir direkt nochmal eine Packung ich bin gleich bei Ihnen ich müsste nur einmal kurz den Zucker einräumen ja so alles klar ich bin sofort bei Ihnen eine Sekunde ohlala Hallöchen junge Dame wenn ich doch nur 20 Jahre jünger wäre und nicht nebenbei einen Job als Kassierer hätte Dankeschön oh passen sogar perfekt Dankeschön bitte beenden Sie uns bald wieder konnte keinen Käse finden ich war noch auf Käse okay der Pfeil bedeutet Preissteigerung achso und nicht dass das besonders gerne gekauft wird sondern dass die Leute bereit sind mehr dafür zu zahlen oder dass ich mehr im Einkauf dabei zahle 6,66 Euro Diabolisch heute unterwegs war die Dame nein so rum gibt es Dino-Lagels im Sortiment noch nicht ich arbeite dran ich arbeite ich habe ja doch gar keinen Kühlschrank geschweige denn einen Tiefkühler guck mal ein Chat hängt schon wieder da unten rum komm mal wieder hier hoch Chat du hast Fokus essen rot weil du daran weniger verdienst okay grün bedeutet dass ich mehr verlangen kann und rot dass ich weniger daran verdiene jawohl fleißig alles rein in die Tüten alles rein jawohl so sehen wir das gerne guten Tag und dann sogar noch passend weil mit Karte 73 37 35 wollte sie nicht erschrecken war ein kleiner Jux unter Verkäufern die Zahlen falsch vorzulesen man kennt es so heute ist Kartenzahlung sehr beliebt oh ja das wird auch wieder ein Großeinkauf sehe ich schon und passend noch richtig krass die Dame so Tee ist noch gut dabei Kaffee ist noch gut dabei Mehl haben sie jetzt schon wieder die Hälfte gekauft und Chokopik auch Mehl und Müsli jawohl bin sofort bei ihnen ein packen Brot das verkauft sich wie geschnitten Brot hier das Brot verstehen sie da hätten sie Rüner kurz drüber lachen können war ein Bänger absoluter Bängerwitz hier Jugend von heute kein Sinn mehr für Humor so Toast für 3,99 geht das im Koop das wäre so cool das wäre so cool wenn das im Koop gehen würde ich würde dich sofort als Kassierer anstellen sofort oder als Regaleinräumer genau ja guten Tag bieb 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 das ist Musik in meinen Ohren und sogar passend das liebe ich am meisten an Kunden wenn sie wissen wie man passend bezahlt 5 Cent und dann hier nochmal 4 Dollarchen dazu bitteschön jetzt weiß ich nicht ob ich stolz sein soll oder nicht ja tja das weiß man nie bei mir äh 1 63 ne 62 ah hätte ich einen Fastencent zu viel gegeben schickes Kleid wo bekommt man das her? ja ich bin der beste Kassierer Regaleinräumer Faktgerät Deutschlands der ganzen Welt ein Faktgerät Bediener so ein brauche ich unbedingt ha passend gezahlt wie nett die kommen aber ganz schick ganz frisch vom Friseur war 2 Cent dann einmal 5 oh da hätte ich ihnen 25 geben können wartet kurz das nehmen wir nochmal zurück und dann nochmal 3 Dollarchen bitteschön guten Tag die Dame wir kennen uns ja schon wir sind uns schon mal begegnet 55 Cent zack zack bitteschön oha schicke Friseur sie müssen sich doch das Einkaufen nicht so schick machen alles im bestes der Ordnung sie können doch hier auch einfach normal einkaufen ohne schick machen dankeschön so was müssen wir als nächstes nachbestellen das Brot geht langsam aus und das Öl was sagt unser Geldbestand oh wir sind so kurz vor dem Kühlschrank Leute was habe ich eben gesagt Brot und Nudeln und Öl oh ich mache ihnen schon mal Licht an Ware wird auch gleich nachgeliefert jawohl ich habe sie gehört bin sofort bei ihnen ich räume hier nur noch kurz die Nudeln ein ja so den Karton lassen wir mal eben kurz hier stehen guten Tag die Damen Dankeschön für ihre Geduld sehr freundlich äh 11 98 zack dann hier nochmal 10 warte warten sie kurz ich kann es nicht lesen 79 ja Gworak ich warte drauf dass wir das im Multiplayer spielen können damit ich dann auch zu damit du dann als Kassierer zu mir rüber rufen kannst so Tjari Tjari was kosten die Kondome das junge Mädchen hier das möchte Kondome kaufen Kondome für ihren Freund nicht was kosten die denn ich bin so alt ich weiß sogar noch was ein Packsgerät ist ich weiß auch was eins ist aber ob ichs bedienen könnte ähm möchte ich nicht herausfinden ich möchte nicht in eine Situation kommen wo ich eventuell eins werde bedienen müssen weil das peinlich werden könnte Dankeschön. 17,08 Euro. Genau, da habe ich auch gerade gedacht. Sehr gut geworden. Wir sind so erliked. Wir brauchen mehr Kaffee. Wir brauchen Kaffee und Tee. Ja, das war es wieder mit unserem Kühlschrank. Dankeschön. So. 2,63. Dankeschön. Jawohl, wir machen hier nochmal mit Karte. 9,64. Ah, kennen Sie noch damals Nintendo 64? Ja, ja, kennst du, kennst du, kennst du? Äh, 69 Cent. Ha, da ist aber jemand ganz witzig, der Herr. 4,69. Der ist aber ganz, ganz lustig, der Kerle. Ich zeig dir, wie man lustig ist, ja? Ich geb dir jetzt lustig. Welche Witze kannst du bei anderen Verkäuferinnen machen? Aber nicht bei mir, Freundchen. Nicht mit mir. Ich zeig dir, was passiert, wenn man sich über mich lustig macht, ja? 4,69. Geh mal aus dem Weg, Kaffee-Klopper. Ich muss hier Set-Stückchen klicken. Morag, husch! Ich geb dir gleich 4,69, ja? Herr Koenig, salüche, der Wunderschön, Wunderschön. Zeige dir, die macht der Set-Stücke. Du willst mir 69 sagen. 4,69. Also 4,69 ist dein Begehr. Ich geb dir 4,69. Danke schön, das war ein wunderschöner Einsatz, der Sound-Alert. Moment. Da müssen wir uns mal kurz eine Markierung setzen. So, Junge. Janni aus der Bahn. Nein, kein, kein Set. Kein Euro. So, der Herr. 4,69? Das halte ich von ihrem 4,69. Gehen Sie damit nach Hause. Küssen Sie Ihre Frau. Schenken Sie ihr Blumen. Oder echte Aufmerksamkeit. So, ist uns hier was ausgegangen? Nee, hier standen die ganze Zeit über Nudeln. Beziehungsweise das Fach war die ganze Zeit über leer. Gut, 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 gut. Erstmal zweite Einkaufstasche, du bist rückgelt. Hey, wenn er mir mit 4,69 kommt, dann komme ich ihm mit der Macht der Set-Stücke. Ganz einfach. Zehn Produkte nicht gefunden, aber 16 zufriedene Kunden. Einem wunderschönen, wunderschön. Einen wunderschönen, wunderschönen, Frau Jächer. Du hast gerade verpasst, wie wir einen sehr frechen Kunden nur mit Centbeträgen abgespeist haben. Niemand fand unsere Produkte zu teuer, Leute. Ich glaube, unsere Sachen sind zu günstig. So, Puderzucker ist heute ein bisschen teurer, aber wir brauchten erstmal Kaffee und Tee. Puderzucker haben wir noch da, aber Mehl müsste man auch nochmal nachbestellen. Yippie! Mehl? Oh, jetzt habe ich natürlich einmal extra Fassant gezahlt. Mmh. Hallo, wir schmeißen hier einfach meinen Tee auf den Boden. Oh, Hermes. Mal wieder. So, der Rest kommt hier in die Ecke. We trust you will be a great asset to the company. Great, great asset to the company. Great, great, great asset to the company. Asset to the great, great asset to the company. Wir sind ein great, great asset to the company. Wisst ihr, wer auch ein great asset to the company ist? Gworak, Fee und Chago, wie wir nächsten kommenden Mittwoch im Thousand Sasa Stream endlich wieder die Chance haben, ein great, great asset to the company zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch mit uns, denn es wird absolut geil aus und können wir endlich in das neue Update von Stardew Valley reingucken. So, ich würde sagen, das läuft. Wir trinken noch einen Schluck und dann machen wir den Tag auf. Es ist sehr angenehm, dass ich morgens keinen Zeitdruck habe, muss ich schon sagen. Wenn die Kundschaft einem dumm kommt, bekommt sie das Wechselgeld in einen Centstück. Dann mache ich die Münzrolle erstmal für die auf. Ist so, Frau Jecher, und der kam mir gerade mit 469 an. Was soll ich nicht dazu sagen? Was soll nicht da anders reagieren, außer ihm mit Centbeträgen auf den Sack zu gehen? Geht doch gar nicht anders. So, kommen Sie rein, wir haben Kaffee und Tee und Öl. Öle mich ein, Vibe. Und Sie sind einfach vorbereitet. Verstehen Sie? Nein? Vielleicht einen Kaffee? Sie sind aus, Sie sind aus, als könnten Sie einen Kaffee vertragen. Kommen Sie rein, kaufen Sie sich Kaffee und machen Sie ihn sich zu Hause. Ey, es hat funktioniert. Oh mein Gott, er kauft sogar wirklich Kaffee, er kauft Tee. Das ist nicht Kaffee, aber es ist egal, der Versuch zählt. Was bekäme er bei 420? Na, kannst du mal überlegen, wie lange das dauert, die Centstücke da abzuzählen? Bitte schön, der Herr. Einfach einen Laden aufmachen und alles mit 69 bepreisen. Wie Tee, der bekommt auch nur Centstücke. Wenn es ab und zu so aussieht. Da ist schon wieder einer mit 69. Was ist denn heute mit euch? Also wirklich. Der Nächste, der damit ankommt, kann nach Hause gehen, ja? Eh. Meine kleinen Froggos. Wo ist denn schon wieder? Chad, Chad. Du sollst doch die Froggis essen. Ich habe die Null vergessen, das hat trotzdem funktioniert. So. Chad, jetzt isst doch mal ein bisschen was aus dem Chat raus. Wir müssen schon wieder neues Brot kaufen. Wobei, nee, eigentlich reicht das noch. Wenn wir uns jetzt gut anstellen, Chad, dann kriegen wir unseren Kühlschrank. 14, 12. Ja, 98, äh, 89. Ja, wir sind so kurz davor, unseren Kühlschrank zu bekommen. 1,55. Bitte schön, die Dame. Ich habe heute so gute Laune. Zack. Jawohl, sogar passend, Madame. Und ich kann mir einen Kühlschrank leisten. Kühlschrank. Mir wurde gesagt, ich soll am besten gleich den Doppelten nehmen. Und wie drehe ich das denn? Drehen. Komm, das macht mir so als Aushängeschütte. Du kommst hier rein, weil du das willst und währenddessen läufst du dann vorbei. Wenn ich so, um Brot könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Oh, habe ich eigentlich noch Zucker? Oh, ich weiß es nicht. Ich nehme mal lieber noch einen mit. Genau so wird das laufen. So, guten Tag. Hier nochmal Nudeln. Dankeschön. Sogar passend. Wunderbar. Und dann habe ich hier jetzt noch Zeit. Äh, Wasser. Wie viel haben wir noch? 9. Wir haben schon wieder 69. Was ist denn heute mit dieser Zahl los? Da ist Käse. Eier. Und Milch muss bis morgen warten. Dankeschön, Madame. Na ja, ein Cent zurück. Mit Dank. Ich bin sofort bei Ihnen. Warten Sie mal kurz. Ich müsste mal kurz den Kühlschrank bestücken. Argonix Nightful sagt, das ist japanischer Tee. Das ist völlig okay. Das darf ja ruhig japanischer Tee sein. So, dann machen wir hier den geilen Käse rein. Von Comte. Comte, Comrade. Und für diejenigen von Ihnen, die nach dem ganzen Geschopfe hier so richtig durstig sind, machen wir genau auf die Augenhöhe die schönen Wasserflaschen. Guck mal, sogar zwei Stück. Mit ein bisschen Bückware noch mit dabei. Wir müssen hier noch ganz kurz Preise einstellen. Ja, geht sofort weiter. Komm, wir machen das Meme mit. 420 für die Eier. Ähm, das Wasser machen wir mal bei 3,50. Hat er sich jetzt da gerade in Wasser rausgeklaut? Und ein Käse für 3,75. Hat er sich da jetzt gerade in Wasser rausgesnackt? Oh, Öl. 25 Cent zurück. Komm mal, Jiri. Ich habe dich ganz kurz gerettet, aber war leider nur ganz kurz. Zack. 14,57. So. 10, 1, 2, 3, 4. Jawohl. Und ein Häufchen hat er auch noch gemacht. So mitten auf die... Äh, 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 hier auf das Fließband. Dankeschön. Äh, jawohl. 31,68. Aber haarscharf, Madame, haarscharf. Ich habe sie im Auge, ja. Ich behalte sie im Auge. Solche Faxen machen sie hier nicht mit mir. Das können sie woanders machen, diese Spielchen. So, 9,30 Euro. Einmal Mehl. 3,79. Rot. Jawohl. Perfekt passend. Äh, 22. Und 34. 30, dann machen wir auch 30. 1, 2, 3, 4. Bitteschön. Ich mache Ihnen gleich das Licht an, ja. Wenn Sie dann rausgehen, damit Sie nicht stolpern. Dankeschön. So, die Nudeln sind schon wieder alles. Brot ist alle. Wir können auch nicht mehr bestellen. Nudeln, Brot. Warte, noch ist nicht neu, noch können wir bestellen. Dankeschön. Ach, schon wieder 69. Das reicht aber langsam hier. Der nächste bekommt aber eine. So, 10,70. 21,70. 21,70. Und 46. Bitteschön. Nur ein Käse? Ja, kenne ich. Manchmal vergisst man einfach den Käse. So. Guten Tag. Ich muss mal kurz nachlegen. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Ich räume hier nur Regale ein. So. Und nochmal Nudeln. Bin gleich bei Ihnen, der Herr. Bisschen Geduld. 23. 23. 07. Entschuldigung, ich spät war. ein langer Tag, ja. So. Legen wir nochmal den Tee nach. Der Kaffee ist schon wieder alle. Zack. Zack. So. Der Käse ist fast alle. Was haben Sie sich quasi gar nicht verkauft? Kaffee, Mehl, Käse. Kaffee, Mehl, Käse, Öl. Kaffee, Mehl, Käse, Öl. Kaffee. So ein Müsli da? Ja. Kaffee, Mehl, Öl. Und Käse. Gut. Kaufen wir morgen. Tag abschließen. Kaffee, Mehl, Käse, Öl. Dankeschön, Frau Jächer. Ja. Bier in den Kühlschrank stellen, dann läuft der Laden. Ich warte darauf. So, Bestellkosten, Erweiterungskosten, Miete, Rechnungen. Insgesamt der Profit minus 240. Das ist okay. Das machen wir jetzt so nach und nach wieder wett. So, aber vorher müssen wir einmal ganz kurz das Häufchen hier wegmachen. Ne, geh nur mal kurz weg. Geh nur an deinem Häufchen. Jawohl. So, Chad ist auch schon wieder muffig. Da brauchst du gar nicht rumschmollen, du wirst jetzt gewaschen. Hallo? Die Seife wäscht heute nicht richtig. Jetzt. Stehen bleiben, sonst geht nur wieder ins Auge, Chad. Schön still halten. Genau. Schön hinsetzen. Sitz. Gleich geschafft. Jawohl. Fein, fein. Und nächsten Tag. Lebe noch. Das tust du. So, Schwarzteer und Puderzucker ist heute ein bisschen teurer im Ankauf. Das ist schlecht. Wir brauchen nämlich neuen Kaffee. So. Gehen wir mal wieder euch der Bahn, Chad. Wir beginnen mit dem Käse. So, dann Kaffee. Ich glaube, dafür muss ich bald einfach ein zweites Regal aufmachen. noch mal Öl. Nochmal Öl. Das ist voll. Das ist voll. Erweiterung. Erweiterung. der BK ist. Der BK ist. Auf jeden Fall kein Baumarke. Und Pommes zu holen. Aber freut mich, dass du daheim bist. Burger King. Das ist in meinem Gedankengang nicht so richtig drin. Gut, dass du es erklärst. Dankeschön. Da ist ja wieder Ferrari. Tütüt. Der kommt immer mal wieder vorbei, aber nie in den Laden. Der fährt immer nur vorbei. Haben wir ja nicht irgendwelche offenen Rechnungen gerade. Oh, das ist aber ein Großeinkauf. Da haben sie ja ein bisschen was vor. 40 Cent zurück. Machen wir. Kaffee und Brot. Das klingt nach einem sehr ausgewogenen Frühstück. Bier. Euro. Und... So. 43 Cent. Dankeschön. Jawohl. Zwei Fläschchen Wasser. Vielleicht noch ein bisschen Öl mit dazu. Und was darf es noch sein? Noch ein paar Eier. Eier? Wir brauchen Eier. Hat mein Urgroßvater schon immer gesagt. Passt auch gut. Zum Kaffee. Jawohl. 32 Cent zurück. War ja fast passend. Sehr gut gemacht, Madame. Guten Tag. Oh, heute ist aber wieder ein Großeinkauf. Oh, ist sogar noch mit Nudeln und Käse. Das wird ein geiler Auflauf. 29,96 zurück. Warten wir mal kurz. Fangen wir mal von hinten an. So. 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 2,96. Ein Zwanni und nochmal zwei. Dankeschön. Wir sehen uns bald wieder. Schickes Sommerkleid, Madame. Muss ich schon sagen. Man merkt, Sommer ist doch meine liebste Jahreszeit. Also völlig unabhängig von den Klamotten. Einmal Tee und Käse. Gebt nochmal zurück. 10, 28. Ne, 26. Mein Fehler. Mich kurz verlesen. Oh, das ist ein Großeinkauf. Da kommt die Familie zu Besuch am Wochenende. Ich sehe es genau. Und sogar passend. Die Dame hat mein Herz. Genau 3 Dollar. Muss man auch erstmal hinkriegen. Good job. Und da sind wieder die Men in Black undercover unterwegs. Wenn jemand fragt, ich habe sie nicht gesehen. Keine Sorge. Kein Blitzding ist notwendig. Ich erinnere mich jetzt schon nicht mehr an sie. Oh, da wird auch wieder ein Großeinkauf getätigt. Das Chocopie ist alle. Sekunde. Ich muss noch eben ihr liebstes Frühstück nachbestellen. So. Jawollo. Ach du und vier. Oh. Das ist aber... Kleiner hatten sie es nicht mehr, wa? Zack. Bitteschön. Easy. Zwei lecker Brote. Dafür gibt es zwei Cent. Für jedes Brot ein. 4,45. Das ist doch mal eine schöne Zahl. 4,45. Und 1, 2, 3, 4. Bitteschön. So. Dann räume ich es lange schon mal ein. Damit ihnen das schöne Frühstück auch nicht ausgeht. Guten Tag. Ich räume hier kurz um sie herum ein, ja? Lassen sie sich nicht vor mir stören in ihrem Einkauf. Ich stehe hier nur so ein bisschen. So. Ansonsten ist noch alles vorrätig. Der Kaffee ist schon wieder ein bisschen mager. I don't like this. Wir nehmen noch ein bisschen Kaffee mit, ja? So. Käse und Kaffee. 71 Cent. Bitteschön. Oh. Nochmal ein großer Einkauf. Ganz viel Zucker und Ei. Zucker Ei. Gibt's da? Ja, ich kann immer irgendwas Dummes labern. Öl und Tee. Bitte nicht zusammen verwenden. Das könnte ein bisschen ekelhaft werden. Dankeschön. So. Dann schnappen wir uns hier einmal kurz den Kaffee. Jawoll. Ich bin gleich bei Ihnen. So. Wieder zumachen. Und da in die Ecke stellen. Bitte nicht von da hinten bedienen, ja? Die sind noch nicht im System. 22,51. So. 27 Cent. Kriegen wir easy hin. Dankeschön. Dann machen wir hier schon mal Licht an, weil es langsam dunkel wird. Ah. Hier haben wir noch sieben Stück auf Brot. Hier nur noch drei. Brot und Öl. Brot, Öl und Tee. Äh. Dankeschön. 1,78. Brot, Öl, Mehl, Zucker. Wir sehen unsere Nudelvorräte aus. Die sind noch gut. Nudeln reißt sich gerade keiner drum. Wir nehmen aber noch einen Packen Tee mit. Ja. Bin sofort bei Ihnen. Dann musste ich noch kurz nachbestellen. Das wäre jetzt nicht mehr gegangen. Die Bestellung musste jetzt noch raus. Oh. Nach dem Kühlschrank habe ich jetzt gar nicht geschaut. Unsere Eier sind natürlich auch so gut wie alle. 34, 47. Bitteschön. Ja, die Sachen können ruhig im Moment draußen stehen. Das stört keinen. Die Leute hier sind ehrliche Häuter. Ja, heute. Er klaut schon keiner. 11,98. Jawohl, Frühstücken uns. Ja gut, wenn man es nicht kleiner hat, wa? Aber die Sorte gibt es halt nur bei uns. Deswegen beehren sie uns gerne bald wieder. 28, 35. Bitteschön. So. Und jetzt räumen wir noch kurz das Regal ein. Oh, Einkunde kommt noch. Guck mal, wie schön wir hier stapeln. So. Der Rest kommt wieder zu. Und raus bist du. Jawohl, bin gleich bei Ihnen. Ich müsste hier noch kurz einmal Regale einräumen. Das könnte ich auch nach Feierabend machen. Mache ich aber nicht. Dicker Bildchen. Jum, 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 jum. Ja, sehen Sie nämlich, da gehen die ersten Sachen schon aus. Und niemand von uns möchte in einen Laden gehen und feststellen, dass das Brot gerade alle ist. So. Da machen wir noch mal das Öl. Bitteschön. Zack. Und jetzt habe ich wieder Zeit für Sie. Danke für die Geduld. Ich habe ein Päckchen Brot. Sehen Sie, Sie haben das letzte gekauft. Was ist passiert? Ich musste direkt Neues einräumen. 2. 62. Bitteschön. Kaffee. Oh, Sie haben heute aber noch was ganz Schickes vor. Dankeschön, dass Sie passend zahlen. Madame, Sie kommen aber ein bisschen häufiger vorbei. Danke. Beenden Sie uns wieder. So. Der Käse ist fast alle und die Eier sind alle. Die legen wir schon mal für morgen in den Warenkorb. Milch, Eier, Käse. So. Von der Milch bekommen wir 16, von dem Käse 9, von den Eiern 12. Die Eier haben jetzt auch ein, zwei Tage gehalten. Das Wasser läuft irgendwie nicht so gut. Der Käse, ja, ist okay. Ja, wir lassen es erstmal dabei. Machen wir erstmal so Nachbedarf. Müssen wir nicht übertreiben und dann steht der Käse hier drei Tage rum. So. Tag beenden. Ferraria, wunderschön, wunderschön. Willkommen zu Zari ignoriert den Chat und spielt die ganze Zeit über den Supermarkt-Simulator. So. Aber du bist hier so permanent beschäftigt, dass ich es echt schwer finde, noch nebenbei groß in den Chat zu gucken. Noms. So. Wasserflassen sind heute etwas weniger wert. Wir hatten den Einkaufskorb schon vorbereitet. Das heißt, wir müssen hier jetzt nur noch kurz einräumen. So. Dann haben wir hier noch lecker Eier. Eier, wir brauchen Eier. Am liebsten hätte ich ja von jedem so zwei Regale, damit wenn ein Regal leer ist, ich das andere einfach nachfüllen kann. So. Milch. Hier wäre das zum Beispiel gerade so, dass für mich der Karton schon leer aussah. Da waren aber noch welche drin. So. Kaffee hat man hier noch welche auf Vorrat. Aber auch nur zwei. Da sollten wir vielleicht auch direkt noch was nachbestellen. Kaffee ist halt so ein Dauerbrenner, wa? Und Tee haben wir jetzt gerade erst aufgefüllt. Da sind noch einige da. So. Das heißt, als nächstes müsste ich eigentlich Brot nochmal nachbestellen und Kaffee. Und nochmal Chocke. Aber jetzt machen wir erstmal auf. Gucken wir erstmal, wie es läuft heute. So. Jetzt habe ich wieder fleißig am Streamen. Wir waren anstrengend nicht. Nö, nö. Also wenn ich merke, hey Leute, heute ist mir einfach zu viel, dann nehme ich mir auch das Recht raus, einfach mal einen Stream abzusagen. So. So. Das nächste, was wir brauchen werden, ist Chopic. So. Chucky Pea. Äh. Brot. Wahrscheinlich Käse und Ei. Und Kaffee. Habe ich dann aufgemacht? Ja. Da kommen gar keine Kunden. 140. Boah. Komm, nehmen wir das. Und wie war das mit der Erweiterung? Die hat 350 gekostet, ne? Und irgendwas war noch mit Rechnungen? Oh. Bitteschön. Miete müssen wir auch bezahlen. Ja, guck mal. Und weg ist unser Geld. Zack. Hier, 350 für eine Erweiterung. Und neue Lizenzen können wir uns auch schon holen. Erdnussbutter, zweite Sorte Mehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis und Salz. Oh, guten Tag, die Herrschaft, ich bin sofort bei Ihnen, ja? Ich trage die nur hier eben kurz rein. So. Kaffee. Eier. Oh ja, die Milch ist noch neu, die müssen wir ja noch einstellen. No. Die haben bestimmt alle keine Milch gekauft, oder? Ähm. Von 250 gehen wir auf 2,99. Ne, das sind noch 8 und 8 da. Da hat noch keiner was von weggenommen. So, dann haben wir hier noch Käse. Den packen wir hier einfach so nebendran. Das ist okay, der kann ruhig da ein bisschen ungekühlt stehen. Ich sag's Ihnen doch, ich bin gleich bei Ihnen. Bitte halten Sie an sich, es geht sofort los. Bin hier halt leider in einem Mann- oder ein Frau-Betrieb. Damit muss man halt rechnen, dass es sich dann auch hier und da mal verzögert. So, jetzt bin ich ganz für Sie da. Alles klar, ein wunderschön, wunderschön. Wir kassieren hier auch ganz schnell und holen das alles wieder auf. Keine Sorge, Ihre Lebenszeit ist nicht vergeudet. Sie durften ja schließlich mal eine wunderschöne Präsenz lauschen. 4, 50, 70, 74. Zack, 70 Cent und noch eine oben drauf. Mit Karte, jawohl, 38, 31. Jawohl, passend. Dankeschön. Es wird Zeit, dass diese komischen Set-Scan-Kassen kommen. Kennen Sie die schon? Kennen Sie die? Da können Sie selber den Preis eingeben für Ihre... Okay, verlassen Sie mich halt mitten im Gespräch. Dankeschön. Danke, dass Sie es passend hatten. 18, 11. Wunderbar. Nur ein Käffchen, sonst nix. Naja. Müssen Sie wissen. Jawohl, der nächste Großeinkauf. Chat, geh doch mal da weg, Chat. Ruhig. Ich kassier hier. So. Genau. Ist lieber Jiri. Lieber mal Jiri anknabbern. Oh, und der feine Herr im Smoking. Gerade von der Hochzeit rein in den Supermarkt. So kennt man es nicht, war Frauen? Hehehe. Dann nicht. Der ist noch im Honeymoon-Modus. Jawohl, dankeschön, dass Sie es passend haben. Ich muss auch gleich einmal gucken, was ich jetzt alles nachbestellen muss. Sie kaufen mich ja fix und alle. Ich bin ja gleich leer, wenn das so weitergeht. So. Zack, zack. Zwei Wasser. Mach genau sieben. So. Was haben Sie mir denn jetzt alles leer gekauft? Öl ist noch da. Nudeln ist noch da. Müssen wir bald nachbestellen. Brot ist noch da. Der Kaffee ist schon wieder alle. Leute, wir brauchen mehr. Wir brauchen extra ein Regal für Kaffee. Wir brauchen ein zweites Regal für Kaffee. Der Zucker ist fast alle. Der Rest geht noch. Und das Wasser und der Käse sind gleich alle. Käse haben wir noch. So. Aber das Wasser ist gleich leer. Jawohl. 1-74. Zack. Mit Karte? Jawohl, wackeln Sie doch nicht so. Ich musste ihn auch aus der Hand nehmen. Oh, dann war's langsam mit dem Wasser. 10-33. Moment, ich müsste mal kurz neues Wasser bestellen. Lizenz. klar und neues wasser was wenn wir schon dabei sind nehmen wir noch mit die erdnussbutter die spaghetti den reis und das salz ich habe gar nicht genug platz für den ganzen krempellicht ich brauche erst ein neues regal ich mache ihnen gleich lichtern ja ich wäre auch nichts so jetzt aber 23 cent noch mal mit karte 4 570 dann haben wir noch mal kaffee öl und tee gute kombination 2 68 knapp dran madame 67 sie machen sie mal heute ein bisschen spannend war hallo noch mal schöne frau und ein paar eier jawohl genau fort wenn die dabei ist sehr gut so möchten wir das haben so ich bräuchte das salz so bei interessiert mich überwiegend das wasser den reis kann man noch schon mal hier reinstellen wissen sie was machen wir gleich machen wir gleich wir machen erst noch die kunden fertig ja kunde ist könig jawohl möchte sie ja nicht aufhalten hier 71 auch wieder zwei daneben gut nachgedacht der herr konnte wasser nicht finden ich war doch dabei kann man muss sagen ich sehen ich war doch dabei nachzufüllen aber sie wollten ja unbedingt zuerst bedient werden dann haben wir hier noch erdnuss butter die würde ich natürlich gerne zum brot hinstellen so und die wasserflaschen wir brauchen noch neue nudeln so milch ist noch da eier sind noch da kaffee müssen wir schon wieder nachbestellen zucker kaffee zucker nudeln kaffee zucker und nudeln kaffee zucker und nudeln ja kaffee zucker und nudeln und danach war man auf neues regal weiß nicht vergessen für die neuen sachen ja sehr gut gut mitgedacht was habe ich eben gesagt zucker kaffee nudeln so und dann muss man noch einen preis einstellen für die neuen sachen die milch ist eingerichtet aber das salz ja handelsübliches päckchen salz für 2,50 geht voll klar und dann haben wir noch die lecker erdnuss butter die die machen wir 5,99 ist im angebot so haben wir sonst noch neue sachen mit drin den rei boah fast 7 dann machen wir doch 7,17 ist ein bisschen günstiger so und dann hier 6,62 machen wir hier auch 6,99 draus dann sieht das ein bisschen schicker aus wissen die ja hier könnte man zum beispiel auch noch so 4,99 draus machen lebensmittel werden halt immer mal teurer damit muss man leider leben dann machen wir hier ja noch 7,17 damit komme ich klar 3,99 5,99 2,50 gehen wir hier auf 2,49 runter ach was nö 3,33 für die nudeln 6,99 für spagetti warum kosten die spagetti denn bitte doppelt so viel wie normale nudeln das ist ja furchtbar gut und der dauerbrenner choki pic ist natürlich immer noch vertreten gut 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 was kosten so ein neues regal 200 kostet so eins ich würde auch sagen eins kriegen wir hier noch in den eingangsbereich rein oder so hier hinten in die ecke und danach müssen wir uns auch eine erweiterung kaufen das heißt hier kommt noch einmal der müll weg und dann beenden wir den tag so zack habt ihr gesehen er hat den cursor gefangen so insgesamt der profit minus 200 ist noch nicht unser bester tag oh eier können heute ein bisschen teurer gemacht werden marktpreis 4,80 euro da bin ich ja weit drunter dann gehen wir auf 5,50 hoch und was war das andere moment wir gehen nochmal kurz in den markt zu den produkten der käse ist heute nicht so viel wert die erdnussbutter ist heute teuer käse marktpreis 2,40 dann machen wir 2,99 euro heute sonderangebot und die erdnussbutter ist mit 5,80 mit 5,80 bin ich dann ja immer noch weit drunter dann gehen wir auf weit drunter mit 19 drüber dann bin ich da ja nur haarscharf drüber dann gehen wir hier bis auf 6,50 rauf so wir wollten nachbestellen und wenn wir schon dabei sind und uns noch was leisten können fehlt uns noch das Mehl das Olivenöl das Mehl können wir uns jetzt schon nicht mehr leisten dann bleibt man dabei so das Olivenöl hätte ich natürlich gerne neben dem Öl stehen funktioniert jetzt aber nicht kommt hier hin das sieht ein bisschen aus wie Spülmittel wenn ich da ehrlich sein darf würde ich verwechseln ist der Marktpreis der Durchschnittspreis der Ware im Handel mit Kunden ja würde ich jetzt so sagen das was Konkurrenz im Schnitt verlangt ah und wenn ich da zu weit drüber oder drunter bin dann kaufen sie es natürlich nicht also wenn ich zu weit drunter bin mache ich keinen Gewinn mehr und wenn ich zu weit drüber bin kaufen sie es halt woanders so ich hätte gern boah 5,99 oh Entschuldigung 5,99 dafür man muss ja auch zusehen wo man bleibt so als Verkäufer ne so dann haben wir noch einen über packen wir hier nochmal hin dann haben wir nochmal Kaffee Kaffee ist quasi immer schon mal aus das müsste dann noch dafür sorgen dass wir weniger los werden oder achso achso warum die auf einmal mehr verlangen weil vielleicht der Einkaufspreis auch steigt oder so keine Ahnung er hat es einmal kurz geleckt so Zucker können wir auch noch ein bisschen auf Vorrat haben dann würde ich das sagen sind wir noch wieder gut aufgestellt dann sparen wir heute mal auf unser schönes Supermarktregal um noch mehr kunden glücklich zu machen so kommen sie rein können sie raus gucken wir haben Fenster nicht zum verkauf aber zum benutzen einfach beste Werbung wir haben Kaffee, Tee, Wasser alles was das Herz begehrt an Getränken oha sie haben Zwillinge Spannende Sache was es nicht alles gibt da hinten wird schon wieder Hochzeit gefeiert jawoll der Herr sie haben meinen Aufruf gehört wir haben jetzt auch Reis und Spaghetti im Angebot und ganz neu die Erdnussbutter perfekt zu jedem Brot Eieieie Hallöchen wirbens an allen denen ich jetzt nicht explizit Hallo gesagt habe ein ganz allgemeines Hallo und Willkommen Entschuldigung geht wieder so viel Salz der muss ein Liggerfletschenspieler sein Dankeschön kein Wechselgeld perfekt zack 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 ja das gute Mehl das kommt noch sobald der eine Platz Mehl da aufgekauft ist kaufen wir mal noch das gute Mehl ja jawohl bin da bin da wer noch Dankeschön siebzehn achtund siebzig siebundachtzig siebundachtzig waren es übrigens so bitteschön jawohl fünfunddreißig dreißig zwanzig Dankeschön bitte beehren sie uns bald wieder ich hole schon mal das Mehl rein jetzt brauchen wir nur noch einen treuen Kunden der uns das eine Mehl da abkauft oder ich muss mir einen Karton für Mehl kaufen so jetzt ist ein der Käse ist zu teuer mit 2,99 wir gehen wieder runter auf 2,59 die wollte auch nur Käse ne es ist nicht so als hätte sie jetzt den Rest stehen lassen sondern die hat tatsächlich einfach jetzt alles alles andere auch sein lassen wenn ich meinen Käse hier nicht kriegt dann kaufe ich hier gar nicht ein jetzt so bitteschön ich kaufe mir jetzt ein Packen Mehl das ist doch nicht zum aushalten hier muss ich sonst noch irgendwas kaufen die Nudeln sind schon wieder fast aus das Öl Nudeln und Öl Nudeln und Öl und Milch Nudeln, Öl, Milch Nudeln, Öl, Milch und dann wollte ich ein Packen Mehl kaufen so Dankeschön 21,92 33,31 ne 6,69 aha da ist aber wieder jemand witzig da ist heute wieder jemand witzig ich hoffe sie haben keine Hochzeit auf die sie heute noch gehen müssen der Herr ich hoffe sie haben heute keine Hochzeit mehr der sie noch bei wohnen müssen zum Beispiel als Trauzeuge das wäre ja furchtbar wenn sie da als Trauzeuge oder gar als Bräutigam zu spät kommen würden weil sie einer anderen Kassiererin die 69 vor die Nase gelegt haben ja äh Jiri aus der Bahn ich muss da klicken halluchidimi ja wuderschön wuderschön so finden sie nicht witzig? ich auch nicht nächstes Mal überlegen sie sich zweimal ob sie das machen wollen ja so bitteschön ich wünsche ihnen noch einen wunderschönen Tag oha nichts als Salz gehen sie doch einfach oh das Salz ist zu teuer gehen sie doch einfach Ligaflätzen spielen geht viel schneller 19,69 was habe ich denn jetzt gesagt? 98 fange ich auch schon damit an toll Chat, du hast ein Häufchen gemacht mitten in meinen Bildschirm hinein ich will doch hier nur Kunden abkassieren ach du heilige ja kleiner ging es auch nicht mehr wa? bitteschön ja jawohl 30 94 ich mach ja mal kurz Licht an so 19,97 29 0 6 was? du konntest mich nicht finden oh no die steht noch draußen nein nein einen wieder zurück so 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 jawohl genau 7 Dollar 1 T macht 5,99 also wenn ich eher einkaufe kann ich ja schon mal anfangen hier oh guck mal sie haben das Mehl leer gekauft good job so was ist jetzt in meinen Kartons alles drin war? wenn ich das jetzt noch wüsste da sind Nudeln so 1 Sekunde ich bediene sie eben fertig dann räume ich wieder für morgen ein sieht wirklich aus wie Geschirrspüler jawohl Dankeschön Eier und Salz hier sind 50 Cent Hallo sie schicke so heute geht es noch auf Party viel Spaß und jetzt habe ich hier noch Zeit alles um und um zu holen neues Öl das ist echt ganz schön schwer hier die ganze Zeit über den Überblick zu behalten besonders wenn du so einen Kunden nach dem anderen hast und du verfällst dann in so einen Bedienen Brain AFK Modus und vergisst völlig dass du nebenbei noch Lager wieder einräumen musst und so die Nutella ist alle dann das Salz ist alle der Reis Salz Reis Olivenöl Salz Reis Olivenöl Salz Du bist Nudeln Du bist Kaffee Kann man auch schon direkt wieder nachbestellen Salz Reis Olivenöl Kaffee ich hatte ich eben so hier ist das bessere Mehl für 6,99 Ich kann natürlich auch argumentieren wenn ich ein bisschen unter dem Marktpreis bin dann sind die Leute natürlich zufriedener und kaufen in erster Linie bei mir ein anstatt irgendwo anders hinzugehen also Olivenöl Zucker Reis Nutella Reis Nutella Reis Olivenöl Salz Zucker 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 Eier und Käse ist noch ein bisschen was da aber Eier würde ich auch gerne nochmal auffüllen Na ja Draußen liegt nichts mehr das ist gut Und wenn ich den Reis eh auch fülle dann hätte ich gerne das Öl neben dem Öl und den Reis so in Richtung Eigentlich hätte ich den Reis gerne in Richtung Nudeln und das Salz in Richtung Zucker Wir richten da nochmal neu ein würde ich sagen Gut dann beenden wir erstmal den Tag Machen das Häufchen von Chat weg So dann gucken wir als allererstes nach unseren Rechnungen und bestellen den Kram in unserem Einkaufsladen Wir nehmen nochmal Kaffee mit dazu So ich habe immer noch 300 das heißt wir können uns auch das neue Regal leisten dann wird das ganze einrichten auch einfacher So Rechnungen wie können wir uns leisten warte wo 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 Regal Erst erst im Warenkorb habe ich noch nicht gekauft es gibt hier keinen One-Click-Buy-Button Ja So das heißt zu allererst hätte ich dich gerne hier drüben Und zack So Dann hätte ich hier gerne noch eine zweite Reihe Kaffee Dann hast du jetzt gleich einen Milchquark wenn der weiter draußen steht ist so Dann Zucker Nein Da oben rein So Stellen wir hier mal schon mal neben dran Wird die bestimmt nicht wenn die ein bisschen durch Kartons laufen müssen Dann haben wir hier frische Eier So Als nächstes haben wir Olivenöl das hätte ich jetzt gerne da oben Dann haben wir die Erdnussbutter die hätte ich gerne weiterhin hier unten neben dem Brot Stand da eigentlich ganz gut So Dann haben wir das Salz das hätte ich gerne da wo jetzt das Olivenöl steht Dann haben wir nochmal Erdnussbutter Habe ich zwei gekauft Und dann haben wir hier einmal Reis Den Reis könnte man eigentlich Den Reis stellen wir hier oben hin So Auf die Höhe Dann können wir hier den Reis einpacken Und hier neben dran stellen So Weil jetzt hier frei geworden ist können wir jetzt hier das Olivenöl reinstellen Können die zwei hier wieder einpacken Und Können jetzt an die Stelle das Salz packen Können dafür das hier einpacken Und jetzt hätten wir hier super schönen Platz für den Reis gehabt Den ich jetzt aber schon anderweitig eingeräumt und den Karton weggeschmissen habe Was wäre hier cooles drin Einpacken Nudeln Hier ist gerade voll Stellen wir auch mal hier nach vorne hin Damit ich weiß dass das in das Regal gehört Und hier ist noch ein bisschen Zucker über Sehr schön Wir haben nichts Neues Das Mehl ist eingestellt Haben wir noch irgendwas nicht gekauft Was macht die Reis Spaghetti Salz Olivenöl Nee alles da Gut Käse habe ich gesagt haben wir auch noch Verwaltung haben wir alles bezahlt Mehr Platz Können wir uns nicht leisten Wir haben schon wieder kein Geld Dann würde ich sagen Machen wir doch mal auf So Aber jetzt fangen wir auch an von den ersten Sachen So ein bisschen was extra zu haben Will ich das hier noch einsortieren? Oder Nee ich spare mir den Platz Wir sparen uns den erstmal So Ich hätte es heute wieder ein bisschen stinky unterwegs Und damit meine ich unser Pad Yippie Brot uns als Oh mein Gott Komm her Du bekommst auch deine Lektion Man zahlt nicht 6 Euro mit einem Hunderter So Hast du gedacht, wahr? Lass mir eine Leere sein, ja? Jawohl Immer rein mit der Erdnussbutter Immer rein So sieht ausgewogenes Frühstück aus Jawohl Genau so möchten wir das Keine Sorge Ich judge nicht Egal was für merkwürdige Essensvorlieben sie haben Genau, zeig's ihnen Tee und Brot So lobe ich mir das Schön gesund Nächstes Mal vielleicht noch ein Vollkornbrot Aber das haben wir halt eh nicht im Angebot So Zack Da haben sie ja einiges vor an Essen Das finde ich gut Lassen sie sich schmecken Oh ja, auch hier gibt's einen Gaumenschmaus Sogar passend Wunderbar Wir müssen ganz dringend Brot nachbestellen Chat Chat, geh da mal weg Äh Da raus In den Markt rein Geschnitten Brot Haben wir sonst noch was, was ausgeht? Chocopi ist noch da Kaffee ist schon wieder alle Kaffee ist schon wieder alle Hatte ich nicht eben noch einen Kunden? Ah, hören wir nicht Ich dachte, da wäre noch einer gewesen So Geiler Kaffee Jawohl, nehmen sie sich ein Mit Zack Ich habe hier noch eine Ersatzpackung Kaffee Weil sie davon immer so viel bestellen Jawohl, kommt sofort Ich lege nur eben das Brot nach, ja? So Und den anderen Karton nehmen wir zumindest schon mal mit Zack Und weiter geht's hier Dankeschön für ihre Geduld Jawohl Wohl 95 Cent wieder zurück Bitteschön Oh, da hat mir nicht mal einen Großeinkauf Geht so, oder brauchen sie noch eine Tüte dazu? Ich hoffe es geht so, wir haben nämlich keine Tüten Aber man kann ja mal gefragt haben, wa? Höflichkeit und so Dankeschön für ihren Einkauf Bitte beehren sie uns bald wieder Dankeschön 1,17 zurück Zack Ich hoffe sie sind mit dem Auto hier Das zu schleppen könnte ein bisschen nervig werden Jawohl Da kommt der Familieneinkauf Dankeschön Jiri Du bist ein bisschen im Weg Hüpfel da drüben rum So Dankeschön Oh, die Men in Blacks sind schon wieder hier Ich meine natürlich Völlig unbekannte Bankangestellten mit Sonnenbrille Die mir überhaupt nicht bekannt vorkommen Ich kann euch das sagen Es ist einfach 42,84 Also es ist einmal die Antwort auf alles Und dann zweimal die Antwort auf alles Wenn das kein Hinweis ist Plötzlich wünsche ich mir gar nicht mit dem Kassierer mal normal reden würden Ihr seht ihr auf den ersten Blick was man da so kauft MTBA halte ich wieder Wunderschön, Wunderschön Ist so Ich hatte früher tatsächlich Kassierer die jeden Einkauf kommentiert haben Ich fand das ganz schrecklich Und jetzt wo ich an ihrer Stelle bin Mache ich es genauso Ich konnte Spaghetti Nudeln nicht finden Die Spaghetti sind leer Moment Danke, dass sie mir das mitgeteilt haben Kommunikation ist wichtig Sonst merke ich den Scheiß doch gar nicht So Sekunde, ich lade die Nudeln auch direkt wieder nach Wir haben aber eh nur noch eine Packung Das heißt dafür muss ich auch schon wieder neue bestellen Mist Ich mache ihnen eben Licht an Ich bestelle noch kurz neue Nudeln nach, ja? Ja, ich bin sofort bei ihnen Ich müsste nur einmal kurz die Nudeln nachlegen Chat, geh mal aus dem Weg, Chat! So Wieder zusammenpacken Und hier drauf stapeln Die Erdnussbutter nochmal nachlegen So, rein theoretisch könnte ich die nicht einfach offen lassen Und die abstellen, sodass ich mit einem Blick drauf erkenne, was drin ist 35,70 Oh, ein Chopping Man weiß nie, wann man gerade Frühstück zum Abendessen braucht, wa? So So, bitteschön, haben wir alles 52,78 Noch irgendwas versteckelt? Nein, natürlich nicht Dankeschön Oh, 15 15 Und 67 Zweimal das Olivenöl Kann man nie genug im Haus haben Jawohl Jawohl, einmal passend Wir brauchen neues Chopping Ne, du bist Kaffee 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 damit aber auch fertig Hier sind nochmal Nudeln Äh So Hier Zucker ist alle Nein, nicht da oben rein Schon da unten So Guten Tag Jawohl, so ein bisschen Late-Night-Käse-Shopping Das kenne ich von mir selber auch Jawohl, Frühstück für morgen ist damit gesichert Gut Guten Tag, frisch aus dem Labor Ja, da braucht man manchmal ein bisschen länger Ja, kein Problem Wir haben auch bis spät nachts noch geöffnet Und der feine Herr, lassen Sie sich Zeit Wir haben alle Zeit der Welt, ja? Bitteschön Und 34,60 Bitte beherren Sie uns bald wieder Danke, tschüss So Mehr Kaffee Kaffee passt immer noch Die haben von dem Regal jetzt gar nichts mitgenommen Also den Reis gehabt und den Kaffee gar nicht Also Reis ist alle Äh, Brot Nein Da oben rein So, Brot ist perfekt aufgegangen Dann Nutella Ist voll Nudeln Warte, du bist noch ganz voll So, dann ist hier noch einer drin Dann haben wir hier nochmal Spaghetti Die kommen auch hier oben drauf Die sind ein bisschen größer Dann haben wir hier noch Olivenöl Können wir auch noch eben wieder voll machen Und dann hast du auch hier drüben Platz So, gut Gut Wir müssen Öl nachbestellen Öl Kaffee Nein Öl Tee Mehl und Mehl Zucker Zucker Salz Chokiepie Und Reis Und Reis Oh, das werde ich niemals alles auf einmal hinkriegen Chokiepie Öl Äh, Mehl Zucker Tee Tee Mehl Mehl Reis Und Salz War das alles Wir haben noch Spaghetti über Wir haben noch Nudeln über Wir haben noch Nutella über Wir haben noch ein bisschen Kaffee Aber wir haben noch eine ganze Packung Kaffee Okay Ja, dann passt das Dann machen wir das morgen Kann man die Zahlen an der Kasse auf dem Numpad eingeben? Dann wäre es erst recht Kassiererfeeling Das kannst du Ich tue das nur deswegen nicht Weil ich auf dem Numpad Lauter Makros für den Chatbot und für OBS noch habe Und ich will nicht plötzlich die Szene wechseln Weil ich auf dem Numpad rumklicke und es nicht merke Das wäre ein bisschen peinlich So, erstmal alles einkaufen Und dann gucken wir noch eben nach Rechnungen So, Öl Zack, 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 zack Kann ich die auch offen hinstellen? Ja! Ich hoffe mal, dass die Kunden sich dann nicht daraus bedienen können Das wäre ein bisschen gemein Aber so sehe ich es doch viel besser So, dann machen wir hier hinten noch ein bisschen Lager auf Zack Hier haben wir Mehl Dann haben wir Jockey Pig Dann haben wir noch eine Packung Jockey Pig Die guten von einem Raccoon Dann haben wir Zucker Nochmal T Nochmal T Jawohl Und der Plan für heute ist Dass wir uns am Ende des Tages die Erweiterung leisten können Würde ich mal sagen So, das war das Mehl Hey, bitte nicht hier mein Kram auf die Straße packen Ich brauche den doch noch Zum Verkaufen Einmal köstlichen Basmati Reis Noch eine Packung Mehl Noch eine Packung Mehl für Vorrat Und ganz am Ende noch eine Packung Reis Reicht jetzt aber auch So, wir haben uns immer gerüstet für den Tag, würde ich sagen Let's go! Und wir möchten heute Hier, für 350 Die Supermarktvergrößerung kaufen Die lassen wir uns mal offen Ich habe das Salz vergessen Wo ist Salz? Hatte ich das nicht mitbestellt? Haben wir nicht Sorry, wo ist das ganze Salz? Jetzt haben wir halt nochmal ein bisschen Versandkosten drauf Egal Alles für die Kundschaft So Ja Guten Tag Jawohl, Dankeschön Sogar passend Wundervoll, wundervoll Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag So, herzlich willkommen Herzlich willkommen Jawohl, einen wunderschönen Einkauf haben Sie da Bitte achten Sie darauf, dass nichts zu Bruch geht Äh, 75 Und Rauch auf 83 Jawohl, Dankeschön Tschüss Kleiner Großeinkauf hier Hehehehe 32, 93 Mach das dann bitte, Dankeschön Probieren Sie auch von unserem Brot Passt hervorragend zu unserem Nutella Entschuldigung, zu unserer rare Nutella Ich weiß, es gibt da ja so Streitfragen Und bei uns ist das ganz klar Das heißt die Nutella So, kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein? Der Käse wird langsam alle Käse müssen wir nochmal nachbestellen Käse Sekunde, ich bin sofort bei Ihnen Ich will nur kurz den Käse auf, ja? Niemand von uns möchte gammligen Käse haben So, dann machen wir da unten nochmal so ein Stückchen Dann machen wir nochmal zwei Zack Jawohl, Dankeschön für die Geduld Ich würde Ihnen Rabatt geben, wenn ich könnte Kann ich aber nicht, danke, tschüss Einen schönen Tag noch So, 18 43 Dankeschön Einen Cent weniger Und Sie hätten die Antwort auf alles gehabt Aber man kann nicht alles haben im Leben So Jawohl Bitte passen Sie auf, dass Ihnen nichts vom Band kullert 34, 34, ha! Süß! Haben Sie gut gemacht Zwei Stückchen Brot, muss auch mal sein 2,02 Dollar Ein bisschen Salz Für fünf Danke, tschüss! So, wie schaut's aus? Das Mehl Füllen wir gleich mal nach Nutella kann man schon mal nachfüllen Ja, ja, ich bin sofort bei Ihnen Ich hab's gehört Guten Tag Oh, das gute Mehl Sind Sie sicher? Ist das wirklich so viel besser? Kann man nicht einfach das günstige nehmen? Aber hey, ich mach hier die Regeln nicht Der Kunde ist König Wenn der Kunde das gute Mehl möchte Dann bekommt er das gute Mehl Oh, nochmal das gute Mehl Und das, nee, das war das Salz Ich dachte gerade, er kauft beides Oh, der Käse Oh, da wird eine Pizza gebacken Oh, dafür reicht auch das günstige Mehl Salz, Käse, Nudeln Jawohl, da wird eine geile Pizza gebacken Und sogar passend Und, oh, warte, da müssen wir wieder ein bisschen Erziehungsmaßnahmen hier machen Haben Sie jetzt gedacht, ne? Zack, 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 nix mal, ne? Bisschen passender, dankeschön So, zum Beispiel Einfach mit Karte zahlen Hat man es immer passend da Dankeschön Neulich hatte ich an der Kasse einen großen Betrag Habe erst gar nicht kapiert, was die Kassiererin meint War ein Zufall Achso, einen großen, äh, geraden Betrag Ey, das ist so witzig Wenn die dann so einen komplett geraden Betrag einfach haben Oder eine Schnapszahl oder so Es ist einfach witzig Das sind so die kleinen Dinge, über die man sich als Kassiererin einfach freut Gehe ich jetzt mal sehr davon aus, ich bin selber keine Aber ich freue mich da immer drüber So, zack Drei Euro Zwei Hier wird schon wieder fleißig leer gekauft Die Wasserflaschen sind zu teuer Oh nein, ja gut, dass sie es sagen Dann machen wir mal, äh, 39 draus, oder? Reicht uns immer noch Reicht uns immer noch So, eine Packung Mehl Und dafür dann aber Oh, das, das sieht so richtig aus wie Ich kaufe jetzt wirklich nur das, was mir fehlt Kein Süßkram, kein Nichts Das nenne ich Disziplin Eine Sekunde, ich würde mal eben kurz mich umdrehen und das Licht anmachen Dankeschön Dankeschön 35, 26 Jawohl, passend, sehr schön Oh, großer Einkauf Möchten Sie noch eine Tüte dazu? Ja, haben wir leider nicht Schade Würde mich belasten Wären Sie uns bald wieder Und den Reis vergessen Oh, ich kenne das Zu gut Jawohl, eine Packung Öl Ölen Sie mich ein, Vibe Haben Sie heute noch was Schönes vor So, Dankeschön 55, 10 macht's dann bitte Und ein Päckchen Zucker Dafür gibt's nochmal 5, 11 raus Ist hier wieder irgendwas ausgegangen? Oh ja, das Öl Das gute Öl Davon ist noch was da, keine Sorge Leute, wieso macht das so süchtig? Zack, 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 zack 41, 94 So, das Mehl ist auch gleich schon wieder alle Moment, ich lege Ihnen das gerne sofort nach Muss ja nicht sein, dass das hier ausgeht Sekunde Das ist der Zucker, den kann man kurz einmal nachfüllen Dann haben wir da noch Kaffee Hier haben wir noch Reis So, da haben wir noch Kaffee Zack Und hier haben wir noch mal das gute Mehl Keine Sorge, es ist ja noch gar nicht alle Aber das andere Mehl haben wir leider wirklich nicht mehr Aber Nudeln sind noch da Guck mal, direkt rausgekauft So, die Herr und Damschaften Dankeschön, dass sie gewartet haben Sehr freundlich, sehr freundlich Und das ohne auch nur ein bösartiges Wort So freut man sich als kleiner Kassierer Wenn die Kunden auch mal Verständnis haben und nicht wegen jeder Verzögerung sofort am Meckern sind Gehen wir euch den Bandschett Ich muss hier arbeiten 26, 77 Und zack, 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 zack Passend! Ja wunderbar! So Dann müssen wir noch aufräumen Bevor wir den Laden schließen Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack Gut, was brauchen wir neu? Rot ist noch da Wir brauchen beide Öle Wir brauchen neues Nutella Wir haben nichts mehr vorrätig Also alles, was wir jetzt auf Vorrat gekauft haben Ist schon wieder weg Hier noch irgendwas drin? Ja, ein Mehl Ja gut, dann stehst du halt jetzt da So, wir brauchen beide Öle Wir brauchen Mehl Eigentlich müsste ich von jedem einmal ein bis zwei kaufen Also einmal alles Zwei Mehl, zwei Öl Ich habe es noch gar nicht nach dem Kühlschrank geguckt Das Wasser ist auch komplett alle Okay, 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 okay Einmal das, einmal das Zweimal das Zwei Öl Einmal Nudeln Einmal Puderzucker Zweimal Wasserflaschen Einmal Käse Einmal Kaffee Einmal Tee Milch Milch Eier Erdnussbutter Mehl Olivenöl Zwei Salz Zwei Basmati-Reis und Spaghetti So Nach 21 Uhr geschlossen Kann ich noch hier Sehr schön Die Erweiterung konnte ich mir leisten Ich brauche Supermarkt Level 10 für den Kassierer Ich weiß aber noch gar nicht, ob ich das abgeben möchte Oh, Süßigkeiten Oh, Soda Ja, damit können wir jede Menge Geld verdienen Ja, zack Also jetzt mein Geld leer, jetzt kann ich morgen keine Produkte kaufen Ich trottel Nein, war das dumm Uh 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 Darf ich dich einfach so verschieben oder muss ich dich dafür leer holen? Oh, ich darf dich mit allem verschieben Da können wir noch ein Stück So Hier ist nochmal Salz Hier ist scheinbar immer noch was drin Ja, zwei Stück So So Dann hätte ich dich gerne noch gedreht So, mein wunderschöner kleiner Laden Dann machen wir den Kühlschrank gleich hier hin Wobei, da wollen sich ja dann die Kunden anstellen Das wäre eigentlich so Dann würde ja hier mehr Sinn machen Oder wir stellen ihn so hin, um Kunden anzulocken Ich komme da immer noch durch, wenn ich will So, dann kann ich schon mal Tee nachstellen Kommt's hier rein, denkst du so Oh, geil Geil Was zu trinken, habe ich gerade gewollt Das wäre hier aber sogar geiler Warte mal kurz Können wir das so machen? So Aber dann wäre es geil, wenn wir hier einfach den Aushänge Kühlschrank hätten für Getränke und den mit Käse und so weiter Der würde hier hinten schon mehr Sinn machen Wir brauchen einen zweiten Kühlschrank für die ganzen Soda und Krams So, kann man gleich alles sehen Finde ich gut Und Tag beenden Bin wieder wahr Willkommen zurück, Deiske So, minus 400, weil die Lizenz so teuer war Gut, wir wollten als allererstes Kram bestellen, den wir uns nicht leisten können Das heißt, wir machen auf Und sobald wir die 160 zusammen haben, bestellen wir das Oh, guck mal, wie schick jetzt unsere neue Arbeitsplatz aussieht Unsere neue Kasse Will ich die hier behalten? Steht die mir hier im Weg? Ich glaube, ein bisschen weiter nach vorne möchte ich die noch stellen So Kann man sich bequemer hinstellen Gut Öffnen Vielleicht hätten wir das Öl und das Mehl direkt bestellen sollen Anstatt darauf zu hoffen, dass das schon keiner leer kaufen wird Aber nö Ich sag, das wird gut gehen Und hier macht man einfach so ein Regal voll mit Voll mit Krempel zum Nachfüllen Wo sind die harten Sachen im Laden? Ich hab jetzt nicht Darfst du noch keinen Kredit Ich könnte den Kredit aufnehmen, aber wozu? Kredite sind teuer, die muss man zurückzahlen Und muss immer mehr bezahlen, als man eigentlich vorhatte So, hey Kaurian, wunderschön, wunderschön Hattest du nicht gerade eine Lizenz gekauft? Ja Ich habe mich verführen lassen Und ich habe auch nicht mehr ehrlich gesagt daran gedacht, dass ich einen Kredit aufnehmen könnte Aber ist okay, wir packen das auch so Nur einmal Salz Jawohl 2,50 2,50 Wären das dann bitte Oh, gerade frisch vom Training Da braucht man natürlich erstmal ein bisschen was Nudeliges Wird ihr nicht falsch verstehen? Habe ich überhaupt nicht so gemeint Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass man das anders verstehen könnte Du konntest irgendwas nicht finden Entschuldigung 10 und 16 Jawohl Und wir haben das Geld zusammen 50 Cent zurück Einkaufen Wir wollten jetzt noch Hier, wir nehmen noch eine Cola mit Einen Milch 6er packen Apfelsaft Bin sofort bei Ihnen Ich würde vielleicht gleich noch so einen kleinen Kühlschrank kaufen, wa? Vielleicht müssen wir doch gleich noch einen Kredit aufnehmen, damit wir doch alles gleich haben können Anstatt zu warten Du konntest Olivenöl nicht finden Ja, ja, ich arbeite dran So, sie beide noch und dann muss ich langsam wirklich auf wieder meine Arbeit nachgehen, ja? Das ist nicht so, als würde ich jetzt gerade nicht arbeiten Ach, du Heilige, sonst geht es ihnen gut Moment, ich habe dafür jetzt keine Zeit So, so, so So, so Bitteschön, die Dame Ich habe hier auch noch andere Sachen zu tun, wissen Sie? Wir werden hier die Lebensmittel plattgefahren So Das gute Mehl Ja, guck mal, man kommt noch nicht mal zum Ausladen, da reißen sie es schon einem unter den Händen weg Bin ja gleich bei Ihnen, habe ich hier Geduld Der Zucker muss mal eben nachgefüllt werden Na, sehen Sie, wusste ich doch, dass sie den haben möchten So Noch mehr Wasser Wieso habe ich denn so viel Wasser bestellt? Äh, noch mehr Mehl Chocopick ist auch noch da Da, da haben wir das Öl Da ist noch eine Packung Öl Und hier ist dann Hey, habe ich kein Olivenöl bestellt? Welcher betrunkene Azubi hat denn hier die Einkaufsliste gemacht? So, Entschuldigung, geht sofort weiter Ich musste mich gerade über meinen nicht vorhandenen Azubi ärgern Sie glauben ja gar nicht, was man alles für Ärger hat, wenn man sich... Okay, tschüss Ja, Olivenöl, genau Genau, das ist auch mein Problem Danke, dass es Ihnen aufgefallen ist Mann, Mann, Mann Wie für Schwierigkeiten Ganz belastend So, Dankeschön Bitte beehren Sie uns bald wieder Jawohl, einmal das gute Mehl Da zahlt man auch gerne ein bisschen drauf für Hier auch noch mal drei So Dankeschön Zwei Halt, Stopp So Bitte schön Äh 17 90 Jawohl, Dankeschön Ich mache eben kurz einmal ein Licht an Okay, wir müssen gleich nochmal so ein einmal alles bestätigen machen Wir kommen hier zu nix, Leute Wir kommen zu nix 91 Schon wieder, ey Und zwei Ja, wohl das lecker Nutella Oh Wieder so ein großer Betrag, aber diesmal wenigstens glatt in Scheinchen Dankeschön Haha, 234 Erkennen Sie es? Und ihr Zwillingsbruder hat es passend Dankeschön Drei Cent Mit Dank zurück Äh, 46 Und dann Bitteschön 5 Cent Münzen 5 Cent Münzen Die sind leider aus Äh Ich komme auch gleich wieder hinterher mit allem Ach, mein Laden ist schon wieder leer gekauft Meine Güte Meine Damen, meine Herren, halten Sie doch bitte an sich 24 97 Macht's dann bitte Dankeschön Passend Sehr schön Aber keine Erdnussbutter Es tut mir leid, ich komme ja hier nicht zum Regal auffüllen Sie sehen doch, wie viel hier los ist 1, 2, 3, 4 Piep, piep Piep, piep 21 37 10, 99 Macht's dann bitte Dankeschön Auch hier Kein Orangensaft Entschuldigung Der steht noch draußen seit 12 Uhr Was macht die Reise? Auch schon wieder leer Okay, 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 okay Wir fangen nochmal Wir fangen nochmal an Ja, ich habe jetzt natürlich nichts bestellt Hm 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 Okay, ich würde sagen, zuallerallererst gucken wir, was nachbestellt werden muss Und dann Oh Und dann gucken wir, ob wir noch das Geld haben Um uns einen neuen Kühlschrank und die neuen Produkte zu kaufen So, Zucker Das gute Mehl, das gehört hier hin Eigentlich das billige Mehl, aber egal Wupp Dann haben wir hier Jockey P Dauerbrenner Lalalala Kartenzahlung geht auch das Lumpet Ja, ist bei mir allerdings voll mit Mit Makros Deswegen benutze ich das nicht Auch wenn es schneller gehen würde Aber ich müsste erst sämtliche Makros wegschreiben So, seid ihr jetzt Nudeln? Kann ich nicht erkennen Seid ihr Nudeln oder seid ihr Mehl? Ihr seid Nudeln Ja So, wir laden kurz aus, dann machen wir Bestandsaufnahme Das Wasser haben die auch schon wieder leer gekauft Ey So, und das hier ist noch eine Packung Wasser gewesen Gut Also Bestandsaufnahme Das Öl ist alle Kommt zweimal in den Einkaufskorb So, Brot ist noch da So, Brot ist noch da Das Nutella ist alle Kommt zweimal in den Einkaufskorb So, Brot ist noch da Nudeln sind alle Und direkt daneben sind die Spaghetti Die waren auch alle Die waren auch alle Wir sind jetzt schon bei 200 So, dann haben wir das Regal fertig Der Tee ist leer Der Kaffee ist leer Wie im Maximum nur 10 Gegenstände Okay, dann machen wir das halt morgen Ja, das eine Ich brauche aber das Olivenöl Habe ich jetzt Sonnenblumenöl hier rein? Ne, das ist Olivenöl Olivenöl ist das, was hier rechts oben steht Das aussieht wie Spülmittel So, Tee und Kaffee waren wir gerade Ich musste das hier erst bestellen Das ist jetzt einmal Kaffee Also nochmal Kaffee Dann war hier Mehl und Mehl Das Mehl habe ich jetzt auszusehen darüber gestellt Das gute Mehl kommt noch hier hin Und ich bräuchte noch eine Ersatzpackung von dem nicht so guten Mehl So Dann, die unten waren noch leer Zucker, Salz brauchen wir neu Zucker Zwei Päckchen Salz Das ist mein Geld gleich alle Sieh es kommen Und alles aus dem Kühlschrank ist leer außer Wasser Über Smarty Reis nehmen wir noch einen mit Dann brauchen wir neue Eier Mein Geld ist weg Milch und Käse Okay, wir verzichten auf das eine Päckchen Salz Und nehmen dafür noch ein Packen Milch mit So, und jetzt haben wir noch 18 Dafür kriegen wir gar nichts von dem ganzen Sodazeug, oder? Doch hier, die Cola können wir uns leisten Das sind 24 Flaschen Okay Und dann nehmen wir noch die andere Soda hier mit Können wir nicht, weil Lieferkosten So, das jetzt einräumen Das wird den ganzen Tag in Anspruch nehmen Zum Glück läuft die Zeit nicht So Ich nehme mal dich mit und pack dich mehr so hier rüber Ich fange jetzt einfach mal hier irgendwo an Komm, warum eigentlich nicht? So Dann nehmen wir hier Salz Zack Dann haben wir Milch, die kommt in den Kühlschrank Zucker ist für den Vorrat Spaghetti Spaghetti waren alle Erdnussbutter auch alle La 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 So Reis Steht eigentlich hier Was für Reissorten bevorzugt ihr so? Oh, Klippi Hi, Klippi Ein wunderschön, wunderschön Ich bin so hoch konzentriert, Leute Es tut mir leid, dass ich euch so hart vernachlässige Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß zuzugucken wie ich hier so hoch konzentriert Supermarktregale einräume Toki und Jamie auch euch ein wunderschön, wunderschön Milch ist nach zwei Fächern der Karton eigentlich nicht leer Auch wenn das so aussieht Oh, dann habe ich jetzt vielleicht ein bisschen was weggeschmissen Bestellt man mehr als Mehr als 16 Milch Milch, 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 Milch Sind 16 Stück Wenn ich da zwei Fächer A8 Milch bestücke, ist der doch leer Zartzeit, Object Overlay würde ich gerne darauf aufmerksam machen Gelbe Pullover auf gelbem Hintergrund Mache ich, wir machen den neuen Hintergrund Ich mache den dunkleren Hintergrund rein Wir machen den schönen lila Dino Hintergrund ab sofort, okay? Ich habe den auch in anderen Farben Ist ein guter Einwand, danke fürs Aufmerksam machen Habe ich bisher noch nicht wirklich drüber nachgedacht So, die Cola Die Cola kommt hier oben rein So, machen wir gleich 12 Ne, lassen wir erstmal so stehen Äh, machen wir gleich 24, würde ich sagen 12 reicht erstmal, wir brauchen noch einen Preis, den vergesse ich sonst 2,12 ist der Durchschnittsmarktpreis, dann nehmen wir 2,40 2,39 Ist günstiger Man wird es ja eher richtig sehen, genau Deswegen, guter Einwand Machen ab sofort einen dunkleren Hintergrund rein So, Ei, Ei Äh, Nudeln Zack Immer die Leute, die sich mit Centbeträgen das Leben schwer machen Ah, hast ja recht Toki, hast ja recht Wollen wir einfach mal anpassen Lebensmittel werden ja auch teurer und so Und dann müssen wir nicht immer mit diesen 1 Cent Beträgen rumdüdeln Stimmt ja eigentlich Ich wollte es realistisch halten Aber, come on, Zeiten ändern sich Die Leute sind smart genug zu erkennen, dass 6 Euro genauso günstig ist wie 5,99 Da liegt noch Milch auf der Straße Die darf jetzt stattdessen hier liegen Zack Dann haben wir hier nochmal Mehl Zari, warum habe ich kein Geld? Auch Zari muss alles zweimal kaufen Da ist unser spülmitteliges Olivenöl Da ist die Ersatzpackung Olivenöl Und da ist die Ersatzpackung Kaffee Ne Ah, weil wir hier Kaffee und da Kaffee haben Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum wir nur 2 Kaffee haben Och nö Warte mal So, jetzt kann der eine Karton nämlich weg So Und dann nehmen wir uns noch kurz die Zeit Bezweifle ich zutiefst 5,99 sieht besser aus leider Das ist immer noch wahr, aber wir befinden uns in einer Simulation und das hier sind keine echten Kunden Die kaufen das auch für 10,80 Mark Tee auch verdoppelt Ja, Tee habe ich verdoppelt und Kaffee So 6,00 Viel schöner So, 10,80 Mark Hier auch 6 Euro glatt So, dein Avatar Layer von dem Video Layer, damit du drüber bist Äh Ja Ja, ja Verstehe ich Klippi, verstehe ich Dankeschön Danke für die ganzen Tipps Ich bin ja noch neu in diesem Reacting Komm her, wir können auch ein bisschen im Brot runtergehen Machen wir 3,70 Dann kommen wir den Leuten auch noch ein bisschen entgegen So, dann machen wir hier Machen wir 3,50 Nudeln werden dafür teurer Und hier machen wir 7 glatt draus Salz ist bei 2,50 Du gehst auf 4 glatt Du gehst auf 7 Wahrscheinlich müsste ich das Punkt 0,0 nicht mal Oh mein Gott, der Marktpreis ist ja viel viel teurer als bei uns Äh 4,70 Äh, 5,70 Komm, dann geh mal auf 6 Zucker wird teurer, meine Damen und Herren Und hier, guck mal das ChocoPic 7,50 Jawohl, hier mach mal Komm Wir müssen nicht immer komplett über der Konkurrenz liegen Sonst gehen die auch irgendwann nicht mehr zu uns Hier mach mal 2,50 Und das Wasser wird zu 3,50 Als ob das Wasser mehr kostet Da ist die Cola Das ist ja schrecklich Wirklich Aber ist so So Ja, mach mal hier Mach mal 2 Mach mal 3,00 Und die Eier 5,50 Kann bleiben Gut Welcome to Dystopia Markt Kannst ruhig mit deinem Avatar etwas ins Video reinragen Dann, äh, bringst du so das Dings, äh, die, die Schulter im Bild Ist halt so leicht, okay, reicht, komm Alles feini, alles feini Bei dem Video Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst Äh, ich Ich bin noch hinter dem Video, weil ich nichts verdecken wollte Aber das ist durchaus okay Wenn ich das tue Alles klar Ich hoffe, meine 100.000 Knubbis da unten stören nicht Weil das werden immer und immer mehr Vielleicht sind es anderthalb statt ein Liter Dann weiß ich leider nicht mal Steht hier nicht So, willkommen die Dame Wir haben ein neues Angebot Probieren sie auch unsere Cola Hatte ich nicht Ach nee, die Sprite konnte ich mir nicht leisten Die wollte ich, konnte ich mir dann aber nicht mehr leisten Kein Stress, sie haben den ganzen Tag Zeit zum Einkaufen Ich bin hier noch eine Weile, ja? Lassen sie sich nicht hetzen Jawohl Der Großeinkauf für die Familie Dankeschön Sogar passend Wie hervorragend Ich kann Cola nicht finden Da! Gucken! Benutzen sie ihre Augen, um zu sehen, Madame Jawohl Erstmal eine Cola mit Kabelzahlen Bitteschön Konnte Orangensaft nicht finden Ja, wir versuchen jetzt so nach und nach Das alles einmal zu bestellen Orangensaft, Apfelsaft Da ist noch eine zweite Cola Das ist Cola, das ist Turko Was schmeckt aus dem Turko? So So, kostet 69,50 Natürlich kostet es 69 Was, was, was für eine Frage Dankeschön Ah, wir müssen noch die Portokosten mit einrechnen Ah, 75 50 70 50 What? Ich dachte, die sind's zum Hören da Ne, wir benutzen die seit Neuestem auch zum Sehen Wir sind jetzt moderne Menschen Oh, guck mal, wie viel einfacher das ist Ohne diese 100.000-Cent-Beträge, die man zusammenrechnen muss Ah, das war die richtige Entscheidung Toko, farbige Fuster der französischen Kolonie. Was? Ich glaube, das ist es nicht. Eher nicht. Hey, Knocke. Ich bin's. Deine innere Stimme. Ja. Ich will dich nur daran erinnern, dass du mal wieder speichern solltest. Ja, das hat doch noch ein bisschen Zeit. Ich speicher endlich. Ist ja gut. Alles klar. Hey, Knocke. Ja, wunderschön, wunderschön. Wie geht's dir? Ich hab gehört, der Supermarktsimulator hat von dir den knorkigen Knocke-Stempel der Knorkigkeit bekommen. Leute, ich brauch leider noch einen zweiten Kühlschrank. Ich hab gar nicht so viel Platz für alles. 3,50. Bitteschön. Die Dame auch schon fertig mit dem Einkauf. Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte zwischendurch kurz einmal shoppen gehen. Aber hier gibt's einmal 70 Cent und der Herr möchte auch noch mit Karte natürlich. 14 glatt. Bitteschön. So. Den haben wir ja vorbereitet, den Einkauf. Zack. Und für 180 kriegen wir genau noch keinen Kühlschrank. Wir brauchen noch mal 20. Aber Jo, Sekunde. Ich bin sofort bei Ihnen. Ich muss nur einmal kurz hier die Regale auffüllen. So. Dann hätten wir hier noch mal Milch. Oh, wir müssen das... Moment. Erstens mal ist das haltbare Milch und zweitens muss hier ganz dringend noch kurz einen Preis ran. 3. So. Eier sind zu teuer. Bitteschön. Okay, die Herrschaften. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Entschuldigung. Hatte gerade kurz zu tun. 13 Euro. Dankeschön. Was konntest du nicht... Ja, Apfelsaft kommt sofort. Steht schon draußen vor der Tür. Muss ich nur noch reinholen. So, jetzt kann ich mir den Kühlschrank leisten. Dankeschön. Kühlschrank. Bitte warten Sie kurz. Es geht hier sofort weiter. Oh, jetzt liegen schon wieder meine Möbel auf der Straße. Och, nö. Äh, Moment. Hier so ein bisschen Quengelware. Und jetzt schnappen wir uns hier schon mal die Cola. Jawohl. Und dann schnappen wir uns hier einmal den Bio-Orangensaft. Und darunter einmal den Bio-Apfelsaft. So, und davon können wir direkt noch einen mitnehmen. Entschuldigung, ich müsste hier noch Preise einstellen, ja? Bitte halten Sie mal kurz an sich. So, ich mach mal für 3. Ich mach mal für 3 Mark 30. Und ich mach mal auch für 3 Mark 30. Jawohl. So, kann weitergehen die Herrschaften. Danke für Ihre Geduld. So, 34,60. Jawohl. Apfelsaft ist jetzt auch da. Keine Sorge. 5 Euro. Dankeschön. 16 Mark 50. Dankeschön. 23,60. 2 Cola. Kriegen Sie den 5er zurück. Ich mach mal kurz Licht an hier, ja? Damit Sie hier nicht über die Karton stolpern. Wäre ja schade rum. So, 16 Mark 50. Unsereichendes Wechselgeld. Oh. 16 Mark 50 hat er bezahlt. Äh, wusste ich natürlich. Ich war, war, kleiner, kleiner Scherz unter, ähm. Ich wollte nur gucken, ob sie aufpassen. 31 Mark 80. Jawohl. Sogar passend. Ja, auch passend. Wunderbar. Ja, auch passend. Perfekt. Ja, dann haben die Leute müssen einmal eine Stunde an der Kasse stehen. Und auf einmal haben die Zeit, sich ihr Wechselgeld vorher durchzuzählen. Dankeschön. 14,10. Zack, 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 zack. Wir bekommen noch Wechselgeld. Hier, 20 Cent für Sie. Spaghetti und Tee. 6, nein, 26. Und Milch und Eier. Kann man immer mal gebrauchen auf Hochzeiten. Was? Erdnussbutter. Oh nein, die Erdnussbutter ist alle. Erdnussbutter. Erdnussbutter ist hier. Sekunde, ich bin sofort wieder für sie da. Die Nudeln sind auch schon wieder alle. Und die Leute, die rennen mir hier die Bude ein. Ich komme ja zu nichts. Spaghetti auch schon wieder leer. Zack, noch mehr Nudeln brauchen wir gerade nicht. Mehl ist noch da. Kaffee, Tee auch noch da. Gut, Rest kriegen wir hin. Dankeschön. Äh, kein Wechselgeld. Hier, Wohllung. 5 Mark 20. Zack. 20,3. Und 36,5. Die Wasserflaschen sind auch leer. Er kann sich so gar nicht entscheiden, was er möchte. Und ich glaube, er kann sich, ich glaube, die drei können sich wirklich nicht entscheiden. Okay. Da haben wir noch neue Milch. So haltbare Milch. Oh, die ist bei 11,50. Da gehen wir auf 12 rauf. 11,25 ist sie übrigens nicht 11,50. So. Die Soda ist auch schon wieder leer. Die kann man auch direkt nachfüllen. So. Der Regalback der MPCs. Weil ich froh, dass der Patch die Möglichkeit gebracht hat, Kreditkartenzahlung PEN und PEN einzugeben. Und ich mache es trotzdem nicht, weil ich da lauter Makros drauf habe. Zahne ist leider, kann man mit jeder Währung zahlen. Erst waren es Euros, dann Dollar und jetzt sind wir bei der Mark. Wir nehmen alles, auch Goldstücke. Wer beendet mal den Tag? Die drei schmeißen wir raus. In Dino dann jetzt kann man selbstverständlich auch bezahlen. Die Cola ist noch gut. Da sind nur drei Autos drüber gefahren. Die kann man noch verkaufen. Geht noch, geht noch. So. Erst mal nachprüfen, Chat. Wir brauchen neuen Kaffee. Wir brauchen neuen Kaffee. Wir gehen wieder von vorn bis hinten durch. Öl ist noch da. Olivenöl ist noch da. Ist sogar gerade voll. So. Wie sieht es mit unserer Quengelware aus? Cola können wir schon mal nachfüllen. Und dann haben wir Apfelsaft und O-Saft. Die gehen eigentlich noch ganz gut. So. Was fehlt? Tee fehlt komplett. Dafür stehen hier noch zehn Dosen. Wir haben hier auch noch Tee. Zack. Gut. Salz. Zari. Ich gehe systematisch vor. Zari geht kreuz und quer durch und vergisst die Hälfte. Da ist noch mal Zucker. So. Mehl ist noch ein bisschen was da. Das andere Mehl ist noch da. Öl ist noch da. Nudeln. Füllen wir noch mal voll. Das Regal neben der Nutella ist noch leer. Das ist noch so gedacht. Und hier haben wir noch Milchkartons. Die stehen da jetzt auch schon drei Tage rum. Die könnten mal langsam in den Kühlschrank. Aber nicht alle. Die zwei sind zu viel. Zum Glück kann das Zeug nicht schlecht werden. So. Wir haben keine Eier. Wir haben keinen Käse. Und ich wollte noch einen kleinen Kühlschrank. Und dann machen wir erst den neuen Kühlschrank. Und dann machen wir erst den neuen Kühlschrank. Und dann können hier nämlich die ganzen Sachen rein. Warte. Wir machen das andersrum. Wir stellen dich noch mal kurz da hin. Wir benutzen dich hier so ein bisschen als Aushängeschild. Und hier machen wir so ein bisschen die Ware für zu Hause. Also du läufst hier vorbei und denkst dir so, boah geil, eigentlich müsste ich noch Brot kaufen. Denkst du, boah, Cola. Oh, da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Und dann gehst du hier rein, denkst du so, aber so ein Orangensaft jetzt so direkt auf die Hand, das wäre schon geil. Roadkill-Cola, die muss so aussehen. Die Streifen sind ein Qualitätsmerkmal. So. Die Ratspuren an den Flaschen sind neue Designentscheidungen. Liebe ich. Zum Glück hat der Entwickler noch keine Haltbarkeit drin. Ist aber geplant, das wird das absolute Chaos. Oh Gott, stell dir vor, du musst dich hier auch noch um Mindesthaltbarkeitsdatum kümmern und so. Und dann darfst du Sachen, die über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, nicht mehr verkaufen, weil sich dann Leute beschweren könnten, dass ihnen schlecht geworden ist oder so. So, wir haben immer noch 270, äh 257, das heißt wir können jetzt erstmal Rechnungen bezahlen. Was wir nicht machen können, ist eine neue Lizenz kaufen für Kuchen und Süßigkeiten. Das kaufen wir als nächstes, definitiv. Ähm, dafür brauchen wir allerdings auch wieder ein neues Regal. Wobei, das sieht gerade gar nicht so voll aus. Also, wir brauchen noch einmal Tee. Wir brauchen noch einmal Mehl. Tee, Mehl, Nutella. Und Spaghetti. Nutella, Spaghetti. Mehl. Und was hatte ich noch gesagt? Hey. Brauchen wir noch irgendwas? Chocopie ist noch da. Brot ist noch da. Naja, vielleicht nehmen wir noch einen Kaffee mit. Kaffee ist so ein Dauerbrenner. Reißen die mir ein. Mein Gott, der reißt das komplett alle. Ne, so viel habe ich nicht. Komm, von dem Reis reicht mir einer. Also, Spaghetti sind für ein Vorrat. Und der Reis war leer. Nutella. Das Mehl. So. Dann Tee. Und noch mal Kaffee. Und dann sind hier noch zwei Kaffee über. Sehr gut. Ja, mag ich so. Habe ich noch irgendwelche Preise nicht eingestellt? Ne, ne? Alles mit Preisen versehen und nirgendwo mehr komische 9 Cent Beträge. Doch, hier der Käse. Der Käse geht jetzt rauf auf 2,70. Und fertig ist. So. Kaffee, ja. So. Weißt du, schnappst dir Sachen von auf dem Bürgersteig neben der Mülltonne und räumst die einfach ins Regal. Ja, Ferrari. Wie richtest du denn deinen Laden so ein? Was dachtest du denn, wo die Sachen im Supermarkt herkommen? Die kommen natürlich von der Straße. Laden, die sollen auch kommen? Oh nein. Dann bin ich ja heillos überfordert. Ich habe ja jetzt schon keinen Überblick über meine Kunden und ich habe zwei. Ist das vom Lastwagen gefallen? Ja. Dann lassen sie sich alle Zeit der Welt mit dem Einkaufen. Ich habe den ganzen Tag offen. Ich sitze hier nur und mache meinen Job. Dankeschön. 2,10. Dankeschön. 34, glatt. Bitteschön. Schönen Tag noch. Ist das schön mit diesen ganzen Preisen. Ich glaube, ich hebe noch, ich glaube ich gleich noch alle Preise so an, dass sie entweder 50 oder 0 sind. Keine, keine 70 oder so. 59. Dankeschön, die Dame. So. 30 Cent zurück. Oh, 24. Da war aber jemand witzig. Dankeschön. Beheben sie uns bald wieder. Aber auf einmal sind auch die ganzen lästigen 69er Typen weg. Was hat der gerade gemeckert? Ist ihm zu teuer? So. 24,80. Genau. 12 Mac. Der war orange. Zwei Leute, was, hingen hinten dran und haben dort Tonnen reingeworfen. Genau, das ist einer von diesen neumodischen Lastwegen. Wo so Leute hinten draufstehen können. Das ist so eine, so eine Arbeits-, äh, so, das ist so eine, so eine CO2-Sparmaßnahme. Ähm, das ist dann wie, wie so eine Fahrgemeinschaft. So. Einen wieder zurück. Dankeschön. Müssen wir schon irgendwas nachbestellen? Sieht eigentlich noch alles gut aus, würde ich so sagen. Wie sieht's mit der Quengelware aus? Jawohl. Ah, O-Saft, Apfelsaft, könnte man mal langsam nachbestellen. Nachbestellen, der Apfelsaft geht irgendwie besser als der O-Saft. Jawohl, ich bin ja da, ich bin ja da. So, ich hab's einmal kurz geleckt. 35, glatt, so will ich das sehen. Und zack, einmal passend. Oh, auf dem Weg zur Hochzeit noch geschwind einkaufen für die Frau, man kennt's. Ist Chad verbuggt oder warum steht er die ganze Zeit? Ja, der, der, der backt sich leider noch ab und zu die Ecke und ich komm da unten nicht an ihn ran. Weil sobald ich raus... Okay, tschüss. Da ist er wieder. Ich mag grad sagen, sobald ich raus tappe, ähm... Habe ich halt keinen Mauscursor mehr. Oh, hi Carter. Musste gerade kuscheln. Aua, ich steh so beinahe hart. So, Entschuldigung, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Ich hab noch kurz mit meinem Host hier gesprochen. Äh, passt. Dankeschön. Ja, passt auch. Wunderbar. So, ja, der Appelsaft geht langsam zur Neige. Noch sechs Stück. Ja, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, da haben sie aber ordentlich was vor mit dem ganzen Öl. Und auch jedes Mal, wenn einer so hier direkt durch die Bildmitte springt, äh, tappe ich halt kurz aus dem Spiel raus. Dadurch leckt dann das eigentliche Spiel so ein bisschen. 33, 30. Sieben wieder zurück. Bitteschön. Jakrifikabo, du springst das ungünstig. Hüppel mal davon. Dankeschön. Sieben Sechzig. Wurde, irgendwann nur sechs. Oh, der Großeinkauf fürs Wochenende. 42 Euro. So. Ich hätte schon wieder stinky, seht ihr das? Und jetzt sitzt er da mitten im Weg. Beweg dich mal bitte darüber, wir waschen dich nach dem Tag. So, ich bin sofort bei Ihnen. Ich müsste mal kurz den Apfelsaft nachbestellen. Äh, Apfel- und Orangensaft. Geht noch irgendwas geradeaus? Das Mehl. Ne, das hier sind Nudeln. Entschuldigung, falscher Karte. Äh, nicht jetzt Handy. Keine Zeit. Okay. Direkt aus den Händen gemopst. Wir bestellen einmal kurz, bevor es dafür zu spät ist. Dankeschön, geht weiter. Rest mach mal alles morgen. Ja, kein Problem. 40 Cent zurück. Jawohl. Sechs Euro. Oh, Großeinkauf. Großeinkauf. 36,80. 17 glatt. Wunderschön. Ich mach Ihnen eben kurz Licht an, ja? Nicht, dass wir hier noch stolpern. Da haftet er nämlich meine Versicherung nicht für. So, 40 Cent. Bitteschön. Warte. Er hat auch einen Regalback, aber ohne Regal. Hier haben wir noch ein Dollarchen zurück. Ich wäre so froh, dass die Kassiererin bei uns bei dem Einkauf nicht kommentieren. Das wäre so quenig. Bäh, Kater, ii. Du musst mal kurz von mir runter. Bäh, mein Kater hat mich ein bisschen angepieselt. Du bist halt schon alt. Okay. Taschentuch regelt. Alles feini. So, 1950. Was könnt ihr nicht finden? Mehl. Hab ich doch gerade nachgelegt. Ich glaub, da backen schon wieder ein paar. 50 Cent. Gehen wir aus dem Weg, Chat. 50 Cent zurück. Und ein Dollar oder Euro oder was auch immer zurück. Ein Goldstück. Jawohl, da wird nochmal ein bisschen Saft gekauft. Der letzte Apfelsaft für heute. Aus der Bahn, Chat. Und 50 Cent zurück. Oh, wir haben den Back überwunden. Ich bin stolz auf sie. Einen wieder zurück. Und die anderen beiden muss man, glaub ich, so stehen lassen. So, hier hab ich auch Ronfensaft hin und da unten. Und den Apfelsaft haben sie mir komplett leer gekauft. So, dann gucken wir schon mal für morgen. Und dann noch eine Packung Nudeln da. Öl wird man nachbestellen müssen. Öl. Öl. Rot wird man nochmal im Packen brauchen. Nudeln habe ich jetzt gerade aufgebraucht. Blaue Mehl ist auch fast nicht mehr da. Normales Olivenöl. Das könnte noch so passen. Erdnussbutter ist noch da. Spaghetti ist noch da. Chokopie muss ich neu kaufen. Und vielleicht reicht es ja noch für die neue Lizenz. Hm. Hier fehlt der Zucker, Salz und Reis. Zucker. Salz und Reis. Ist schon auf Maximum. Okay. Wir haben hier noch zwei Packen. Zucker, die kann ich noch gleich nachfüllen. Und hier haben wir noch Spaghetti. Die müssen noch nicht nachgefüllt werden. Kaffee kann man immer nachfüllen. Oh mein Gott, er hat sich befreit. Oder auch nicht. Und hier nochmal zwei Milch. Die ist erst drei oder vier Tage alt. Oh mein Gott, er hat es wirklich geschafft. Er ist frei. Dobi. 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 Ich bin so stolz auf dich. Du kannst mir gar nicht glauben, wie stolz du bist, dass du nicht einfach meine Sachen genommen hast und sie nie bezahlt hast. Du dagegen bist eine Enttäuschung. Kann ich dich befreien, indem ich... Aha. Ach komm schon. Ich hatte gerade ganz kurz Hoffnung in dich gesetzt. Hallo. Ich darf das Regal hier nicht mal hinsetzen mehr. Ich hatte Hoffnung in dich. Tschüss. Ein Produkt nicht gefunden. Sieben Produkte zu teuer. Marktpreis 5,40 Euro. Da bin ich ja noch richtig günstig. Alter, ist das schwierig, dass ich das jetzt auch noch jeden Tag kontrollieren muss, anstatt dass ich das immer gleich lassen darf. Sieben. Können wir sogar auf 7,50 hochgehen. Das bisschen macht es jetzt auch nicht fett. So, guck mal. Die Brotpreise explodieren einfach. Zack. Jawohl. Seit 2,50 sind wir sogar noch mitten auf dem Wert. Ich nehme die weg, wenn da nichts drin steht. Das Schlechtste kann ich mir doch nichts merken. Okay, wir bestellen erst mal kurz nach. Und dann hätte ich eigentlich gerne meine neue Lizenz. Damit ich dann anfangen kann, mehr Kram zu verkaufen. So Kuchen und so. Wisst ihr? So Quengelware. Aber dafür brauche ich... Brauche ich dafür ein neues Regal? Nee, eigentlich habe ich noch genug frei. Passt. Das passt. So. Zucker. Ja, scher Tag. So. 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 Uh. Ersatzmehl, zack. Dann haben wir hier nochmal Öl. Ich weiß nicht mal, warum die bei dir backen. Ich habe die Regale enger zusammengebaut, bei mir ist noch nie einer verbacken. Ist das Streamer-Pech einfach. Schieben wir es darauf. Manchmal haben Streamer viel mehr Glück und manchmal haben Streamer einfach viel mehr Pech. So ist es halt. Wieso habe ich jetzt noch mal Nudeln bestellt? Ich hatte hier doch noch welche. Moment. Ich nehme mal aus dem Weg, Chat. Ah ja, wir wollten uns noch um Chat kümmern, bevor wir, ja, du möchtest gestreichelt werden und gewaschen werden, machen wir gleich Chat. Versprochen. So. Wo ist mein Basmati-Reis? Der hat scheinbar schon nicht mehr reingepasst. So. Basmati-Reis. So. Tee passt noch, Kaffee passt noch. Würde ich aber trotzdem einen nachbestellen, weil die das immer direkt leer kaufen. Wir haben immer noch eine Packung Käse. Die Milch müsste ich mal langsam nachbestellen. Milch. Was eigentlich mit dem ganzen Kaffee und Sprite und so hier? Sprite ist leer. Toco könnte man noch nachkaufen. Dann habe ich eben gesagt, ich will noch mal Kaffee nachkaufen und einen Käse. So. Und dann holen wir uns noch die neue Lizenz. Und dann holen wir uns die abends. Geht nicht. Wir haben nicht genug Geld. Dann holen wir uns die abends. Haben wir für die eigentlich jeden Preis eingestellt? Ja, das sieht so glatt aus. Den haben auf jeden Fall wir eingestellt. So. Die haltbare Milch. Der Käse. Das Basmati-Reis. Der Ersatz-Reis. Dann haben wir hier noch Sprite. Und Turku. Und das Letzte ist noch mehr Kaffee. Gut. Ich brauche Geld. Ich will eine neue Lizenz, Leute. So. Wir haben bei uns gerade Ja, Mark. Das Wetter ist so schlecht. Sonst hätte ich mir da heute schon wieder 30 Sachen einverleibt. Fühle, verraten, fühle. Also sowohl das Einverleiben als auch das, dass es schief geht, weil wegen Wetter. Beides. Ihr liebt dieses Regal. Ihr könntet sich stundenlang daran reiben. Ii, Brachos. Ii. Wollten wir uns nicht um Chat kümmern, bevor wir den Tag starten? Sekunde. Chat, du bist ja wieder stinkig. Im wahrsten Sinne des Mordes. Wir putzen dich kurz. Dann streicheln wir dich kurz. Und dann ist wieder gut. Habt ihr gesehen, wie er tanzt? Habt ihr gesehen, wie er tanzt? Ja, versteck dich nur hinter mir, während ich dich putze. Das nützt dir gar nichts. Du wirst jetzt gestreichelt. Ja. Jawohl. Schön kopfig kraulen. Und reicht wieder. Tschüss. Lassen Sie sich Zeit mit dem Einkauf. Ich bin den ganzen Tag hier, ja? Kein Grund zur Hektik. Aber kaufen Sie ruhig ein bisschen mehr. Ich kann mir dann nämlich neuen, coolen Stuff leisten. So, jetzt kann man uns die Lizenz schon leisten, aber das nützt uns nichts, wenn wir kein Geld haben, um den Kram auch zu kaufen. Das heißt, wir sollten... Wieso 60? Wo habe ich denn hier noch einen Preis nicht auf 50 gesehen? Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Sekunde. Das muss überprüft werden. Hier, der Käse kostet 70. Wir gehen mal auf 50 runter. Und der Kaffee kostet 80. 10,50. Komm. Wir sind mal so nett. Wir machen den Kaffee ein bisschen günstiger. So. 4 Mark. 40 zurück. Ja, die Währung wechselt hier ständig. Äh. 13. 40. 40. Hier, 50. Jawohl. Kommt so. Bitte schön, eins zurück. Jawohl, bin gleich bei Ihnen. Ich räume noch eben den Müll raus. Schön, dass man sich auch porten kann, indem man einfach von überall die Kasse anklicken kann. 21,50. Könnte Cola nicht finden. Du hast recht. Jo, bring gleich da. Jo, bring gleich da. Und hier dann auch. Jawohl. Imagine, du zahlst das gleiche für eine Cola, wie du für ein Wasser zahlen würdest. Wechselgeld 29. 90. Hätten sie nicht noch 10 Cent gehabt, hätte ich ihnen direkt 30 zurückgeben können. Mann, Mann, Mann. 45, 30. Nur ein Apfelsaft, bitte, zur Pause. Entschuldigung, war noch Orangensaft. So, 8,70. Dankeschön. Passend. Und hier einmal passend. 27,50 zurück. Und einmal 23 für sie. Da machen wir hier nochmal ein bisschen Olivenöl und Käse. Das wird ein sehr italienisches Wochenende, wa? So, solange sie sich noch entscheidet, müssten wir nochmal hier die Spaghetti nachlegen. Der Rest ist noch da. Guten Tag. Dankeschön fürs Warten. Passend und weg. So, Käse ist noch da. Eier sind noch da. Das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, wir können uns heute Nacht die neue Lizenz kaufen und können das morgen früh einrichten. Oder wir sollten vorher noch unsere Rechnungen überprüfen. So, 3 zurück. Jawohl, passend. Konnte Mehl nicht finden. Oh, ich habe gerade eben noch darüber gesprochen, dass alles noch vorrätig ist. Und zack ist das Mehl aus. So. Zack, 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 zack. Passend. Dankeschön. Mit Kreditkarte. Jawohl. Kartenzahlung. Gar kein Problem. 19,50. Und zack, 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 zack. Passend. Dankeschön. Keine Milch mehr da. Danke. 50 Cent zurück. Milch haben wir noch zwei packen. Dann mache ich ihnen noch kurz die Lichterchens an. Sonst sehen sie ja gar nicht, wie ich sie abkassiere. 28 glatt. Wunderbar. Der Reis ist schon wieder fast alle. Das sehe ich doch. Das gute Turco. Turco Cola. Auch schon wieder fast leer. Jawohl. Bin für sie da. Piep, 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 piep. Ich hoffe, sie sind mit dem Auto da. Das wird sonst schwer zu schleppen. Und zack, 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 zack. Dankeschön. Passt. Käse, Eier und eine Cola. Kriegen wir hin. Zack. Hallöchen, Nutella. Ein Wunderfühle, Wunderfühle dir. Jawohl. Gutes altes Brot und Zucker. Man kennt es. Hier haben sie 84 zurück. Passen sie da draußen auf sich auf. Ist schon spät. 50 Cent zurück. Und da haben wir wieder einen Regalback. Kommt es daher, dass ich zweimal das gleiche im Regal habe und die sich nicht entscheiden kann, ob die das von links oder von rechts nehmen wollen. Ich verstehe es noch nicht ganz. Vielleicht habe ich aber auch einfach Pech. Jawohl, da wird ordentlich eingesaftet. Entschuldigung, ich habe so eine lästige Angewohnheit, alle meine Kunden zu beobachten und zu kommentieren. So bin ich nun mal. So, Madame, ich beende jetzt, ja? Sieben Produkte waren zu teuer. 1.500 haben wir jetzt. Okay, Leute. Wir gucken einmal nach, was nachbestellt werden muss. Wir gucken einmal nach, was zu teuer ist. Ich muss einmal tägliche Medikamente nehmen und dann können wir endlich unseren Süßkram kaufen. Und vielleicht, wenn unser Geld gerade so gut ausschaut, holen wir uns dafür nochmal ein extra Quengelware-Regal. Jetzt kein Süßkram. Ja. Für den Supermarkt. Ja, ja, ja. Und wie ist der? Macht Spaß und süchtig. Solltest du auch mal spielen. Ich gehe auf meiner Sitzung. Gut. Wir alle. Danke fürs Gespräch. Ja. So, wir brauchen neue Cola. Wir brauchen neuen Orangen- und neuen Apfelsaft. Wir brauchen die Lizenzen. So. Einkaufen. Wir brauchen Orangen- und Apfelsaft. Wir brauchen die Soda-Cola. Die Milch war alle. Kuchen und Kuchen und Süßigkeiten. Müsli, Schokoladenriegel, Joghurt. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Kühlschrank. Wir kaufen noch einen Kühlschrank. Kaufen wir gleich einen großen? Wir kaufen gleich einen großen. Ich finde es gut, dass der nur 2 Euro Lieferkosten hat. So. Dann fangen wir mal an. Die neue Konkurrenz zu Chockepie. Die neuen Crispy Chibi. Okay, die würde ich, glaube ich, auch bevorzugen. Also als Kind hätte ich die Chockepie genommen. Und als Erwachsener die Crispy Chibi. Wir müssen gleich auf jeden Fall daran denken, die neuen Preise einzustellen. Wie viel Frucht möchten Sie in Ihrem Joghurt? Alter, 30 Stück. Das war eine Menge Joghurt. So, dann haben wir hier Schokoriegel. Nee, Schokoladentafeln. So, das war's. Ja. Dann haben wir mehr Apfelsaft. Haben wir davon noch einen offenen? Nee, wir haben noch einen offenen Ursaft. So, und so. Dann haben wir hier noch die gute Cola. Dann Milch. Passend zum Frühstück. Der gute Ursaft. Dann machen wir erst mal den leer, den wir noch haben. So. Zari, ich weiß, wir sind in einem Kindler mit Fronteen Stream, aber die Bonbons erinnern mich an was Falsches. Hier in den blauen Tüten. Okay. Dann machen wir euch der Bandschett. Wir müssen hier Ursaft einräumen. Bonnbeck Bubble Busy. Das sieht aus, als hätte jemand einfach nur weiße Matschepamper da reingepackt. Also, für mich sieht das so aus, als hätte jemand versucht, weiße Mäuse da reinzupacken, aber hat die vorher einfach so überfahren. So, dann haben wir noch Kuchen. Können wir den einen Kaffee da rausnehmen? Vermutlich nicht, ne? Und das eine Mehl da auch nicht. Doch, wir haben noch einen Karton voll mit Kaffee. Dann können wir hier nämlich den Kuchen mit reinpacken. Und dann haben wir hier noch mal Kuchen. Ah, Mehl werde ich nicht mehr da haben. Oder ich nehme diese Packung Mehl. Ha! Guck mal, Nutri-Score von A. Na, wenn das mal kein geiler Kuchen ist, Leute. Der ist sogar gesund, wollen die Medien euch weiß machen. Ganz kurzes Hallö, der wird 15 bis 20 Minuten zu Hause. Heute Tag. Schicht. Headlock, komm gut nach Hause. Du weißt doch, nach Hause kommen ist wichtiger, als jetzt sofort hier Hallo sagen und Krams. Komm erstmal in aller Ruhe nach Hause. Alles Feini, wir rennen nicht weg. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon streame. Das macht einfach zu süchtig, dieses Game. Ich habe euch von Anfang an gesagt, dass das passieren wird. Ich habe euch gesagt, ihr dürft mir diesen Simulator nicht geben, weil ich nicht mehr aufhören kann, den zu spielen. Ich habe euch gewarnt, Chad. So. Was brauchen wir jetzt neu? Der Käse wurde jetzt gut weggekauft. Davon sollte man nochmal einen mitnehmen. Öl muss auf jeden Fall nachbestellt werden. Brot muss auf jeden Fall nachbestellt werden. Chadlock, wäre geschehen, dass du Knurke noch ein Abo geschenkt hast. Nach vier Stunden? Also nicht euer Ernst, ich bin dir doch noch keine vier Stunden. Wir haben doch gerade mal zwei, drei Tage gemacht oder so. Zweiten Kassenschalter für jemanden zum Kassieren. Wo war ich jetzt gerade? Olivenöl war wichtig. Öl, Salz. Dann wollte ich nochmal Käse. Und wollte zur Sicherheit nochmal Wasserflaschen und Milch mitnehmen. Und Brot war wichtig. Derzeit wird Mehl super viel gekauft. Das heißt, ich möchte lieber nochmal eine extra Packung Mehl haben. Und dann ist unser Geld auch genau weg. Nein, durch die Lieferkosten. Das geschnitten Brot reicht mir einer. So, Ersatzpackung Mehl. Wichtig. Du hast nach Hause fahren und ich habe es verteilt. Frech wie immer, der Mann. Ist so. Ich muss gleich niesen, Chad. Und immer wenn ich euch sage, dass ich niesen muss, muss ich auf magische Weise nicht mehr niesen. Ihr seid magisch, Chad. Habe ich euch da schon mal gesagt? Ihr seid magisch. Ihr sorgt dafür, dass ich nicht niesen muss. So. Dann nehmen wir hier noch Milch. Dann nehmen wir hier nochmal extra Wasser. Und Olivenöl. Dann würde ich noch nichts mehr machen, weil wir kein Geld mehr haben. Dann würde ich noch den Shop öffnen. So, Leute, komm. Halt, halt. Stopp, 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 stopp. Ich habe die Preise noch nicht gemacht. Ich habe die Preise noch nicht gemacht. Hier, 5 für den Kuchen. Und hier, äh, 2,50 für den Kuchen. Äh, und der Joghurt. Machen wir genau 2, sind wir genau auf Marktpreis. Ja, bin da, bin da. Wer noch? Jawohl, 2 Cola. Ähm. Ja, manchmal hat man es einfach nicht klein, aber. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aber ihr eh einen fantastischen Tag. Hier, bitteschön. So, darf ich Sie vielleicht für die Schokolade? Und die, 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 die Süßigkeiten? Hier, äh, 4,50. Die Süßigkeiten. Machen wir 5. Und ich machen wir 6. Ja, die hat jetzt das saubillige Büstle bekommen. Die Wasserflassen sind ihnen zu teuer. Äh, spielen bitte nicht lecken. Danke, tschüss. Wasser ist zu teuer geworden. Machen wir 3 glatt. Ja, bin da, bin da. So. Choki habe ich eingerichtet. Süßigkeiten habe ich eingerichtet. Sehr gut, jetzt funktioniert wieder alles. Okay, okay, okay. Gut, Panik abgewendet. Alles wird gut. Puh. Chet hat Hunger. Komm her. Äh. Ich kann halt meinen Mauszeiger nicht sehen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schlecht. Machen wir es so. Komm her, Chet. Kriegst ein Orangchen. Ja. Und dann gibt es noch ein Äpfelchen. Und ein Banelchen. Und dann gibt es noch ein Äpfelchen. So, ist fein. Da wird einmal noch kräftig getanzt. So, jetzt mach noch ein Häufchen, damit ich wieder arbeiten kann. Nein? Okay. Dann nicht. Ja, jetzt aber. Geschnitten Brot war in den USA irgendwann mal verboten. Kinderüberraschung ist es jetzt noch, weil du dich an einem Spielzeug, glaube ich, verschlucken. Nee, weil es eine Regel gibt, dass du keine festen Körper in Essen haben darfst. Also, du darfst kein Nicht-Essen in Essen verkaufen. Brachos, gehen wir aus der Bahn. Du wirst eh gleich gefressen. Jawohl, da kommt auch der erste Kuchen weg. 27 Dollar gibt es zurück. Bitteschön. Und da haben wir auch endlich das Häufchen gemacht. Jawohl. Du hast das Stückchen, was gefehlt hat, Brachos. Genau 50. Bitteschön. So. Damit das hier nicht die ganze Zeit rumliegt. Ja. Gehen einfach direkt durch. Ist so. Ist so. Amis würden wahrscheinlich auch hin, dass wir ein Reimweißnotrad ersticken. Vermutlich. Nein, ist eigentlich bösartig. So. Das gute Mehl, ne, das reißen die mir gerade echt aus den Händen. So. Dann das nicht ganz so gute Mehl, legen wir auch gleich nach. Bucke jetzt schon wieder ein bisschen. Jawohl. Zack, zack. 50 Cent zurück. Hier, bitteschön. Und, oh, Großeinkauf, Großeinkauf. 76,50. So, Turku ist noch da. Die Cola ist auch noch da. Orangensaft ist auch noch ein bisschen da. Könnte man aber auch nochmal nachlegen. Ja, jetzt langsam wird es ein bisschen ruckelig. So, der Kaffee ist schon wieder halb leer. Bin sofort bei Ihnen. Ich lege nur kurz den Kaffee nach. Ja, bitteschön. 59,50. Jawohl, lassen Sie sich die Süßigkeiten schmecken. Sie sind ganz neu im Sortiment. Oh, ich... Was ist denn gerade los? Das laggt aber gerade wie noch was, du. Oh, da ist der erste Joghurt. Bitte nicht schubsen. Einen wunderschönen, wunderschönen... Einen wunderschönen, wunderschönen Chatlog. So, ich trinke auch gleich was. Ja. So, bitteschön. Jawohl, sogar passend. Perfekt. Dann trinken wir eben was. Aber da sind schon wieder zwei Leute verbackt. Na, der eine. Die Nudeln sind zu teuer. Dann gehen wir halt auf 6,50. Kein Problem. So. Dankeschön. Aber ich mache Ihnen gleich einmal Licht an, ja? Sekunde, ich nehme mir Geld sofort. Wir machen nun kurz einmal Licht an, dann kann ich hier auch richtig zählen. Nicht, dass ich Ihnen da was Falsches rausgeben, ne? Warum wollen wir ja nicht? Alter, das leckt ja gerade immer und immer schlimmer. Glauben, Leute, ich muss gleich Pet einmal ausmachen. Jawohl, passend. Genau 50. Guck mal. 2,50 zurück. Die Herrschaften. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ich lege hier nochmal eben den Reis nach. Vielleicht möchten Sie ja den haben. Kommt das vielleicht zustande, wenn zwei Leute sich gleichzeitig das gleiche Item schnappen wollen? Ich weiß es nicht. Genau passend. Jawohl. Und 50 Cent zurück. Die Milch ist zu teuer. Dann gehen wir halt auch hier auf 2,50 runter. Dann sind wir halt ein bisschen unter Marktpreis. Ist ja okay. Dafür sind wir bei anderen wieder drüber. Wir sind günstiger als die Konkurrenz. Zumindest was die Milch angeht. Den Rest nicht. So, 31. Glaub. Jawohl. Jetzt haben wir hier drei verpackte Leute. Katlock sagt, na, Zari, wieso bereust du schon den Supermarkt-Simulator? Hä? Ich bereue ihn sehr, weil ich nicht aufhören kann. So. Dann haben wir noch ein gutes Mehl. Oh, dann haben wir noch mehr gutes Mehl. Gut, dass ich nochmal reingeklickt habe. Oh, das normale Öl ist alle. Das müssen wir unbedingt nachbestellen morgen. Danke, dass du jetzt auch ein Abo geschenkt hast. Dankeschön. Genau passend. Jawohl. Und zwei zurück. Ja, jetzt haben wir vier verpackte Leute da. Die klauen mein Zeug. Und verpacken sich dann, damit sie es nicht bezahlen müssen. Also Leute, nächstes Mal, wenn ihr unbedingt... Miau. Guck mal, so viele neue Leute. Jetzt aber bloß nichts peinliches machen. Biene, Hallöchen, dein Wunderschön, Wunderschön. Und Hallöchen, ihr süßen Raiders und Raider Ridos. Willkommen. Oh, ich bin Fan vom Weltall. Bist du auch Fan? Ich bin generell Fan. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Stream. Ja, ich bin Fan vom Weltall. Sollte das so? So kennen wir sie. Das ist ihre normale Stimme, ne? Also Biene klingt immer so. Hallöchen, ihr Süßen. Wir versuchten in dem wunderschönen Supermarket Simulator. Was gab's bei euch Schönes? Bei euch gab's Kunst. Was habt ihr heute Schönes gekünstelt? Die ist eine Biene. Spinnen? Wo? Hallöchen, ihr Süßen. Wir haben gerade den ultimativen Trick gelernt. Wenn ihr einkaufen geht und ihr merkt, ihr habt nicht genug Geld dabei für das, was ihr einkaufen wollt, lauft einfach permanent gegen die Supermarktregale. Irgendwann wird der Besitzer aufgeben und seinen Laden schließen und ihr könnt das ganze Zeug umsonst mitnehmen. Ein paar Emotes mit einer Base von jemand anderem. Wie cool! Ich hab auch wahnsinnig viele Emotes selber gezeichnet und ich hab auch immer Bases dafür verwendet, weil das Ganze einfach so viel einfacher macht. Leckt Zahri wieder oder war das der Clip? Also ich mein, bei mir hatte der Clip Pausen, aber ich weiß nicht, ob die gewollt waren. Die ist keine Biene, die ist ein Wolf. Natürlich! Clips löschen bringt übrigens nichts. Zahri Spot gibt auch alte gelöschte Clips. Ja, ich steig demnächst auf einen neuen Bot um und der hat dann auch die Gelöschten hoffentlich nicht mehr drin. Und der hält sich dann auch hoffentlich an die Regel, dass ich nur Clips, die maximal ein Jahr alt sind, haben möchte. Ich will gerade vor allem Haare üben. Haare sind so schwer! So schwer! Wait, das war ernst? Also, dass du Wolf bist? Ja, das habe ich eben. So grob weiß ich das. Dass halt Biene wahrscheinlich eher von dem Namen her rührt. Achso, mir den gelöschten Clips. Das war ernst gemeint, das war ernst gemeint. Selbst wenn du Clips löscht, sind die quasi in der Datenbank von demjenigen, der die Clips abspielt, noch drin. Und deswegen steige ich demnächst auf einen neuen Bot um, weil das, ja, uff. Ja, ist so. Uff, uff. So, Chat. Bei mir fängt allerdings der Stream an zu lecken. Deswegen werden wir ganz kurz den Supermarket Simulator verlassen und ganz kurz unserem wunderschönen Pet Chat Goodbye sagen. Denn, äh, scheinbar packt mein Rechner nicht OBS, VC Face, Chatbot und den Supermarket Simulator auf Dauer. Deswegen wechseln wir mal ganz kurz. Das hier ist übrigens Chat. Das ist unser niedliches kleines Desktop-Pad, das wir im Moment in der Closed Beta testen dürfen. Und, ähm, er ist genau so rausbringend und nervig, wie er sein soll. Ähm, wir machen den aber kurz aus, weil, weil der gerade einfach zu viel für den PC ist. Normalerweise wohnt der hier, wir dürfen den aber mit auf unseren Desktop mitnehmen. Und doch, du musst jetzt leider ins Bett, Chat. Sorry, du kriegst jetzt nochmal Streichleinheiten. So, wir sind nochmal ein bisschen gekrault. Und genau, mit Eat Me dürft ihr euch in diesem wunderschönen Spiel verewigen und könnt instant gefressen werden. Allerdings habt ihr keinerlei Kalorien, keinerlei Nährwerte. Ihr seid einfach nur zum Glücklichmachen da. Ihr seid also basically süß Kram. Ja, wie du bitte. Chat sagt, also mein, mein, mein PC sagt leider nein, sonst würde ich dich behalten. Wir machen dich morgen wieder an. Wenn ich morgen mich entscheide, Coworking zu machen, machen wir morgen wieder Chat mit an. So, das heißt, wir gehen jetzt hier einmal auf Ausloggen. Blopp. Tschüss, Chat. Och, Minio. Äh, und nicht wundern, ähm, das Beenden der, der, des Programms funktioniert noch nicht so gut. Ihr seht, das ist noch eine Nuller-Version. Wir sind also hier wirklich noch in, in einem, in einem Closed-Beta-Status. Und hey, es hat funktioniert, das ist das erste Mal, dass es sich wirklich beendet hat und ich nicht auf Prozess beenden klicken musste, weil es reagiert nicht mehr. Das ist so ein richtiges, ich beende mich nicht, du beendest mich nicht, ich beende mich. einfach den Simulator schließen und Excel weiter streamen, die Steuererklärung für den Supermarkt schreiben. Niemals! Der Toaster 2.0 auch schon überfordert. Ja, das sind einfach zu viele Programme, aber es ist geplant, dass ich bis Ende nächsten Jahres, nicht dieses nächsten Jahres, es schaffe, ein 2-PC-Setup zu haben. Wundern, hier über etwas sehe ich nicht. Es ist nicht umgekehrt, es beendet sich nicht, sondern du musst es tun. Ja, aber es ist so ein, wenn du jetzt auf Ausloggen klickst, dann reagiere ich gefälligst nicht mehr. So, Chat, wir müssen unseren Supermarkt hier weiter füllen, weiter ausbauen und weiter bestücken. Wir brauchen neue Sprite, wir brauchen neue Eier. Sprite und Eier mitschreiben, Chat. Mehl. Sprite, Eier, Mehl. Sprite, Eier, Mehl, Reis. Sprite, Eier, Mehl und Reis. Warte, das machen wir schon mal kurz. Mehl, Öl, Eier, Reis, und Sprite. So, da unten steht eigentlich Milch, die ist auch schon wieder gleich alle. Das Müsli ist gleich alle. Milch und Müsli. So, Schokoriegel sind noch da, Salz ist noch da, der Zucker ist alle. Jetzt haben wir hier auch schon zehn Items. Moment. Huh, Mauerfallöchel, da wunderschön, wunderschön. Mit der Schrotflitte. Ich muss Essen machen. Guten Hunger, Biene. Nochmal vielen, vielen Dank für den Rate. Ich habe mich sehr gefreut. Lasst dir schmecken. Wir füllen in der Zeit einfach ganz gechillt ein paar Regale auf, denn, ich sage es euch, wie es ist, ihr hättet mir diese Spiele nicht kaufen dürfen. Ich kann nämlich bei solchen Spielen nicht mehr aufhören. Weil ich mir immer denke, ja, einen Tag noch, Moment, und dann denkst du dir, ja, aber wir müssen für den nächsten Tag noch, aber wir müssen noch ganz kurz und auf einmal, zack, 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 sind wieder drei Stunden rum. So, Ersatzreis. Dann haben wir hier nochmal Müsli. Dann haben wir hier nochmal Milch. Also jetzt können wir fast überlegen, Kassierer einzustellen, wobei vielleicht erst unseren Laden größer machen, damit wir uns eine zweite Kasse leisten können. So, das ist jetzt die Frage, erst einen Kassierer, damit wir uns nur noch um die Regale kümmern und dann später eine zweite, ähm, eine zweite Kasse dazukaufen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Chatlock, danke schön, dass du Bina auch noch einen Zap geschenkt hast. Dankeschön, viel, viel Dank. Und Ersatzmehl. dann brauchen wir neues Nutella, neue Spaghetti, Nutella, Spaghetti, normale Nudeln, So, Brot ist noch da, Salz ist noch da, andere Müsli können wir auch einmal nachbestellen. Jetzt habe ich wieder keinen Zucker bestellt, oder? Wo, wo Zucker? und Müsli habe ich gesagt. Wie steht es hier vorne? Die Cola ist schon wieder fast leer, aber kein Problem. Und der Apfelsaft ist auch bald wieder alle. Nehmen wir davon noch einen mit und dann ist es wieder gut. So, jetzt haben wir noch ein 340, kriegen wir dafür nochmal eine Erweiterung. Wir könnten noch eine neue Lizenz kaufen für so Bleichmittel, Geschirrspieler. Okay, das machen wir später. Wachstum, 750 ist die nächste Erweiterung. So viel Geld, so viel Geld. Na gut. Nutella. Ich habe keinen Bock auf Erdnussbutter, deswegen ist es Nutella. Ich habe jetzt den Glor verändert. So, da ist noch eine Packung Spaghetti über. Hier haben wir einmal Abwisser, Saft. Da sind wir einfach oben drauf. Hier mal, Salz für deinen Kaffee ist gesünder als Zucker. Ich trinke sowieso keinen Kaffee, von daher ist mir der Salzgehalt im Kaffee relativ egal. So. Dann Zucker. Und ich weiß, dir ging es darum, dass ich schon wieder vergessen habe, Zucker zu bestellen. hier noch mit dran. Noch eine Packung Zucker. Problem ist, so ein Kassierer werde ich nicht nur einmal, sondern immer wieder bezahlen müssen. Die meisten Arbeiter haben das so an sich, dass die eher so mehrfach bezahlt werden wollen. ich weiß nicht, wie das Spiel das hier handelt. Gucken wir gleich mal. Das wird ja wohl hoffentlich mit dran stehen. Kein Kaffee, ich könnte jetzt beleidigt sein, aber ich vergebe dir die Dinoqueen. Das ist sehr nett von dir. Tageslohn 80, Einstellungskosten 100. Komm, wir probieren es mal. Guten Tag, der Herr. So, und jetzt öffnen wir. Das ist unser Sortiment. Ich hoffe, du hast die sämtliche Preise gut gemerkt. Du siehst sehr motiviert aus. Bob. Wo ist dein Namensschild Bob? Ab morgen möchte ich hier ein Namensschild sehen, wo dann groß draufsteht Hello, my name is Bob. Das ist Haselnusscreme. Okay, ganz so offiziell ist es Erdnussbutter, aber ich habe keinen Bock, Erdnussbutter zu verkaufen. So. Ein bisschen hier Kundenbindung Bob, weißt du? Lächeln aufsetzen, Höflichkeit, ne? Und was machen wir, wenn uns jemand rückelt in Form von 69 Cent haben möchte? Richtig, wir geben es ihm in 1 Cent Beträgen. So sieht es aus. Hallo Peter, ein Wunderschön, Wunderschön dir. Guten Tag, Madame. Oh, das sind schon die ersten Kunden. Jetzt bloß nicht nervös werden, Bob. Okay, bloß nicht nervös werden. Das ist dein erster Tag. Aber wenn du auch nur einen Fehler machst, werde ich dich feuern. Okay, Bob? Nur kein Druck. Hi, herzlich willkommen in unserem Laden. Bei uns wird Service, Kundenfreundlichkeit und Mitarbeiter. Feeling groß geschrieben. So Bob, ich vertraue dir. Bisschen schneller bitte, Bob, die Leute wollen heute noch bezahlen. So, Bob. Ja, machst du sehr gut. Jetzt noch die Milch. Jawohl. Nimm die Karte, steck sie da rein. Jawohl. Eingeben und abkassieren. Machst du sehr gut, Bob. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, Bob. Du machst das sehr toll. Können wir hier vielleicht ein bisschen, wir sparen gerade auf eine Erweiterung, damit wir noch eine Fastlane machen können. Wissen Sie? Bitte sagt mir, dass Bob noch leveln wird. Ich bitte darum. Kassierer 1, Selbstbedienungskasse. Benötigt das Supermarkt level 10. Ich kann mehr Kassierer einstellen, aber nicht den Kassierer an für sich teurer machen. Ah. Na gut. Nächste Lizenz kostet 750. Oh, hier hätten wir noch Mozzarella, Parmesan, Honig, Thunfisch, Eier und Puderzucker. Die könnten wir uns auch schon gönnen. Aber ich glaube, als allererstes, wäre es wirklich das sinnvollste, uns eine zweite Kasse zu holen. Oh, der Kaffee ist schon wieder alle. Haben wir noch Kaffee? Bob ist noch Kaffee da? Nichts macht er mit, der Junge. Einmal verlangt man, dass sie aufpassen, weißt du? Einmal, aber nein. Bisschen selbstständig arbeiten? Schon zu viel verlangt. Azubis von heute, weißt du? Da zahlst du denen den Mindestlohn und die opfern sich nicht für ihre Firma auf. Das ist schon, die Zeiten haben sich geändert, wisst ihr? Früher, früher waren die Leute noch dankbar, dass sie überhaupt Arbeit hatten und jetzt alles musst du selber machen als Chef. Alles musst du selber machen. Nichts machen deine Mitarbeiter mehr für dich, wenn du sie nicht bezahlst. Gar nichts. Zum Glück. Der bleibt so langsam. Oh nein, da muss ich mich ertäuschen. Bob. Bob, schaffst du das heute noch? Ich meine, danke schön, dass du mir etwas Arbeit abnimmst. Bob, aber ein bisschen schneller ist nicht zu viel verlangt, oder? Guck mal, die Schokis auch schon wieder alle. Hättest du auch mal Bescheid geben können. So, bevor wir jetzt bestellen, noch irgendwas. Die Nudeln. Irgendwas war mit Milch. Die Milch ist auch alle. Bob, warum sagst du nichts? Mein Gott, ey. Bob, ein bisschen selbstständig arbeiten, ja? Ah, da wäre sogar noch eine gewesen, Upsi. Bob, guck mal, da war noch was im Lager. Ah. Ach Leute, also mit Bob werde ich noch nicht so ganz warm. Patlock sagt Sari, so wie damals, als die Gummiringe noch aus Holz waren, Oma Sari halt. Ja, genau, genau von diesen Zeiten rede ich. Damals war alles besser. Das Mehl ist auch schon wieder alle, aber nur das Gute. Haben wir auch nicht mehr auf Lager. Mann, Mann, Mann. Hier, nehmen wir nochmal zwei davon mit. Mach mal das Licht an Bob. Kundenbindung. Die Kunden möchten nicht im Dunkeln shoppen. Die Kassen sind voll. Bob! Bob, ich will mich ja nicht beschweren, aber du bist zu langsam. Ich glaube, ich habe gerade mehr weggeschmissen wegen dir. Er nimmt mir ja schon echt viel raus, aber wir brauchen noch eine Kasse, die kostet 500. 500 kostet die Kasse. Und dann müsste man quasi eine hier hin und eine dahin stellen oder quasi eine hier hin, eine hier hin. 150 sagt, Entschuldigung, alte Frau. Könnten Sie mal eine Kasse aufmachen? Ja, wir haben leider keine zweite Kasse. Es tut mir leid. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich sehe noch einer drin. Nö. Katlock sagt zweite Kasse. Zweite Kasse, bitte. Also Bob, darüber müssen wir noch mal reden. Frau, die sagt zweite Kasse, bitte. Immer diese schönen Supermarkt durchsagen. Ding, ding, ding. Elsa, zweite Kasse, bitte. Elsa, kannst du mal zweite Kasse aufmachen, bitte? Elsa, der Kuchen ist auch schon wieder alle. Oh, jetzt kann ich auch nicht mehr bestellen. Aber wir können uns fast die Erweiterung leuten. Nani 5150 sagt, Mürdin möchte mit der Filialleutung sprechen. Die ist leider gerade aus. Moment, wo war ich jetzt gerade? Hier, der Kuchen war alle. Der andere Kuchen wird gar nicht angerührt. Das Olivenöl ist fast alle. Ihr wart beides Nudeln, deswegen hatte ich euch aufeinander gestellt. So. Brot wird man auch Neues brauchen morgen. Brot. Ich komme hier auch von dem Mehl. Das Mehl wird immer gekauft. Davon nehmen wir direkt noch einen Packen. Genau so wie der Basmati-Reis, der ist auch schon wieder fast leer. Das stimmt ja gar nicht. Wir könnten Süßkram noch einmal nachbestellen. Die haltbare Milch ist auch schon wieder halb leer. Katlock sagt, die Mürä den Karren bitte ins Büro. Die Mürä den Karren bitte. Frau Jecher sagt, Scheuer Saugmaschine in Gang 5. Ich wiederhole, Scheuer Saugmaschine in Gang 5. Die Kacke steht da bis zum Knie. Das ist keine Übung. Scheuer Saugmaschine sofort in Gang 5. Y-A-D-E-N-1989 sagt, zum Glück gibt's bald Ladendiebstahl. Da muss man nicht mehr so lang warten. Kaurian sagt, tolle Laden, aber leider viel zu langsame Kasse. Ladengesitze Ehring räumt nur Kartons rum, statt eine Kasse zu öffnen. Zwei Sterne. Zwei Sterne noch hinten dran, eiskalt. Der Zucker ist auch schon wieder leer. Chat. Was passiert hier? Und das Salz ist auch schon wieder gleich alle. nachbestellen. Nachbestellen. Salz. So. Bob, wir machen einen Feierabend, ne? Du putzt noch, ja? Das gehört zum Job mit dazu, ja? Das erwarte ich von dir einfach, dass du deinen Arbeitsplatz auch sauber hältst, Bob. Zwei von fünf würde klauen. Oh je, ich auch. So. Erweiterung kaufen. Ne, wir müssen erst die Sachen kaufen. So. Jetzt können wir uns als nächstes die Erweiterung kaufen. Wie schön, dass Salz da noch oben drauf gestapelt wurde. so. Jawohl, in dem Salz. Y-D-I-N-1989 sagt Reinigung Gang 5, bitte. Hey, wir haben noch nicht mal angefangen mit dem Tag. Nani 5-1-5-0 sagt, solange wir die da brauchen wird die Milch ja beim Einräumen sauer, nie wie die. Apropos Milch und Einräumen. So, zack. Dann machen wir hier nochmal Süßkram. Das kommt hier in die Ecke. Zum Glück klaut hier keiner. Kaurio sagt Hallo. Haben Sie schon geöffnet? Wir öffnen um Punkt 8. Nicht eine Minute eher. Katlock sagt sprach die Besitzerin gerade von aufräumen. Im nicht vorhandenen Lager sieht's aus, wie bei Hempels und dem Sofa. Vor allen Dingen im nicht vorhandenen Lager. Wir haben wirklich noch nichts. Y-D-I-N-1989 sagt Warenverkäufer reibt sich die Hände. Jede Bestellung einzeln. Ich werde reich. Schön. Okay, Bob. Bob, ich verstehe dich. Das war gestern dein erster Tag. Das lief nicht so gut. Du warst vielleicht ein bisschen langsam. Ich will jetzt nicht sagen, dass du uns fast den Laden gekostet hast, aber du bist eine massive Enttäuschung für dich, deine Eltern und vor allen Dingen für mich und die Firma. Okay? Deswegen strengst du dich heute ein bisschen mehr an und machst doppelte Geschwindigkeit. Du hast ja jetzt auch schon einen Tag hier hinter dir. Da erwarte ich von dir, dass du jetzt zeigst, dass du dich auch verbessern kannst. Deswegen heute doppelte Geschwindigkeit oder du bist raus, Bob. Okay? Gut? Sehr schön. Motivation kann ich. Ab geht's. Heuerlich, wenn irgendjemand mit mir so reden würde, ich würde zu uns nicht finden. Kaori sagt, Ware wurden nicht gescannt? Also ist es wohl umsonst. Ha ha. 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 Ha ha. Wer heißt dein Supermarkt? Man kann den bedenken. Nani 5150 sagt, Laden besitzt nicht mal ein Lager. Sieht aus wie eine Müllhalbe. Bob ist auch nicht die hellste Kerze im Kronleuchter. Schande. Das ist richtig. Schande. Anpassung kommt bald. Mein Lager hat noch, äh, mein Supermarkt hat noch keinen Namen. Der heißt Supermarket. Aber wenn ich ihm einen geben könnte, dann würde er Hammernicht Zweigstelle heißen. Man nennt's doch immer alles. Der heißt Hammernicht. Ist eine Zweigstelle von unserem Restaurant. Padlock sagt, Bob muss irgendwie mit Calvin von Zoddl verwandt sein, Minus größer als Kappa. Das glaube ich auch. Mit Calvin von Zoddl of the Forest. Frau Jächer sagt, die netten Leute von der Feuerwehr in den hübschen ABC-Schutzanzügen suchen Gang 5. So, Bob. Mehr Speed. Ja. Nächster. 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 Zusammenrechnen. Kassieren. Wechselgeld. Los. Ah, schön. Okay, Chad. Verwaltung, Wachstum. Wir haben jetzt nach hier hinten raus mehr Platz. Wenn ich jetzt die Kartons so ein bisschen weggestellt kriege, dann kann ich die eine Kasse hier hin, die andere hier hin. Nani 5150 sagt, Entschuldigung, wo ist der Chlorreiniger? Muss Blut wegwischen. Auch Chlorreiniger haben wir leider noch nicht. Da hätte ich mich jetzt gerade aktiv beentscheiden können. M Y R D N 1 9 8 9 sagt, Bon hat bei Hamer nicht gearbeitet und sagt, zu wenig Geld verlangt zu viel Zed. Mist vertippt. Kaurian sagt, Entschuldigung, haben Sie auch Hafermilch? Ne, wir haben Kuhmilch und haltbare Kuhmilch. Oh, wir haben fast kein Wasser mehr. So, Eier sind noch da, Käse ist auch gleich alle. Liegt draußen noch was rum? Nö. Äh, Cola, Apfelsaft? Du bist Apfelsaft. Kaurian sagt zweite Kasse. Zweite Kasse, bitte. Zweite Kasse. Irina, jetzt macht er mal die zweite Kasse. So, machen wir noch mal Ersatz O und Apfelsaft. die Turrets, die zielen jetzt auf Bob, nicht auf mich. So, dann legen wir eben kurz den Käse einmal nach. mein Tante Zari Laden hier ist mit sehr viel Liebe gemacht und Bob tritt die Liebe, die ich bisher in meine Firma investiert habe, einfach mit Füßen. Katlock sagt Luwux in Gang 3, bitte. Luwux, bitte. Luchs! Käse, hat jemand Käse gesagt? Yes, Käse. Nani 5150 sagt sie da. Ihre Pakete stehen draußen auf dem Gehweg herum und stören. Milch muss auch schon wieder neu. Bob, könntest du dich bitte ein bisschen beeilen? Ja, die Kunden warten und Kunden warten nicht gerne. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, was meine Kunden so kaufen. Also, ja, natürlich sehe ich es immer noch in gewisser Weise, weil ich natürlich sehe, was leer geht, aber ich kann jetzt nicht mehr so wunderschön lustige Sprüche kommentieren. Und das ist auch das, worauf es ankommt. Ah ja, genau, heute soll ich. Heute ist euch ja der O-Saft zu teuer. So, das gute Mehl ist schon wieder leer. Einmal nicht hingeguckt. Sollen wir hier noch eine Cola? Jo, ich trinke gleich wieder was. Habe ich bestimmt gleich wieder Zeit zu. Ich vergehen jetzt nicht wieder alle. 989 sagt arme Bob. Spendet für Bob den armen, misshandelten Kassierer. So. Bob, ich weiß, du träumst nebenher von so einer komischen Streamer-Karriere oder so, was immer das sein mag. Dieses komische Internet-Tree-Star. Entschuldigung, ist das Mehl vegan? Unser Mehl ist vegan, ja. Es ist so vegan, es enthält nicht mal Mehlwürmer. Weil jetzt auf einmal sind die anderen Kuchen total ausverkauft. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Dann würde ich, glaube ich, noch neue Milch, neue Getränke. Bob, jetzt mach doch mal das Licht an. Immerhin verzweifeln diesmal nicht alle Kunden, weil sie gar nicht rankommen, also. Die kaufen überhaupt keinen Kaffee mehr. Was ist mit den Kunden los? Cutlock sagt Streamer oder Streamliner? Das ist hier die Frage. Ja, du, ich kenne mich doch mit diesem Internet-Zeug X-Star nicht aus. Er sagt nur, der will irgendwas tun. Daniel 5150 sagt, Entschuldigung, ist die Milch von glücklichen Kühen gezapft? Nein, natürlich, von was denn sonst? Kaurio sagt, Oldsipendi ist billiger. Handy ist billiger. Ja, dann geh doch zu Netto. Ich muss übrigens sehr aufpassen, dass ich das Olivenöl nicht neben das Spülmittel stelle. Oben ist endlich mal der Tee leer. Wir kaufen aber trotzdem noch einen neuen Packen für da drüben. Cutlock sagt, die Chefin hier ist zu geizig, die dreht nicht mal ordentliches Licht auf. Das ist richtig, ich spare einen Moment für eine zweite Kasse, die ich mir jetzt leisten kann. Wo bleibt mein Apfelmus? Nani 5150 sagt, die Milch schmeckt aber nach Ratte. Ich will mein Geld zurück. Kaurio sagt, zweite Kasse. Zweite Kasse, bitte. Zweite Kasse. Ohne euch wäre es nicht halb so lustig. Kommunizieren wir heute via Text to Speed. Ja, dadurch, dass der Chat nicht meine Kunden sein dürfen, verkörpern sie heute zumindest die Gedanken meiner Kunden. Argonix Nightfall sagt, das ist ja zum Rattenmelken, Nani. So, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Bob. Wir beenden den Tag. Du machst ihn noch ein bisschen sauber. Und wenn du dann fertig bist. Frau Jecher sagt, mein Name ist Jecher. Ich kaufe hier ein. Sehr gut. Wenn du dann hier fertig bist, einmal Boden wischen und ein bisschen durchbohnen, vielleicht einmal mit der Pinzette nach Spreiseln suchen, die Regale abstauben und wieder fein saubern Y-A-D-N-1989 sagt, Bewertung, Ladengesitzerin wirkt immer genervt und schaut immer grantig. Zwei von fünf Sternen. Gar nicht wahr! Wenn du dann damit fertig bist, dann ist so ungefähr drei, vier Uhr früh, dann brauchst du eigentlich auch gar nicht mehr nach Hause gehen. Dann kannst du ja eigentlich auch noch ein bisschen, guck mal hier, hier, die Stellen sind ein bisschen unsauber, da könntest du eigentlich noch mal ein bisschen drüber gehen. Kaurin sagt, hallo, hallo, haben Sie noch auf? Hören Sie mich? Soll ich noch lauter an die Scheibe hämmern? Nein, wir haben nicht mehr auf. oh, nix, neidvoll, sagt, Sommer, ich will mein Geld Geld gibt's hier nur gegen Arbeit. nee, nee, soweit kommt's noch. Drei Produkte nicht gefunden. 14 Leute fanden Produkte zu teuer. Okay, Leute, wir müssen noch mal die Preise nachkommen. haben nicht mal das Diener Frühstück von Seitenbacher, tz, 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 tz. So sieht's aus. So, chat, wir müssen, wir müssen jetzt erst mal. in dem Laden kann man gut klauen, aber die Auswahl ist bescheiden. Drei von fünf. Hallo? Wir müssen hier mal kurz Preise überprüfen. Wir gehen hier auf sechs runter. So, 6,50. Wie sieht's hier aus? Wir gehen hier mal auf sieben runter. 2,50 passt, sieben passt, fünf passt. bei 50 passt. Jung. Kauri sagt, Preise sind kackendreist, aber Bob ist sehr sympathisch. Drei Sterne für Bob. Danke schön für die Bobliebe. Nani5150 sagt, sie haben echt schöne Eier hier. Danke. Sie heißen Bob. Sein Name ist Bob. Mirbox-Echse sagt, ich möchte mich beschweren, weil TTS wird meinen Namen butchern. Drakonix-Neidfohl sagt, entschuldigen Sie, wo finde ich denn Alk? Alkohol führen wir nicht. Wir sind ein vernünftiges Geschäft. Oh, guck mal, wir sind hier sogar weit unter Ladenpreis. Kannst du aber von ausgehen, Levox. Wann ist gerade mit der Spide los? Die schießt ja richtig durch die Decke. Ja, 2,50 sind wir auch unter dem Ladenpreis. Wir sind günstiger als die Konkurrenz, kommen Sie zu uns. Gut. Wir müssen hier mal kurz ein bisschen umräumen, weil wir haben jetzt hier mehr Platz. Levox-Echse sagt, Levox schafft es, aber Lyxia nicht, wetten. So. Frau Jecher sagt, die Dame vom Bestattungsunternehmen würde gerne wissen, wo sie Gang 5 findet. Die Frau vom Bestattungsunternehmen. So, Chat, wir müssen hier mal kurz umräumen, ja? Wir machen heute ein bisschen später auf. So. Und dann kommt hier erst mal so, so normales Zeug hin, was man halt so braucht. Oh, das passt nicht. Da passt kein ganzes Regal hin. Moment. Das sehe ich ja mal gar nicht ein. Nani5150 sagt, Laden hier ist schlimmer als das Restaurant Hamanet. 0 von 5 Sterne. Hallo? Machen Sie meinen armen Laden hier nicht so runter. Patlock sagt, Chatlock wirft an Mentos in eine Sprite, dreht den Verschluss zu und wirft es präsent in den Laden. Hast du jetzt davon? Wow. Kaurio sagt, machen Sie langsam mal auf. Ich brauche meine Nutella. Ja doch. Ich überlege gerade, wie ich das hier schick machen kann. Nee. So. Und so. Ihr seid so arschig. Park Onix Nightfall sagt, Bob ist der einzigste, der hier arbeitet, aber bekommt kein Lohn 0 von 5 Stern. Hey, der bekommt hier volle Kanne Lohn. Hallo? Bitte, bitte erfinden Sie hier keine üble Nachrede. Der bekommt 80 Dollar jeden Tag. Also muss ich mich erst mal selber wieder orientieren. Kaurio sagt, Geiz kostet Leben. Lokale Ladenbesitzerin weigert sich, zweite Kasse zu öffnen. Ich öffne doch eine zweite Kasse. Was meint ihr denn, was ich gerade aufgestellt habe? Patlock sagt, ein Satz mit X. Das wird nix. Chat mobbt mich. Ich tue hier doch mein Bestes. Nani 5150 sagt die Besitzerin beleidigt die Kundschaft. Sauerei. Torkirch sagt hier die Gewerkschaft. Eindeutig unter Mindestlohn, Sklaverei. Help me. Frau Jächer sagt Bob mit Mob an Kasse 1. Bob mit Mob an Kasse 1. Frau Müller ist aufgrund zu langer Wartezeiten leider ausgelaufen. Kaurio sagt exklusiv Interview mit der BILD. Laden Besitzerins Kommentar. Moneten. Als ob ich ein Interview mit der BILD machen würde. Klamehund sagt einmal bitte Kasse 3 öffnen Kasse 3 bitte. So. Drag Onyx Nightfall sagt wir schlagen dich nicht mit einen Mob also mopen wie dich nicht. Patlock sagt Schädler kommt in den Laden. Guten Tag. Das Gesundheitsamt mit einer Überprüfung. Jawohl. LWUX unterstrich Exe sagt spontane Arbeitssicherheitsbewertung der Berufsgenossenschaft. Wieso liegen hier Leichen? Die müssen so. Die treiben den Preis nach unten. Das sind Preis-Leistungs-Leichen. so, den Kaffee. von einer Packung von einer Packung Crispy Chibi. Frau Riau sagt guten Tag Ordnungsamt. Sind die zahllosen Kartons auf der Straße ihre? Nein. Ich räume meine Kartons immer weg. Definitiv nicht meine. Frau Jächer sagt die Leichen in Gang 5 sind nicht die Leichen die sie suchen. So, da ist nochmal Mehl. Da ist nochmal Zucker. Trak-O-Nix-Neid-Fohl sagt sehr netter Laden aber wo ich hier war weint ein Mitarbeiter. Oh wie gemein! Die Wuchs unterstrich Echse sagt wieso liegt hier Frau Müller? So, oder eine Keks. Okay. Okay, Chat. Ganz, ganz gut zusammen konzentrieren. Sie werden verklagt. Ein Kunde ist über alle Kartons gestolpert und hat sich den Arm gebrochen. Nani 5150 sagt Entschuldigung sind die Leichen vegan? Ja, die haben nichts mit Tieren zu tun die sind vegan. Traurio sagt wieso ist nur eine Kasse auf? So, mit zwei Kassen jetzt. Hier Chat. Ich hoffe ihr seid glücklich. Sie können sich jetzt auch an Kasse zwei anstellen. Guck mal, die laufen einfach durch die Kartons durch, das denen völlig egal. So schön orientiert das wirklich kontakt zu kommen fest. Bob, du guckst mir jetzt dabei zu und lernst, ja, während du deine eigene Arbeit machst. Nani 5150 sagt bitte Kasse 3 öffne, Kasse 3 bitte. Ihr seid so schlimm. X unterstrich Echse sagt einmal Kasse 3 bitte. Eine dritte Kasse bitte. Drak Onyx Nightfall sagt und ich bin der Drak Onyx und bin auch dabei. Katlock sagt man könnte fast meinen Zari will Bob kontrollieren. Aha. Oh, das habe ich den Kunden überhört. So, noch einen schönen Keks vor der Hochzeit. Ihr Moll. Bitteschön. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bob, das musst du dir angewöhnen, ja? Schönen Tag wünschen. Le Wux unterstrich Echse sagt wie gibt es hier kein Tetraethyl Orthosilikat? Nein. Keine Ahnung was das ist, aber wir führen noch nicht so viel hier. So, 50 Cent zurück. Danke, tschüss. Bob, das geht auch ein bisschen zackiger. Peterlin 1972 sagt ich hätte bitte gerne eine Flasche Pommes. Eine Flasche Pommes. Ja doch, ich bin gleich da. Ich muss gleich die Spaghetti nachbestellen. Frau Jächer sagt der Dosentintenfisch in Gang 5 versucht aus seiner Dose abzuhauen. Bitte achten sie auf ihre Wert Gegenstände. Wir haben zum Glück noch keinen Dosentunfisch oder Tintenfisch. Klamehund sagt wieso ist Kasse 1 immer gut besetzt und bei Kasse 2 nicht. weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Nani 5150 sagt wo sind die Spaghetti? Ich will Spaghetti. Katlock sagt hier Tzari hast toll gemacht. Dafür bekommst einen Keks. So einen trockenen festen von der Bundeswehr. Mwahaha. Wow. Ich gib mir jedoch alle Mühe Chad. 73 Bitteschön. So. Die Kekse müssen langsam nach. Hier. Der Kuchen. Gleich. Keks gleich Keks, also freu dir doch. Ich freu mir einen Keks. So. 18. Zurück. Bargonix Nightfall sagt entschulden Sie ich möchte meinen Pfand zurückgeben. Ne Pfand haben wir hier noch nicht. So modern sind wir leider noch nicht. Wir sind hier ein kleiner Tante-Emma-Laden. anmachen. Oh, Milch ist Anne. Dankeschön fürs Beside. Zwang im Gegensatz zu Bob. So. Licht anmachen. Die Milch war alle. Schon wieder einer verpackt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Katlock sagt Tante-Emma-Laden. Ist das nicht der Oma-Zarri-Laden? Verflucht. Ja, genau der ist das. Der Tante-Emma-Laden von Oma-Zarri. Das gute Mehl vergessen. So, Kaffee ist noch da, Schokolade ist noch da. So. Jawohl, bin gleich da. Das gute Mehl ist schon wieder aus. Ragonix Neidfohl sagt, im dunklen Einkaufen mag ich am liebsten. Hat was Beruhigendes, nicht wahr? Oh, wir brauchen hier noch einen Lichtschalter. Oh, ist schon neun Uhr, okay. Nehmen wir schon mal einen Gefrierschrank mit. Und vielleicht so ein kleines Regal. So. Dankeschön. 5,50 zurück. Dankeschön. 19 glatt. War doch noch gerade beim Jahrmarkt, war trocken das Wetter, aber die Preise, die Popp ist für 5 Euro. heute neu, frische Waren, die nur doppelt über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Ja, die gehen noch klar, Chatblog. Aber Schaschlik für 6,50 war mir noch etwas zu teuer und die Halbmeterspieße Fleisch mit Schweinengeflügel für 8,12 Euro für Rind, WTF. Ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, wie das so ist mit vernünftig Reisen und so. Aber klingt erstmal nicht so geil. So, Chat, wir machen morgen wieder Bestandsaufnahme. Gut, wir brauchen als allererstes das ganze Krams hier. So, so ein kleines Regal, das können wir doch bestimmt hier hinten hinstellen. Also, das heißt, ich stelle das hier hin. Und dann muss ich den ganzen Kram vielleicht nicht mehr immer auf den Boden stellen, sondern habe da wenigstens so ein Regal für. Hoffentlich darf ich die auch hier aufstellen und dann kommt nicht so, das muss er aber in einem Lager platzieren. Ich darf den da nicht hinstellen, das gibt's doch nicht. Ich muss das wirklich in einem Lager platzieren? Och nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö eine schale halt und er spießt es vielleicht 200 gramm fleisch insofern hatte ich zwölf euro für hinter echt übertrieben teuer so ja ja verstehe ich katlock sagt sari kennt sich mit vernünftigen preisen nicht aus sie geht nie raus und zieht ihre kunden einfach nur ab genau so läuft das hier gut erkannt dann gucken wir mal was noch nachbestellt werden muss mich noch nachlegen auch schon leer immerhin cola ist noch da also wasser milch käse ist alle und wasser milch käse eier so joghurt ist noch da das mehl war hier auch schon wieder leer katlock sagt ich distanziere mich hiermit deutlichst von den handlungen der geschäftsführerin sari das ist okay so das gute mehl Apfelsaft auch schon wieder leer Apfelsaft Cola nicht Turco sondern die andere ich werde ärgerlich dass ich jetzt das ganze geld für das regal rausgeschmissen habe dass ich gar nicht benutzen kann Prakonix Nightfall sagt das ist ja ein richtiger Saftladen oder haha versteht ihr wegen Apfel und O-Saft dann dann hast du ein Mehl passen nicht nebeneinander gerade die Nudeln das Mehl la 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 die Nudeln wieder ein bisschen ruckelig so holen jetzt Karton voll äh Karton leer Regal voll und zack 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 katlock sagt apropos Saftladen müsste dann nicht auf den angestellten Natur trüb stehen duck und weg wir brauchen noch neues Salz ja ich ignoriere das jetzt einfach ein bisschen wir brauchen noch neues Salz und neuen Zucker ähm können wir uns nicht leisten haben wir ein bisschen zu wenig ich verstehe warum es dann langsam angedacht ist sich ein Lager zuzulegen so hätte ich alles auch schon machen können während der Laden offen ist aber egal Apropos als nächstes muss ich glaube ich ähm mal Rechnungen bezahlen du hast hier noch das gute Mehl angeschrieben das steht auch da drüben so ich weiß nicht irgendwie wäre es noch cool wenn ich die Schokolade und die Süßigkeit noch hier zum Kuchen stellen würde und hier so alltäglichen Bedarf wo ist eigentlich der Manager ich will rumschreien ohne guten Grund der Manager hier das bin ich ich muss mal ein bisschen machst du sehr gut Bob Katlock sagt Sari braucht kein Lager just in time ist die Devise du meinst just im Laden du meinst just im Laden die Cola ist zu teuer die Cola ist zu teuer die Cola ist zu teuer die Eier auch oh ja die sind ja richtig abgefallen im Preis guck mal wie die sich einfach lieber bei Bob anstellen als zu mir an die Kasse zu gehen dankeschön für ihr Vertrauen die hat ein Arschgeweih jawohl ich trinke auch gleich nochmal was Katlock sagt Achtung eine Kundendurchsage ist hier jemand der rums ch heißt? ist hier jemand der rums ch heißt? ist hier jemand der rums ch heißt? der Jogger ist jetzt auch zu teuer der kostet doch nur zwei seit mein Laden größer geworden ist habe ich gar keine Zeit mehr mit den Kunden zu äh so ein bisschen zu quatschen und zu small talken geht nur noch um schneller 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 ja ne den müssen wir nicht ändern wobei wir könnten dabei sagen wir sind unter der Konkurrenz wir machen ja immer noch Gewinn so Mehl schonmal nachfüllen Tee ja guten Tag bitteschön jawohl 73 50 viel Spaß mit ihrem Einkauf ich hoffe sie hat einen guten Loot 73 er ist 37 kleiner Scherz kleiner Scherz unter Verkäufern 32 ein Wasser für 3,50 jawohl und einmal das Lieblingsfrühstück so dann brauchen wir auf jeden Fall das neue gute Mehl nochmal Nudeln nachfüllen wird eh keine mehr drin Öl bin sofort bei ihnen na jetzt stelle das da hier irgendwo ab hat sich gerade wieder jemand verschwert 50 Cent zurück und einmal 14 so marktpreis 2,10 geht eigentlich voll klar mal auf 5 hoch komm mach mal 4,50 so guten Tag jawohl 2 Eier für 7 Katlock sagt das macht dann 2,50 ohne Trinkgeld 2,50 kriegt er auch gerade zurück was für ein Timing dann machen wir hier nochmal ein bisschen Licht an interessant dass ich den übrigens nicht verschieben darf so Joghurt ist noch da Käse ist noch da ja ich bin sofort bei ihnen ich mach noch kurz die Schoki nach müssen neue Süßigkeiten bestellen Dankeschön Dankeschön 10,50 das Choki Piece alle Sekunde und was habe ich gerade gesagt die Süßigkeiten ja gleich so ist ein bisschen voll mit Kartons aber sonst eigentlich ganz cool oh um die Uhrzeit noch losgehen um nur Schokolade zu kaufen was hast du ausgefressen Junge was hast du ausgefressen nein ich halte es für unwahrscheinlich dass er einfach nur Bock hat geile Schokolade zu snacken wir bleiben beim Klischee so Dankeschön dann können wir nochmal Öl nachfüllen dann nehmen wir hier nochmal Müsli machst du sehr gut Bob du bist eine große Hilfe und Bereicherung du bist ein great asset to the company wenn die doch nur nicht alle so verbuggt wären und mein Zeug rausnehmen würden ohne mir was dafür zu geben das würde ja schon helfen so kurze Bestandsaufnahme die Sprite muss nachgekauft werden morgen Tee reicht noch Kaffee reicht noch Brot muss nachgekauft werden und dann Rdn1989 sagt Bewertung es stehen mehr Kartons rum als Ware im Regal 2 von 5 Sternen Leider gar nicht so unwahr im Moment ja bin natürlich sofort da jawohl eins zurück Dankeschön die machen mich ein bisschen fertig und Patlock sagt ach wir bedienen Klischees holt mal Bier ja so wir drücken mal langsam Enter um den Tag zu beenden ich glaube die lösen sich nicht mehr nochmal eine ganze Reihe Zucker wie sieht es hier vorne aus der Apfelsaft ist schon wieder quasi leer nicht nur quasi der ist leer so einer ist nach drinnen machen wir Orange auch gleich nach Vorkirch sagt Ed Cutlock immerhin wird mal jemand bedient wie lange mussten diese dafür warten? so gut habe ich noch was übersehen Nutella könnte man nochmal nachkaufen und nudeln Kotto hey nicht Ekelgeräusche machen Nudeln und warte mal kurz seit wann habe ich eigentlich gar keinen Reis mehr was wollte ich noch kaufen? Nutella Kattlock sagt Ed Torkirch einige warteten bereits in dritter Generation wow hier gibt beides so neue Nudeln rot rot neuer Apfelsaft neuer Rohsaft gut dann nehmen wir hier noch neue Milch dann nehmen wir hier noch neue Milch Mehl na neue Sprite neuer Sprite neuer Sprite neuer Sprite neuer Sprite noch mehr Brot und das war's das heißt Nutella noch kaufen ähm Choki nochmal nachkaufen Müsli nochmal nachkaufen Choki Müsli Joghurt ist noch da Kuchen ist noch da Kattlock sagt tut das not die können wir nochmal nachholen Jaja ich mach ja gleich auf ich mach ja den Laden gleich auf versprochen ich will doch nur alles vorrätig haben wir brauchen nochmal Öl mal Öl so ist schon wieder mein ganzes Geld weg aber hey wenn ich permanent mein ganzes Geld ausgebe um Kram nachzukaufen heißt das ja irgendwie nur dass ich die Kram zu billig verkaufe oder oder dass ich zu ungeduldig bin ich kann ja schon mal aufmachen ich kann ja schon mal aufmachen so so ich kann ja schon mal aufmachen nehmen wir schon mal das Salz von der Straße es ist ja schließlich nicht Winter Katlock sagt wie mit dem Öl nicht sparsam sein Öl mich einweib so da ist nochmal ein bisschen Nutella für den Vorrat und Olivenöl so fein fein mit dem Augenkater oh der Kaffee der Kaffee es ist mal wieder soweit es ist mal wieder Kaffee Zeit jawohl 50 Cent zurück bitteschön und zack 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 da haben wir was schönes vor einen schönen Start in den Tag wünsche ich ja du bist ein Feini so Mehl Eier Süßigkeiten da wird ein Kuchen gebacken jawohl ein bisschen Snacks weil man die Milch vergessen hat man kennt's Katlock sagt wenn sie laute Schnarchen hören träumt die Besitzerin von ihrem Laden das ist so das ist so so ich habe übrigens schon gesagt ich hätte irgendwie gerne dass die Schoki mit hier ist das ist so das ist so das ist so jawohl wenn da einmal Salz furchtbar wenn einem das mitten drin ausgeht war viel Erfolg beim Kochen jawohl gesundes Frühstück und ein bisschen Kekse sagt die Russen kommen und schon sind sie da kannst du mal in den Keller gucken gehen Dankeschön tschüss wir beehren sie uns bald wieder und so dann habe ich hier noch so ein so ein Packen mit Süßigkeiten so und dann hier hätte ich gerne jo bin sofort bei ihnen ein Sekündchen ich möchte hier einmal kurz den täglichen Bedarf umsortieren ja was kann ich für sie tun Milch und Tee Salz Erdnussbutter jawohl so Paffee noch Spaghetti und Käse das klingt nach einer köstlichen Nachtmahlzeit und nach der schönen Party so dann könnte man den Zucker noch da mit rein sortieren Zucker bin sofort bei ihnen ich sortiere eben fix den Zucker ein so so bitte hinstellen 1 1 50 zurück dann einmal Cola und Salz bitte nicht mischen ich werde mich langsam rausgleichen ich werde mich langsam rausgleichen bis das Ferrari ein wunderschön 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 schicki wicki könnte jetzt da raus machen jetzt haben sie hier auch einen selbsttätigen Entlüfter in Fachkreisen auch Snüffelstück genannt ein Snüffelstück ne so weit sind wir leider noch nicht im Spiel leider kein Snüffelstück Ferrari 2K17 sagt habt noch einen wundertollen Sonntagabend und bis zum nächsten Mal ganz genau ganz genau ein wunderschön wunderschön dir auch noch so ist auch schon wieder leer bei mir steht gerade keiner an wo war ich denn gerade den Reis wollte ich auffüllen den Reis sofort ich suche nur gerade den Reis Reis ist schon wieder leer ja da weiß ich wo mein ganzer Reis hin ist Dankeschön eins zurück wir brauchen mehr Reis gleich und das gute Mehl ist auch schon wieder alle frage auch nichts neidvoll sagt würde habe die Leis ich sag's euch doch Leute ist gute Mehl oh mein Gott habe ich gerade den verbackten Typen entbackt weil ich nein habe ich nicht zwei Cola kommt sofort eins zurück bitteschön ich mache noch eben kurz Licht an wie sieht es hier vorne aus Cola ist noch gut Apfel saft das schon wieder fast leer gekauft das eine Fach Cola könnte man auch nochmal nachfüllen ist beides auch schon wieder leer du jawohl bin da bin da bin da Dankeschön drei und fünfzig fünfzig tschüss bitte helfen sie mir ich bin in Gefahr das Schlimme ist halt dass ich das Spiel jetzt weiterspielen will aber es gibt nur einen Spielstand das heißt ich kann das nicht einfach offline weiterspielen ich muss mich jetzt jedes Mal zusammenreißen und auf euch warten Chat ich wünschte es gäbe eine Möglichkeit zwei Spielstände zu machen hey nicht hier jetzt rumknopfen hallo wie frech ich ich konzentriere mich doch gerade so schön jawohl passt und eine Cola auch passend wunderbar Wasser ist leer Wasser ist leer Käse Milch so ist schon neun können wir also nicht mehr ändern was ist hier noch Brot was ist hier noch Brot jup guten Abend und 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 einen wunderschönen guten Abend noch so Süßigkeiten Regal hier ist so so alltägliches also ich habe hier noch einfach frei und mir gefällt es nicht dass das Schokomüsli nicht bei dem anderen Müsli steht das heißt wir haben hier drei die zusammen gehören wir haben da noch mal drei die zusammen gehören das heißt ich müsste Zucker und Salz müsste ich trennen damit das aufgeht so wie ich das haben will mhm ne warte ihr drei gehört zusammen und ihr vier ok chat, 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 chat oh nein ich habe den ich habe den Karton nicht mehr von dem guten Mehl nö kann ich das nicht umräumen nöh Mehl, Mehl, Zucker, Salz. Wie will ich das denn machen? Ich müsste die Nudeln und das Mehl tauschen. Ich habe nicht frei, du siehst doch, dass ich hier arbeite. Also ich hätte gern das Mehl eigentlich getauscht. Also der Reis kann da stehen bleiben. Hier müssen die beiden Nudelsorten hin, das heißt hier muss das Mehl hin. Wir machen hier das gute Mehl hin und hier als Bückware das untere, aber dann hätte ich die Milch gerne hier. Was warst du mal? Okay, ich muss eh beide Nudelsorten nachbestellen. Äh, wo ist Spaghetti? Wollte ich sie übersehen? Ja. Okay, machen wir morgen. So, Chat, was kaufen wir noch dazu ein? Ich hatte gesagt, die Sprite muss man langsam wieder und, komm, Joghurt nehmen wir auch noch einmal mit dazu. Flunk. Ja, guck mal, war genau der richtige Call, den Joghurt mitzunehmen. So, Käse, Eier, die Milch war bald alle. Dann füllen wir natürlich das Wasser noch nach. Dann haben wir hier die Nudeln, die möchte ich jetzt hier oben haben. Halt, Karton behalten. Das gute Mehl kommt hier hin. Dann haben wir die Spaghetti, die kommen hier mit dazu. Dann haben wir nämlich Nudeln, Spaghetti und Reis und Brot. alles in einer Reihe. Einfach für die Logik. Dann haben wir hier noch die Sprite. hier haben wir noch Kekse. War der Zucker jetzt richtig da? Ja. So, und dann brauchen wir noch mal neue Milch. die Haltbare. Bob, wir machen auch gleich auf, ja? Halt dich bereit. Kommt die nämlich hier hin? Ja. So, und dann kann das Chocopi, wovon wir garantiert keinen Karton mehr haben. Mist. Kann er nämlich hier hin? So. Immer noch ärgerlich, dass ich das Regal nicht hier benutzen kann, aber was so ist. So, alles noch da. Tee braucht man auch noch neuen. Äh, kaufen müsste ich noch. So, dann haben wir immer noch 700. Das heißt, ich könnte jetzt bald anfangen, bevor wir jetzt eine neue Lizenz kaufen, brauchen wir erstmal ein neues Regal. Warte kurz, was ist denn das nächste? Doch, das nächste war ein Putzmittel. Und die Lizenz dafür hat 750 gekostet. Eigentlich ist das Ding hier noch volle Kanne im Weg. So, yay! Es gibt jetzt Eis bei Zari. Hm, ne, leider noch nicht. Kann ich das jetzt da nicht hinstellen, weil da die ganzen Kartons im Weg sind? So. Ja, kann da nicht einfach Escape drücken. Hm. Hm. So. Jetzt fehlt noch das Billigmehl. Hm. Habe ich den Milchkarton noch? Ne. Ups. Ne, habe ich nicht mehr, okay. Ja, machen wir es halt zu. So. Und dann füllen wir noch den Tee nach. Dann stellen wir noch das Tiefkühldings weg aus dem Eingang. So. Gut. Dann müssen wir wieder fertig sein für den Tag. Ich sehe gerade, da fehlt Olivenöl. Olivenöl. Aua. Nicht so feste. Oh. Hat er immer voll in meinen Magen gestiefelt. So. Okay, Chat. Letzter Tag bald. Okay. Okay, okay, okay. Ich war kurz davor, mir die Lizenz zu kaufen. Und jetzt habe ich sie wieder alles ausgegeben. Also, zack. Tag starten. Wir müssen verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und dann wird man auch als nächstes den Laden wieder abgewählen müssen. Haben wir noch Schoki? Ist noch Schoki da. So. Und Kuchen wird man auch bald neu brauchen. Kuchen. Kuchen. So. Jawohl, ich trinke auch gleich nochmal was. So. Ein Apfelsaft kommt sofort. Sogar passend. Jawohl. Vielen Dank. Apropos. Cleo. Bin sofort bei Ihnen. Ich will gerade noch kurz auf. So. Da bin ich. Jawohl. Einmal Nudeln. 50 Cent zurück. Danke. So. Süßigkeitenregal direkt neben der Kasse. Alltägliches. Leeres Regal für Putzmittel später. Leeres Regal für Putzmittel später. Und hier. Wir könnten den hier noch nehmen und hier hinstellen. Das ist ein bisschen schöner. Jawohl. Bin da. Dankeschön. 15 Dollar zurück. Tschüss. So. Gut. Dann trinken wir eine Runde auf unseren Laden. Darauf wie wir ihn mittlerweile unter Kontrolle haben hier. Wir haben wohl ein Joghurt für die Mittagspause. Kommt sofort. 1,50. Nee. Entschuldigung. 1,50 haben sie ja gezahlt. Hahaha. Äh. Hier. 50. 90. 98,50. Ja. Ja. Wenn man als Banker Mittagspause hat und man möchte nur geschwinztlichen Joghurt snacken, dann. Ne. So läuft das dann halt. Guten Tag. Jawohl. 6,50 zurück. Bitteschön. Und dann fülle ich mal kurz das Öl auf. Zack. Machst du sehr gut, Bob. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich mag es hier so einen kleinen Aussichtstum zu haben. Was macht denn die Verkäuferin da auf der Kasse? Guten Tag, die Dame. Ein bisschen gesundes Frühstück. So muss das. 50 Cent zurück. Dankeschön. Süßigkeiten sind zu teuer geworden. Da reichen 4,50. Dankeschön für die konstruktive Kritik. 31 zurück. Dankeschön. Aber da kann sich schon wieder jemand nicht entscheiden. Jawohl. 9 und fertig. So, dann gucken wir kurz so lange. Ja, die Milch müsste schon nachgefüllt werden. Jawohl. Bin sofort bei Ihnen. Ich suche nur noch kurz eine leere Ecke für diesen Karton hier. 35 Euro. Zack. Milch ist noch da. Yoghurt ist noch da. Eier und Käse. Käse könnte man langsam nachbestellen. So. Da braucht man nochmal ein bisschen Zucker. Hier. Der Apfelsaft wird schon wieder leer gekauft. Die Schoki. Jawohl. Was darf es denn heute sein? Apfelsaft und ein bisschen Lekuchen. Haben Sie sich verdient. War bestimmt ein anstrengender Tag. Gönnen Sie sich einen schönen Feierabend. So, Bob, du könntest eigentlich auch mal das Licht anschalten. Muss ja nicht immer ich sein, weißt du? So. Einen schönen Abend, Wendem. Einen wunderschönen, wunderschönen. Einen wunderschönen, wunderschönen. Wunderschönen, wunderschönen, Wendem. Ich hoffe, du hattest einen sehr schönen und entspannten Sonntag. Ich glaube, ich werde dann auch so das hier als letzten Tag nehmen. Das wird sehr, sehr schwer für mich, das nicht ohne euch weiter zu spielen, Chat. Ich spiele einfach Feesspielstand. Hehehehe. Oh, da muss noch Milch nachgelegt werden. So, ich bin sofort da. Ich mache nur noch eben kurz das Müsli neu, ja? Dankeschön für die Geduld. Da bin ich. Ja, guck mal. Und da ist die Milch auch schon wieder weg. 57. 50. Dankeschön. Kommen Sie auch zu mir. Sie können auch bei mir auflegen. 59. Jawohl. Einen schönen guten Abend. Sie können auch zu mir kommen. Okay, ja. Dann halt nicht. Dankeschön. 21,50. Oh ja, nochmal ein bisschen Late-Night-Shoki kaufen. Aber eigentlich war ich doch hier um Brot. War es Brot? Wollte ich Reis? Reis zum Abend. Brot? Boah. Aber ich muss eigentlich auf meine Linie achten. Vielleicht sollte ich die Schoki wieder zurückgeben. Brot, Reis, Brot. Vielleicht doch irgendwas mit Nudeln. Wir nehmen Nudeln. Okay. Oh, Entschuldigung. Ich war ganz in Gedanken versunken. Ich bin natürlich sofort bei Ihnen. Hier, bitteschön. Äh, Moment. Ich kann es nicht lesen. Der hinter meiner Katze ist im Bild. 52,50. So, und 6,50 Mark. Guten Tag. Sie können auch bei mir auflegen. Die Mädels fliegen einfach auf Bob. Die Mädels fliegen auf Bob. Die warten lieber ein bisschen länger und wollen die Chance auf ein. Nein. Und dafür stehen die sich einfach an und warten. So ist es nun mal, wenn man beliebt ist. Ja, ja, Kater. Ich habe deinen Ausdruck der, ich habe Hunger verstanden. So, wir haben ja noch leere Kartons. Die können mal langsam raus. Und dann machen wir Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Bestandsaufnahme. Ja, das machen wir nächstes Mal. So. Nudeln stehen jetzt hier oben. Dann können wir hier das Brot noch nachfüllen. So. Reis kann man nicht nachfüllen, aber Spaghetti. So. Nehme ich meinem Future Self noch die Arbeit ab. Oh. Warte mal. Wir nehmen hier ein Brot raus. Und packen von hier das Brot rein. Immer einen Karton weniger. So. Kaffee. Müssen wir nachbestellen. Boah, wir machen gleich Feierabend, ja? Du kannst ruhig schon gehen. Ich mache hier noch ein bisschen Inventur. Hier ist noch Salz. Eh nix mehr drin. Hier ist noch eine Packung Reis. So. Dann haben wir hier noch Apfelsaft. Schon wieder leer. Also der Apfelsaft wird echt gut weggekauft. Der Apfel und der Orangensaft, die sind super schnell weg immer. So. Zack. Wir haben auch hier hinten bald keine Vorräte mehr, wa? Doch schon wieder alles leer gekauft. Hier haben wir noch Tee. So. Jetzt haben wir noch Brot über. Wir haben noch Spaghetti über. Und eine Packung Nutella. Hier ist noch Orangensaft. Hier können wir die zwei noch reinstellen. Dann haben wir den Karton auch weg. Hm. Sprite können wir noch nachfüllen. So. Das heißt, wir brauchen für das nächste Mal auf jeden Fall Milch. So. Lizenzen lassen wir mal noch ganz kurz stehen. Wir brauchen auf jeden Fall neue Milch. Ich hoffe mal, da speichert sich das. Wir brauchen neuen Apfelsaft. Wir brauchen, guck mal, das Mehl wird gar nicht mehr so viel gekauft. Äh. Neue Schoki. Schoki. Schoki und Süßigkeiten. Dann die Müsli-Rieger sind auch alle. Öl. Das Öl vor allen Dingen muss nachbestellt werden. Einmal das Öl. Einmal das Öl. Kaffee. Und Salz. Jetzt haben wir schon acht Gegenstände wieder. Äh. Die Turco-Cola könnte man noch neu holen. Und Käse. Dann sind wir wieder durch. So. Und Käse. Und dann hoffe ich einfach mal sehr, dass er sich das bis zum nächsten Mal speichern wird. Wenn ich jetzt sage, ich beende noch den Tag, um zu speichern. Das gehört doch schon zum Inventar. Yes. Mit Kunden-Arschlochen wundert sich dann, dass er nicht zu mir kommt. Aber bei nötnöt. Wenn ihm, du bekommst selbstverständlich noch dein nötnöt. So meine Hübschen. Also. Ich hoffe sehr, dass wir uns den Markt, also den Einkauf bis zum nächsten Mal speichern können für Future Zahri. Das macht so unglaublich viel Spaß. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich jetzt eine Stunde, äh eine Stunde, eine Woche überstehen soll, ohne den Supermarkt-Simulator weiter zu spielen. Das ist ja derart cool. Äh. Es wird vor allen Dingen jetzt schwer, den Spiel auszumachen und nicht weiter zu spielen. Leute, ich, ich brauche, ich brauche einen zweiten Steam-Account, bei dem ich privat nochmal den Supermarkt-Simulator für mich spielen kann. Aber meine Hübschis. Das soll es jetzt für heute erstmal gewesen sein. Der Suchter-Markt-Simulator ist so 24 Stunden, let's go. Ne, ich, ich will, ich will auch noch ein ganz klein bisschen Freizeit genießen. Wirklich nicht viel, aber so ein bisschen Freizeit hätte ich gerne noch. Und deswegen gehen wir jetzt gucken. Oh, ich habe schon gesehen, der liebe Gworak ist da. Es ist ja auch Sonntag. Der wird sich eh wundern, warum ich online bin. Wir gehen heute zum lieben Gworak. Deswegen. Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist unglaublich, wie viel Spaß dieser Simulator macht, obwohl man eigentlich nichts anderes tut, als Regale einräumen, Sachen übers Band ziehen und Kleingeld zählen. Aber es macht einfach Laune. Es macht Spaß. Deswegen holt euch selbst den Supermarkt-Simulator und erfahrt, wie zufriedenstellend es sein kann, einen kleinen Supermarkt zu führen, wenn Kunden nicht mit einem sprechen können. Nicht nur, dass die Kunden mich nicht hören, wenn ich sie beleidige. Sie können auch nicht mich beleidigen. Deswegen Dankeschön für den super unterhaltsamen Stream, dass ihr zwischendurch auch über Text-to-Speech die Kunden habt sprechen lassen. War ein absolutes Highlight. Es hat wahnsinnig, wahnsinnig Laune gemacht. Das machen wir nächsten Sonntag gerne wieder, denn ich weiß noch nicht, wie ich es schaffen soll, ohne den Supermarkt-Simulator weiter zu spielen. Aber wir werden trotzdem unser normales Programm durchziehen. Streamplan gibt es wie immer auf dem Discord und auf Twitter. Auf Instagram lade ich den gleich noch hoch. Den habe ich vergessen. Sorry, mein Fehler. Und ansonsten wird der auch gleich aktualisiert hier auf diesem Kanal wieder erscheinen. Beim nächsten Mal bin ich auch hier wieder dabei. Kein Stress. Ihr seid nicht dazu verpflichtet, hier zu sein. Keine Sorge. Also Chat. Nächste Woche ist Frühstück. Das heißt, ich bin von 10 bis 14 Uhr für euch da. Voraussichtlich täglich. Außer am Wochenende, da machen wir wieder spontan Streamstart. Weil ich da gerne vorher in Ruhe essen und auf mein Leben klarkommen will. Also meine Süßes. Kopiert euch gerne die Wait-Message. Wenn nicht, ist auch okay. Wenn ich möchte, lässt es bleiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen, wunderschönen. Und egal, ob ihr jetzt noch ein Weichen zuhören wollt. Oder woanders hingeht. Oder ins Bett geht. Oder sonst was tut. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen. Passt mir auf euch auf. Bleibt mir gesund. Werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Lasst euch vor allen Dingen nicht klauen. Und jetzt ganz viel Spaß beim super lieben Märchen Onkel Gworak. Bis dahin. Bye, ihr Süßis. Kein Ending-Screen? Hallo? Okay. Dann mache ich ihn manuell. Wo Ending-Screen? Okay, heute ohne Ending-Screen. Bis dann, ihr Süßis. Bye, bye.